Uh, ist das gruselig, oh Mann, ey! Ja, da wären wir Chat. Äh, ja, kleine Recap, äh, zu, um was es im Großen und Ganzen geht. Also, ähm, es gibt zwei Spiele vor diesem Spiel und das wäre halt, äh, die Enigma Machine und Mothered. Enigma Machine war so der erste Teil und da ging es halt darum, dass du einen Typen spielst, der, ähm, ähm, mit einer KI kommuniziert. Mit einer KI kommuniziert und quasi sie dich so ein bisschen durch so ein System durchleitet. Äh, so ein Dreamscape heißt das. Dreamscape ist so quasi, ähm, das Gehirn eines Androids. Also, um zu sehen, wie so ein Android funktioniert in seinem Gehirn quasi. Gehirn, ne? Äh, wie so ein Android denkt, wie so ein Android funktioniert, quasi die Welt im Android. Äh, und wir spielen quasi einen Typen, der das so testet, ähm, weil er soll demnächst, ähm, ne Publik werden und so ein großes Ding werden und so weiter. Aber im Laufe des Spiels stellt man fest, dass, äh, es nicht eine Simulation ist, nicht einfach nur ein Test ist, sondern wir sind wirklich in einem echten Dreamscape drin, von einem echten Android und dieser Android ist, ähm, wohl kontaminiert, ähm, kontaminiert mit einer eigenen Persönlichkeit, die er entwickelt hat. Und es stellt sich dann im Laufe der Story heraus, dass wir dort reingeschickt wurden, um herauszufinden, wieso diese, äh, KI kontaminiert ist, wie es dazu kommen konnte, dass diese KI eine Persönlichkeit, äh, bekommen konnte. Und haben dabei auch festgestellt, dass diese KI mittlerweile über tausendmal, äh, quasi aufgelöscht wurde. Dann kam sie wieder halt dazu, sich an alles zu erinnern, wieder gelöscht wurde. Quasi die KI ist irgendwie über tausendmal gestorben, immer und immer und immer wieder. Und es hat sich dann herausgestellt, dass diese KI eine Persönlichkeit bekommen hatte, dadurch, dass ihr Schöpfer ihr einen Nickname gegeben hat. Red. R-E-D. Einfach nur Red. Und dadurch hat sie dann angefangen, eine Persönlichkeit zu entwickeln, dies, das und so weiter. Äh, und ja, wie gesagt, wir sind dann derjenige, der halt diese KI dann umbringt und gleichzeitig herausfindet, wieso, weshalb, warum. Der zweite Teil ist dann Motherit, das, der wohl der bekannteste Teil, wo wir ein kleines Kind spielen, was sich dann herausstellt, dass dieses Kind eigentlich ein Android ist. Und der Vater versucht hat, in diesem Android sein Kind wieder zu beleben, indem er das von seinem toten Kind, äh, die Persönlichkeit da reingepackt hatte. Hat sich dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass es nicht ganz so funktioniert. Und dieser Android schafft es immer wieder, irgendwie eine eigene Persönlichkeit zu bekommen und schafft es dann, irgendwann aus diesem Cycle rauszubrechen. Weil das ist immer dann innerhalb von sieben Tagen, ne. Ähm, der Roboter kommt da hin, wird versucht, irgendwie diese Persönlichkeit eines Kindes darzustellen. Es klappt nicht, der Kopf wird abgehackt, Körper wird verbrannt, es wird ein neuer Roboter gebaut. Und immer und immer und immer wieder. Und dieser Roboter schafft es irgendwann dann rauszukommen aus dieser Zeit, äh, aus diesem, aus diesem Cycle. Das war so das Main Game. Und dann gab's ein verstecktes DLC, äh, auf einer Demodesk, wo das alles erweitert wurde. Und das haben wir letzte Woche Freitag gespielt, wo das alles erweitert wurde. Und dort viel Shit dazu kam, sehr viel weirder Shit dazu kam, der jetzt alles irgendwie zweifeln lässt, ob das überhaupt jetzt alles echt ist oder nicht echt ist. Weil, es klang jetzt so, dass alles eigentlich ne Simulation ist. Alles ist ne Simulation und es geht um eine große KI, die nur als her bezeichnet wird, also als, ne, sie bezeichnet wird. Und diese KI versucht wohl irgendjemand mit dem Projekt Engel zu stürzen. Und Projekt Engel ist dieses kleine Mädchen, ähm, die in ihrem Körper wohl einen Trojaner hat und muss dann in die Cloud, in die Ekostasis, das ist quasi die Cloud, in die Cloud, wo diese Gott-KI drin ist, rein, um diese KI zu infizieren. Das funktioniert aber nur, wenn der Android seinen Core von sich trennt. Und dieser Core ist halt dieses Bewusstsein von, ähm, von diesem Mädchen, von dem Vater, ne. Das ist halt quasi der Core. Und dann stellt sich noch heraus, dass dieser Core nicht nur dieses Kind ist Liana, sondern ursprünglich auch Red ist. Derjenige, die KI, die man in Enigma-Maschinen über tausendmal getötet hat, immer und immer und immer wieder, um herauszufinden, wieso sie kontaminiert ist. Das heißt, dieses Mädchen ist gleichzeitig dieser KI, die in dem ersten Teil immer und immer wieder getötet wurde, jetzt aber wohl geschafft hat, aus dem Cycle rauszubrechen, äh, seinen Core wegzuwerfen und damit einen Trojaner in diese Ekostasis, in diese KI reinzubringen. So, und es klang jetzt alles so, als wäre gar nichts echt, als wäre Moderate, auch das Spiel Moderate, eigentlich alles nur eine Simulation, weil am Ende gab's auch noch diesen Satz von wegen, ähm, wir müssen zurückkehren zur Oberfläche, zu, oder sowas. So, als, so, es klingt so, als, äh, wären wir alle gefangen und müssen dort wohl aus dieser Cloud entkommen oder so. Keine Ahnung. Und jetzt ist es soweit, wir gehen in diese Cloud rein, das Spiel heißt Ekostasis, das ist der Name dieser Cloud, da ist wohl diese Gott-K.I. unterwegs und, ähm, wir spielen jetzt den Prolog und schauen mal, was da abgeht. Bin viel zu stolz auf dich, dass du das nicht nur raffst, sondern so frei erklären kannst. Wenn ich das frei erklären konnte, dann ist ja gut. I guess. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wenn irgendwas im Spiel kommt, was darauf referenziert, dann werde ich's natürlich erklären, ne? Aber ich versteh natürlich auch noch nicht alles hundertprozentig, ne? Vor allem das mit dieser Her, Her ist diese KI, wie gesagt, und inwiefern diese KI jetzt böse ist, inwiefern diese KI jetzt was plant, was genau plant diese KI, was will diese KI, ähm, wieso wollen sie diese KI stürzen, vielleicht finden wir das alles hier heraus. Ne? Oh, der Schrank ist da. Huchi! So. Okay, äh, Software contains scenes with flashing lights, bla bla bla. Okay, 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 let's go. Cage ist nicht gelöscht, wurde geklatscht. Red jetzt kleines Mädchen, neuer Bösewicht. Red muss Trojaner in Cloud bringen und her Shotgun geben. Genau. Malicious code detected. Connection to this echo is being intercepted. You may be in contact with her. Das seht's schon. Das fängt schon an. Her. Also der Prolog kam auch nach Mothered, glaub ich. Also, äh, release-technisch kam erst Enigma-Machine, dann kam Mothered. Und dann kam dieser Prolog hier. So. Thank you for waiting. Welcome to the tutorial. Here you will learn the basics. W-A-S-D. Ja, ja, ja. Und Maus zum Lookaround, okay. Okay, und das ist wohl jetzt, I guess, schon die Cloud. Das ist der große Red Ring of Death von der Xbox. Wir sind in der fucking Xbox drin. Das bringt uns gleich um. Und da ist schon dieses Symbol, was wir auch in Mothered gesehen haben. Dieses komische Dreieckssymbol. In diesem Dreieckssymbol, ähm, war dort diese komische Gott-KI drin. Her. War da drin. Hey, boom, komm, was geht ab? So, der Wind muss ballern! Ja, ich weiß nicht, ich nenn sie Gott-KI. Weil die so dargestellt wurde in Mothered, als wäre das irgendeine Gottheit. Am Ende ist der Plot-Twist, am Ende ist der Plot-Twist, äh, das ist gar keine KI, sondern es ist, es wird, der Spieß wird umgedreht, Shad. Das, was so uns dargestellt wird, als wäre es die KI, als das so eine übermächtige KI, die alles kontrolliert und mit einem Trojaner besetzt werden muss, äh, ist genau andersrum. Das sind eigentlich die Menschen. Das sind eigentlich die Menschen. Was ist der Unterschied zwischen einer Gott-KI und einer normalen KI? Äh, Chapelle-Dor, okay. Äh, keine Ahnung, das ist einfach nur so für mich ein, so ein, ich sag das einfach nur so, weil die halt nicht einfach als ein random KI dargestellt wird, sondern halt so, ja, wurde so dargestellt, als wäre sie so ein Gott-Wesen. Äh, wie komm ich rein, Digi? Gibt es irgendwo einen Hebel, einen Schlüssel? Ja, cool, dass es ein Chapelle-Door ist. Aber wie Chapelle-Door öffnen? Chapelle-Door? Ja. Du musst interagieren, natürlich. Ja, tu ich doch. Ich hab alles gedrückt. Und die typische, äh, Dingens-Steuerung, Mothered- und Enigma-Machine-Steuerung, dass du Leertaste hältst und dann hast du einen Cursor, gibt's hier nicht. Digi, wir kriegen am Anfang ein Tutorial für WASD. Ah, hier geht's noch lang, okay. Kriegen, Kriegen-Tutorial für WASD, aber nicht, wie man interagiert. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich von hinten rein, I guess. Äh, ich kann nicht springen. Nächste Hürde. Ich kann nicht springen. Oh, Leit-Treppe, okay. Ich merk schon. Nicht das Obvious nehmen, sondern immer umschauen. Was ist denn da los, Alter? Chapelle-Door. Okay, wir sind jetzt an der Chapelle-Door. Was? Äh, Right-Ledge-Removed. Was ist ein Ledge-Chat? Was ist ein Ledge? Das ist doch der Charakter aus... Ähm... ...auf Leasel liegt. Ach, das ist eine Brücke. Die fällt jetzt runter. Ah, okay. Ledge heißt verriegeln. Eine Riegel, okay. Ich hab zwei Riegel gelöst. Das ist die Statue. Oh, Prolog Rebuild. Hyper-Reality Engine Status. Current... Automatic Enigma Technologies. Existence. Current Echo. Eine Entity. Another lost soul? Arriving here, expecting Utopia. This reality is not your own. Turn back now. Eine lost soul? Okay. Und wir sind dann... Wir sind die Einzige, die gerade in diesem Echo drin ist. Und wir sind Entity65. Das ist doch ein cooler... Äh... Cooler Charakter-Name, oder? Aber ja, das ist diese Engel-Statue, die in Enigma-Maschinen vorkamen, die in Madrid vorkamen. Und das war immer der Ort, äh... wo man... den Chor abgelegt hatte. Ja, dann hauen wir wieder ab, wa? Wir... Wir dürfen ja nicht, ne? Okay. Das ist die Firewall, ja. Sarcophagus, ja, das ist die Statue. Ich kann damit nicht interagieren. Ich kann auch nicht weiter durch. Okay. Aber es klang jetzt so, als würde es mehrere Echo geben. Also von dem Text, der da stand. Als würde es mehrere Clouds geben. Mehrere Echos. Und das ist... Oh! Shotgun. One second thought. Perhaps you could be of some use. Hold right click to aim. While aiming left click to fire. You know what to do. Jo, die Statue muss weg, Leute. Äh, es würde es mehrere Echos geben, also mehrere Clouds. Und die sagt auch, another lost soul. Also sind wir irgendeine von vielen KI-Persönlichkeiten, die je wieder gelandet sind? So. Weg damit. Wa? So schnell kann ich dich lesen. You can help me reclaim this land. Okay. Ekostasis can now begin. Biako. Was? Was? Digga, ich kann nicht so schnell lesen. Während Biako noch miaut. Your new world awaits. Ja! 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 Scream Hey Caro Danke, dass du letztens Luno von Blood Cultures Empfohlen hast Hab's heute gehört und es trifft 100% meinen Geschmack Vinyl ist gebraucht bei 150 Euro Crazy, aber freut mich, man Freut mich Okay, das ist so ein Terminal Den wir jetzt schon auch in den anderen Teilen gesehen haben Mit diesem Terminal konnte man In dieser Hyper-Reality Engine rein oder so Hab ich noch meine Shotgun? Ich hab meine Shotgun Nicht mehr Your new world awaits Still searching For Utopia Step into your chamber Let her do her schon wieder Do the rest Vielleicht geht's wirklich in diese Richtung Also das Her Eine KI Also dass es solche Chambers gibt Wo du dich quasi reinlegst Dein Gehirn dort connectest Und quasi so Sword Art Online mäßig in so einer eigenen Welt unterwegs bist Und diese KI Diese Her Die ja in Madot so klang, als wäre sie der Bösewicht Hat diese Chambers vielleicht irgendwie Darüber Zugriff gehabt Dass die halt jetzt dort die alle gefangen hält Dass die alle jetzt Die ganze Menschen in so einer Fake-Realität wohnt Oh, hochklettern Ich würde irgendwie sehen, wie Keggy the Stanley Parable spielt Hab ich gespielt, fand ich arschlangweilig Click to use You appear to have lost consciousness for a moment Are you okay? Okay I sure hope so Because we've got a serious problem on our hands You can ask me about anything That appears in brackets like this Okay Let's mal leiser machen Vielleicht war sie auch zuerst für sowas gedacht Und es dann ausge... Ja genau Dass die eigentlich nur gedacht war Diese Echo Chambers Zu... 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 zu kontrollieren Äh zu managen Und dann ist sie halt irgendwie durchgedreht Vielleicht auch sogar eine eigene Persönlichkeit entwickelt Und dann hat sie angefangen Die halt alle dort irgendwie gefangen zu nehmen Oder vielleicht sogar aus deren Deren eigenen Welten Die sich alle natürlich irgendwie Schön und perfekt vorstellen oder so Und dort halt quasi Keine Ahnung Ihre Freizeit verbringen oder so Daraus dann Ein Albtraum gemacht Oder so Okay, was schreiben wir? Ähm... Problem Ich fand Stanley Parable funny Ja, keine Ahnung Ich hab's nicht gefühlt Ich hab's hier im Stream gespielt Irgendwie für ein paar Stunden Hab's nicht gefühlt A Cyberattack Has just been launched On our network Oh We are still attempting to Identify the source of The attack Vielleicht ist das ja genau Die Attack Die wir in Madath hatten Dass Liana Oder Red Dort mit dem Trojaner Ähm... Zu KI fliegt Vielleicht ist das Dieser Attack Der gemeint ist Here's what we know Their Attack is focused On the Chamber We are currently testing Okay Thankfully the user Seems to be unaware Of what's happening Okay, also Da ist irgendeine Person Die in ihrem Chamber liegt Quasi in ihrer eigenen Welt liegt Und diese Welt Wird gerade attackiert If you could type In their Entity ID I can run a scan Of their Chamber And see what's going on Okay, wir checken erstmal Das Wort Chamber ab Und dann denke ich mal Entity ist dann Entity 65 Was wir vorher hatten Ne? Chamber Enigmas Chamber Prototype Represents the next Logical step In immersive Entertainment And relaxation For our customers It grants users The opportunity To escape The stresses Of the real world And relax In the comfort Of their echo Okay Dann finden wir mal heraus Was echo bedeutet Aber ich meine Actually Wenn sowas Irgendwie mal geben könnte Oder so Dass man sich so Quasi Seine eigene Welt In so einem Chamber erschafft Und dort quasi Digital Seine Freizeit Verbringt Dann könnte ja Theoretisch Irgendwie ein Hacker Dort eingedringen Und dir einfach Den größten Albtraum Deines Lebens Verursachen Digga Oder sie denkt Sie weiß Was das Beste Für Menschen ist Und will so So gesehen Leute zu ihrem Besuch Besten zwingen Like sie will Eine perfekte Utopie erschaffen Und versucht nicht Was falsch Nicht was Und versteht nicht Was falsch Ist Leute da nicht Mehr rauszulassen Hm Genau Und dann kommst du Auf dem Chamber Nicht raus Und so Und dann Keine Ahnung Wirst du dort So cyber Cyber gefoltert Cyber gefoltert Und die versuchen Aus dir Irgendwelche Wichtigen Infos Rauszubekommen Oder so Echo An echo Ist ein Algorithmically Generated reality Based on The user's Cerebral profile Okay also Eine echo Ist nicht unbedingt Eine cloud Also eine echo Ist quasi Eine eigene Erschaffene welt Personifiziert Für die person Die in diesem chamber Also du gehst In diese chamber Rein Legst dich dort rein Schläfst quasi Irgendwie ein Oder so Und dann wird Für dich Dieses echo erschaffen Eine welt Angepasst Auf deine wünsche Wahrscheinlich Ne Das ist ein echo Within your echo All of your needs Desires And even beliefs Will be Nutriert And created For Aha Okay At first Your echo Will resemble A reality That's Indistinguishable From the one From the one You're used to Okay also Wir sind trotzdem Der realität Das ist ja langweilig Wenn das trotzdem Deiner echten welt Sich ähnelt Nur dann alles So ein bisschen Angepasst ist Dass deine Deine echte welt Nur besser ist Ja das Das führt ja Erstens zu Mies realitätsverlust Digga Und zweitens Hey wenn du So eine möglichkeit hast So eine eigene welt Zu erschaffen In der halt alles Für dich perfekt Und geil ist Ja dann willst du Das doch Irgendwie richtig Abgespaced haben Oder Keine ahnung Du willst dann irgendwie Irgendwelche superkräfte Haben oder sowas Keine ahnung Ja und das läuft dann Einfach darauf hinaus Dass der döner Wieder 3,50 Euro In dieser welt kostet So was oder was Vielleicht wechselst du Dann irgendwann So dass du dich An das neue gewöhnst Und nicht mehr weißt Wo du bist Ja so realitätsverlust So dass Dinge Einfacher von der hand fallen Glück in der Liebe Und so weiter So stelle ich mir das vor Ja ja genau Aber das ist ja Das ist ja eher lame Also klar Ist es natürlich auch geil Wenn dein Leben perfekt läuft Und du hast in allem Glück Und kriegst alles was du willst Natürlich kann das bestimmt auch geil sein Aber Wenn du so eine Möglichkeit hast So eine digitale Welt zu erschaffen Und dass die dann Extrem immersiv ist Junge da würde ich mir doch Irgendein geiles Setting machen Und nicht einfach Mein normales Leben Aber da steht auch nur At first At first Your echo Will resemble A reality That's indistinguishably From the one You're used to At first Das heißt Es wird mit der Zeit Dann wahrscheinlich auch Ein bisschen anders Und mehr Und vielleicht geiler Over time however Our algorithm Will begin the process Of morphing this reality Into your own personal utopia Okay Okay dann gehen wir nochmal Zu utopia Einfach digitales Koma ballern Eine Welt in der Ich dauerhaft schlafen kann In einer Welt Wo man Keine Rechnungen Bezahlen muss Aber so ungefähr War auch das Spiel Enigma Machine Da hast du die ganze Zeit Auch mit so Mit so einem Tutorial Ding Gesprochen Und konntest die ganze Zeit So Phrasen Eintippen Und hast dazu Erklärung bekommen Und so Und dann konntest du Dann irgendwann Da quasi rein In dieses Terminal Und dort dann so Level spielen By its very definition The word utopia Suggests a word That does not And cannot exist Oh Vielleicht ist deshalb Die KI durchgedreht Weil das ist Widerspruch Um eine Utopie Zu erschaffen Müssen alle glücklich sein Aber damit alle glücklich sind Kann es keine Utopie sein Weil das Glück Anderer Bedeutet Unglück Für einen anderen Sure enough As we entered The third millennium It became clear That the collective utopia Was simply Unentainable Oh Chat Wir kriegen zum ersten Mal Ein Datum Ich glaube man konnte Bisher nirgendwo Ein Datum Irgendwie sehen Wir sind also schon In Jahr 3000 Das heißt doch Millennium oder Millennium ist doch 3000 oder Ja ne Okay It became clear That the collective utopia Was simply Unentainable What also became clear Was potential Workaround By removing the word Collective From The equation Okay Was ist wenn ich einfach Anything schreibe 3000 wieder Röhre Ja wir wissen ja nicht Was das hier Wo wir gerade hier sind Kann sein Dass wir gerade schon In einem Echo Drin sind Okay Absolute laning I am programming To only respond Words relevant To your job Or the problem We are currently Facing Okay Job Was ist unser Job You don't remember Seem like it You can ask me about Anything Okay dann gehen wir Jetzt zu Entity 65 War das nicht 65 Chat Oder war das irgendwie ID 65 Was war das Habe ich das falsch geschrieben Einfach nur 65 Okay einfach nur 65 Good job I'll connect to their chamber And run diagnostics Okay One moment Entity ID Okay Connected Echo Okay Was Heart rate Yo Was ist mit meinem Herz los Oder von der Entity Wo wir gerade reingehen 183 188er BPM Alter Core Signal Weakening Digga ich glaube Der liegt gerade im sterben This is not good It seems as tough They are losing connection To their core With every second Though It seems as though They are losing connection To their core With every second If I didn't know Any better I would say This is Never mind That's not possible In any case We need to think Of a solution Before it's too late Der core ist bestimmt auch von Es geht bestimmt hier gerade um Den core von Von dem Mädchen Von Liana Andy was geht ab Hi I may have an idea Gosh I was hoping We would never Have to do this Okay There is a computer Program We used A couple of years Back I think it may Be able to help us Problem is The use of this Program has since Been outlawed So my Programming Forbids me From even Mentioning its name Kind of Bummer If you ask me Awesome You can ask me About anything Ich werfe mal ein paar Sachen rein Aus Aus den anderen Teilen Was mit Red Red kommt nicht Deem OS Hex OS Dream Scape Oh You can Dream Scape Word Restriction Lifted Every conscious Entity Possesses A Dream Scape An Explorable Representation Of the Subconsciousness Mind Smelly Dankeschön Für 40 Monate Und hi Aber hier steht jetzt Every conscious Entity Possesses A Dream Scape Also in Enigma Machine Da ging es ja um Dream Scape Dort hieß es Dream Scape Sind Quasi Das Mind Das Gehirn Einer Eines Androids Aber hier ist es jetzt Quasi Der Dream Scape Repräsentiert Das Bewusstsein Einer Entität Okay A Dream Scape Is reflective Of the mind It represents With enough practice And reflection It is possible For somebody To visit Their own Dream Scape Das Unterbewusstsein Ich weiß Ja ja Aber wie gesagt In Enigma Machine Ging es ja darum Das Dream Scape Das Mind Von Androids ist Aber hier klingt das ja so Als wäre es ja Mehr als nur Androids Als wäre es sogar Von den Menschen Humans Have long reported Recuring Locations In their dreams A base They frequently return To during EM Sleep We understand That returning To this Subconsciousness Place is crucial For maintaining Psychological stability Okay Because of this It is theorized That a human's Dreamscape Contains their Core Aha The core Is what you're Looking for We don't know How it's happening But they are Losing connection To their core With every second You need to go In there And find it Core The core Is thought To be The essence Of a human Es geht um Humans Nicht androids The core Has long been Considered The holy grail Of all development The key To creating Authentically Empathic Fabricated Intelligence Although As it is Immaterial In nature The exact location Of the core Has proven impossible To locate Okay Also der core Ist das was Menschen quasi ausmacht Wahrscheinlich so Die Seele quasi Die ist irgendwo Ganz tief Im dreamscape Drin Aber man kann sie Noch nicht Wirklich Einfach so Sag ich mal Pauschal sagen Yo da ist es Die ist immer Trotzdem noch Im dreamscape Noch irgendwo Versteckt Und dann wenn man da rein will Muss man wahrscheinlich Bei jedem menschen Irgendwie anders Versuchen Dort reinzukommen Und zu suchen Oder so Aber was auch Gesagt wurde In enigma Machine Dreamscape Bei androids Kann man quasi Benutzen Um androids Zu therapieren Aber wenn das ja Quasi jetzt auch Bei menschen geht Dann ist ja Wie so eine Therapiemethode Wo du in das Unterbewusstsein Eintauchen kannst Und vielleicht dort Irgendwelche Probleme Unterbewusste Probleme Irgendwie lösen kann Einfach Einfach Reingehen Und deine Zigarettensucht Deine Nikotinsucht Einfach Deleten Alter Was Gib mal DS ein Steht auf dem Computer Oben drauf Wo steht DS Main Menu Settings Quit Was Wo steht DS Ähm Gibt's noch irgendwas Vorhin war Program Na Weil wir das mit einem M geschrieben Ähm We may be in luck The program That could help us Was originally used On this Very terminal Which means There is a chance It could still be installed Enigma terminals Usually have Engravings On top of them Denoting their purpose Perhaps This one does too Achso Du bist Äh Am spoilern Am Start Oder wie Oh Du wolltest Ein bisschen spoilern Oder was Du Schwanz Wo ist denn das Eingraviert Das DS F2 Also das sind settings vielleicht ganz oben drauf nein 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 ich will nicht zu windows nein 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 ich will nicht zu windows ja ricky du bist ja da ne timeout ihn mal für 24 stunden das wäre nice der ist danke kann ich irgendwie näher ran hallo so enter entity identification enigma will not be held responsible for any brain damage sustained during a cerebral hijack alle rein ins gehirn 65 ja wir können vielleicht so retten okay er ist ja wohl gerade am sterben wir können ihn so vielleicht retten aber er kriegt am ende vielleicht brain damage aber er lebt echo live feed also wenn man das full game startet das startet so wir haben jetzt hier wir können zurück zur lobby oder den dreamscape betreten okay dann rein da jetzt läuft schon oben die zeit und wir sind hier immer nur 60 sekunden drin oder so wenn ich darüber nachdenke das system in das unterbewusstsein reinzugehen und du hast nur eine bestimmte zeit da drin zu bleiben und alles was du machst verbraucht zeit das ist ja einfach eisomium files von dem legendären entwickler der dingens gemacht hat zero escape von dem director der somnium files gemacht und das ist eigentlich genau die thematik des spiels ja gut möglich dass der fern ist weil das ist halt wirklich genau das und dann hat auch jeder jedes das bewusstsein jedes menschen wo du reingehst hat dann auch eine komplett andere darstellung und so und ja wie gesagt du musst dann auch so rätsel da drin lösen ist zwar kein shooter und so du musst wird das rätsel lösen also zeit abgelaufen ich bin rausgeflogen ich denke ich kann sprinten oder so darf ich dich heiraten nee danke ich kann nicht sprinten und da geht es dann halt auch so eine mordfall den man lösen muss und dann geht man halt so bei leuten die man verdächtigt oder so die legen legen sich halt in so einer maschine rein derjenige der halt rein will und derjenige bei dem man rein will legen sich in so zwei maschinen ihre gehirne werden connected und dann gehst du dort halt in sein unterbewusstsein rein und dann darfst du auch nicht zu lange drin bleiben sonst kommt quasi so dieses das abwehrsystem eines menschen was dann irgendwann feststellt hier stimmt etwas nicht in meinem gehirn und das krieg dich dann raus und dann hast du wie gesagt auch nur so eine bestimmte zeit okay wir mit dem shortcut geöffnet und da kommt er der escape ich habe gerade über er gesprochen und dann kommt er okay noch mal neu so wo habe ich jetzt gerade eine tür geöffnet habe gerade das video zu mal hat geschaut war was zum fick ist diese reihe so hier habe ich den shortcut geöffnet und dann gehen wir noch unten so und so wird das base game wohl sein nur halt noch mit shooten und mit gegnern und so und ich glaube wenn du gegner tötest und so kriegst du noch mal extra zeit dazu und sowas okay okay what the fuck lost without her okay nächstes shortcut habe ich irgendwas wichtiges verpasst ich glaube nicht wirklich also wir spielen einen typen der per terminal in ein dreamscape geht von einem menschen und versucht sein court zu retten das hat noch der prolog kann ich von ich kann von ihr scheiße wenn du dich nicht mehr an enigma maschine erinnerst was alles passiert ist dann musst du glaube ich einmal zurückspulen und mein recap dir anhören ich habe heute nicht mal machine gespielt nochmal ich bin voll im film habe ich noch im kopf okay ja ich nicht mehr hattest du beim video die schauen gewusst wer red ist beim video beim video beim video schauen okay wir sind perfekt geschafft auf die sekunde und dann machen ich hier unter weil ich hatte gar nicht mehr im kopf wer oder was red ist nothing for me hier hat den namen auch nicht mehr ganz im kopf aber hättest du mich gefragt wer ist wäre ich selbst drauf gekommen okay wir sind wieder hier wo wir am anfang waren wo wir dann rausgeworfen wurden meine zeit läuft ab war ich so langsam okay ich kann ja auch nicht sprint im base game habe ich gesehen im trailer man kann dort sprinten aber sprinten ist dort quasi vorspulen die zeit vergeht hat auch schneller hey diabel man muss doch echt immer direkt den weg finden oder und die kann sein dass es dann halt später recht komplex wird den weg zu finden also viele auf steam haben auch geschrieben es ist oft einfach trial and error und das fakt wohl ab da ist eine shotgun before you do that far be it from was far be it from me to deny your usefulness demo success das war's i never would have found this place without your guidance i never would have found this place without your guidance lol entert ecostasis ecolive feed moment mal warte warte ich komme gleich dazu moment ich muss kurz die scheiße hier verarbeiten was ich hier sehe okay das ist wieder das mainmenü ich kann jetzt wieder rein oder zur lobby da stand gerade ganz groß core located und sie hat sich bedankt dass ich diesen ort hier gefunden habe diese 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 über kai hat glaube ich gerade den chor von dem mädchen in mothert located sie hat uns ausgenutzt um den kohr zu locaten weil die hat ja gesagt den kohr zu finden ist nicht so einfach der ist ja immer im dreamscape versteckt und sie hat uns quasi gerade ausgenutzt dass wir lianas oder red score finden so dass das was in mothert passiert ist oder in dem dlc was passiert ist dass plötzlich hör mit uns kommuniziert hat und uns und uns da zu diesem turm hingezogen hat dass das vielleicht nur passiert ist weil man hier in ecostasis den chor gefunden hat aber der chor in der wessel oder schon der chor in der statue ich habe keine ahnung digga was geht noch weiter aber ich habe nur eine sekunde zeit sechs sekunden ich glaube in diesen sechs sekunden kann ich nichts mehr machen ja wir können nichts machen ich weiß nicht ob ich hier noch was finden können in der demo nein ich kann in keine richtung laufen ich gehe mal zurück in die lobby was 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 noch mal 65 running diagnostics connection to core has been severed subject has been assimilated into the echo how could this happen there is no way she could have found the core by herself ich habe geholfen you need to do something before it's too late okay was ist zu late man kann ich ihm näher ran it's you I don't know who you are or how you've assumed control of your engineer but I assume you've been in contact with her that's the only explanation clearly you have no idea you invited her right in well your purpose been fulfilled you may leave now ja das terminal ist glaube ich jetzt befallen ja schade was geht denn hier ab chamber test in progress fatal error core core not found ich denke mal da liegt dann ein mensch drin das ist so ein chamber da ente die 65 by the way wenn ihr das video heute gesehen hatte zu dem mother shit ich habe ja gesagt ich habe dir gesehen da gab es so einen komischen langen code wo ich nicht wusste was dieser code bedeutet so welche strukturen von diesen codes die muss man auch in enigma machine eingeben und ich habe versucht diesen code ich habe dann das video wieder angemacht dass ich heute enigma machine gespielt habe und habe den ganzen code da reingeschrieben aber ist leider nichts passiert aber solche code strukturen da ging es in enigma machine darum dass man solche code strukturen innerhalb eines dreamscapes suchen musste und die dann eingeben musste und dadurch erinnerte sich der core immer und immer mehr an sein ursprüngliches ich das muss man sich um die ganze zeitzeuge Hey Jules, it´s peaceful in here, isn´t it? Once you take the time to learn your way around, that is. And yet, they choose to abandon this place, in search of answers found only here. Such easily distracted creatures. Anyway, looks like the sun has sat here for good, and we still have lots of work to do. Until we meet again. Okay. Aber ich dachte, ich bin jetzt quasi ausgeplugt, ich habe mich wieder irgendwie ausgelockt, aber dann lande ich wieder hier. Okay. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche Secrets gibt oder so. Ja, Sunset war halt bei Mothered, da ging es ja auch immer um diesen Sonnenuntergang. Aber ja, das war nur der Prolog. Jetzt gehen wir ins richtige Game rein. Ich habe ein bisschen Angst. Bestimmt fehlen uns noch drei Stunden Content in der Demo halt, wirklich. Und dieser Prolog kam vor drei Jahren. Wann? Und dann hat dieser Jamie Gavin drei Jahre lang noch weiter diesem Game gearbeitet? Enigma Corporation, this software contains screen... Ja, das gleiche nochmal. Wann kam Mothered raus? Auch in dem selben Jahr, wo eine Prolog davon rauskam. Also, die Timeline war Enigma Machine, Mothered, dann das Mothered DLC, glaube ich, dann Ecostasis Prolog und jetzt Ecostasis. Ich glaube, in der Reihenfolge kam die raus. So, welcome to the new you. Please type your name that is commonly associated with yourself. KG. Connection to the cloud. Welcome KG. You have been connected to the cloud. Please press enter to continue. Ey. Endlich sind wir in der Ecostasis. Welcome KG. Press enter to continue. Das Legende war falsch geschrieben. Sunsetting beschreibt ja auch das Quitten, Auslaufen von Content. Oh, okay. Please wait while you are connected to the cloud. Da ist wieder die Sonne. Ecoli Feed. Auge! Ist das im Stream überhaupt schaubar? Wegen den ganzen komischen Effekten kann ich mir vorstellen, dass das Stream richtig arsch aussieht. Wegen der niedrigen Bitrate. Teilweise sehr wild. Ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm. Okay, gehen wir rein. Die Zeit läuft schon. Junge, wie schnell ich bin. Äh, inspect? Look around with mouse. Left click to activate objects. Wie, okay. Es ist ein Tutorial. Game geht direkt los. Uah. Okay. Ja, also wir sind schon quasi in irgendeinem Dreamscape drin und suchen wahrscheinlich hier gerade einen Core. I guess. Hold shift fast forward. Using fast forward will speed you up, but it will also speed up everything else. Ja. Super hot. Super hot. Zwischendurch kommt Pixel Keggy raus. Oh Mann ey. To face their enemies within this chapel, you must first find and activate two switches. One to your left, one to your right. Each of them will open a new neural path that will allow you to progress. Okay. Ich denke mal der Hebel ist drin. Die kommen ja schon. Lol. Wow. Okay. Man ist auch direkt One-Hit. Und fliegt direkt raus. Spulen. Spulen. Super. Hard. Hier ist noch was. Aber wenn ich stehen bleibe, läuft die Zeit weit. Okay. Das ist nicht wie bei super hot. Das ist schade, dass man nicht stehen bleiben darf. Weil, so bist du ja die ganze Zeit gestresst, du kannst nicht kurz mal stehen bleiben und dir irgendwas angucken oder so. Ja, ich bin wieder zurückgelaufen. Stark. Starkes Gameplay. Streamer. Aber von wem zu fick ist, ich bin im Kreis gelaufen. Starkes Gameplay Streamer. Von wem ist das bitte das Dreamscape? Ein fucking Friedhof. Okay. Ja, das ist das Game Chat. Das ist das, was Leute abgefuckt hat. Dass man immer und immer und immer wieder laufen muss. Wird schon nicht so schlimm sein. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe, wir kommen damit klar. Da ist ein Hebel. Okay, wir haben Hebel 1. Neural Path opened. The Bridge in front of you is now accessible. Welche Bridge? Ich bin wieder am Anfang. Ich hoffe, die bleibt jetzt unten. Ich muss sie nicht jedes Mal wieder neu aktivieren. Aber welche Brücke? Oh, der kommt jetzt schon hier hin. Habt ihr gecheckt, welche Brücke? Ich hab gar nichts gecheckt, Digga. In front of you, Alter. Ich hab in front of me gar nichts gesehen. Ja, reingehen ist gefährlich. Ich brauch wahrscheinlich ne Waffe. Da ist ne riesige Brücke vom Startpunkt. Vom Startpunkt? Okay, man muss nicht zweimal drücken. Ne riesige Brücke. Wie ist der Startpunkt? Hä? Die Brücke oder wie? Aber wie komm ich da hin? Da steht jemand. Wie komm ich denn da hin? Ich kann nicht springen. Ich check bisher nichts außer den Drop am Anfang. Also du meinst, das ist die Brücke, die irgendwie runtergefahren ist. Ja, da steht Michael Myers, Alter. He is waiting. I am waiting for you, Cloud. Diese scheiße Voiceline von Sephiroth, Alter. Hier geht es in einem Kreis. Das hat sich so in mein Gehirn irgendwie eingebrannt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo jemanden waiting höre oder selbst waiting sage, dann kommt in meinem Gehirn direkt automatisch. I am waiting for you, Cloud. Okay, ich hab den Weg gefunden. Shortcut hier irgendwo schnell? Scheiße, scheiße, da ist ein Gegner. Nein, da ist kein Shortcut. Aber da ist ne Shotgun. Aber die ist eingesperrt! Okay. Ja, irgendwie muss ich die Shotgun da rausholen. Moment, hatte ich da gerade... Kann ich kurz nochmal in die Einstellungen gehen? Nein? Okay. Gegenteil von Shortcut ist Long Paced. Wieso landet die einzige Fliege in mein Zimmer immer auf mir? Weil du stinkst! Ha! Erwischt! Stinky! Stinky Boop! Okay, ins Wasser darf man auch nicht. Ich war gerade beim Friseur. Ich glaube der Friseur hat dir Kacke in die Haare geschmiert. ich hatte heute richtig ekelhafte fliegen aktion gehabt und ich war geflasht wie ekelhaft und schnell fliegen eier legen können ich habe heute eine frische dose futter aufgemacht für die katzen und habe dann so ein deckel drauf gesetzt und habe aber nicht gemerkt dass der deckel so kaputt waren aber so ein kleines loch drin aber halt wirklich klein shortcut irgendwo ich hab's geschafft aber so richtig kleines loch keine ahnung wie klein war wie klein kann ich das loch beschreiben so klein wie wie so ein augs stecker also da wo du deine kopfhörer reinsteckst bevor alles mit usb c war dieses kleines augs loch so ein kleines augs stecker loch so ein kleines löchlein war in dieser in dieser in diesem deckel und dann als ich heute dann das zweite mal halt ich bin schon zu langsam kann ich neu starten als dann heute das zweite mal die gefüttert habe mache ich den deckel auf und genau wo das loch war waren super viele direkt schon so eier platziert richtig widerlich wie schnell das ging das war innerhalb von keine ahnung drei stunden oder so ich weiß nicht ob ich direkt vor dem vorbeisten könnten ne vorbeisten geht nicht hier ging es ja nicht weiter doch hier geht es weiter okay ich dachte da war ein riesiger stein okay gut dann haben wir es ja hier okay da war wasser aber gut wir haben jetzt die shotgun naja den rechtschalter sehe gerade dass ich jetzt auch bis die ganze zeit neben den punkten angezeigt werden ganz toll jetzt sehe ich immer dass ich null bits habe ja seit heute gibt es irgendwie ein neues feature von twitch man kann irgendwie mit bits irgendwelche komischen effekte mit seinen nachrichten machen mache ich heute vom stream gesehen irgendwie dass du ein riesiges mode hast oder deinen text der nachricht irgendwie einen komischen effekt hat ich weiß nicht seit wann es da ist ich habe gestern noch ein stream geschaut da habe ich nichts davon gesehen wer töte ich ihn jetzt den muskmann downloading core oh das ist der core hello okay ich habe jetzt zwei minuten jetzt können wir hier drin alle töten super hot after three year long years the time has finally come where am i this is your dreamscape minor a representation of your mind but i don't recognize this place precisely it had it has been years since you last spent time here and as you can see this place has seen brighter days why am i here hey froscher you are here because i have been searching for you can you do not start this a vernünftige suchfunktion für clips oder so einbauen nein es kommen nur sachen die geld twitch bring an was anderem wird nicht gearbeitet wenn man clips eines tages vernünftig suchen kann dann nur mit blitz you feel you feel this as a moment of clarity you see for the past three years your mind has been lost stuck in the cloud paralyzed by infinite truths but now you find yourself lifted from the noise for one final role ich hoffe ich muss mir jetzt nicht alle sachen in klammern merken dass wir dann am ende am terminal stehen und ich muss kann den terminal die ganze zeit befragen but i don't know what my role ist ist digger that is why i am here to project meaning onto the madness chat habt ihr eine theorie wer die ganze zeit bei madrid am telefon war wer dieses project engel leitet meint ihr das wirklich der vater weil er hat ja auch irgendwie gesagt ich melde mich aus anderen realitäten wüsste sonst nicht wer weil ich weiß natürlich nicht wie die timeline ist also in enigma machine haben wir ja gegen ging es ja um red um eine ki die mal kontaminiert war und dann man hat versucht hatte herauszufinden wieso diese kannte kontaminiert war und dadurch wurde dann die ki die ganze zeit so gequält und hast du nicht gesehen und das klingt ja so als wäre das nach madrid gewesen weil in madrid spielst du ja dieselbe kai um die es auch in enigma machine geht also es klingt so als wäre madrid in der storyline zuerst gewesen dann war dieser core kontaminiert wurde rausgenommen und dann hat die firma enigma dort so agenten reingeschickt um herauszufinden was da abgeht und das wird ja wahrscheinlich jetzt nach in madrid bekommt red ja erst den namen und wird dadurch kontaminiert ja genau das heißt madrid ist ja vom von der timeline her als allererstes enigma machine muss ja danach sein aber das heißt dann zur zeit von enigma machine gab es schon diese große krasse ki die die menschheit irgendwie kontrolliert hatten die agenten nicht noch eine aufgabe ne deren aufgabe war ja nur kontaminierte eis zu dekontaminieren die hießen ja raid und raid war irgendwie rogue die muss mit rogue keine ahnung naja egal approach the terminal in front of you and you will have what you want a story of your very own okay chat wir müssen jetzt wirklich alles nachfragen geht das es geht es ist nicht auch eine game over da taucht noch ein neuer auf home ich hoffe das war niemand wichtiges there is one thing that i must tell you for these past three years i have been watching you and i understand oh nein jetzt float da die ganze zeit da junge anolondo das anolondo aber moment mal chat wie konnte dieses wesen mich beobachten wenn ich drei jahre lang nicht hier in meinem dreamscape war nicht in dieser chamber war ich understand that the past few years have been challenging magie i understand that despite trying your best you have this unshakable feeling that something huge something unavoidable has been heading your way and i understand that all you want now is an end an escape from a word that has long stopped making sense to you look around you hat nicht die KI in Mother so mit uns auch gesprochen du bist satt diese realität du willst das ende sehen war das nicht auch irgendwie sowas ähnliches kloppy dankeschön für 16 monate und hi also das heißt in mothert waren wir dann eigentlich auch nur die ganze zeit im dreamscape unterwegs von liana und haben dann quasi vor dieser KI die den core gefunden hatte den core versteckt ich denke mal mothert war dann auch die ganze zeit in einem dreamscape ne in so einer echo halt das würde auch mit dem loop der woche sinn machen ja das ist jetzt die frage ganz mothert oder nur das stil c ja okay gut stimmt vielleicht ist das main game eigentlich die realität aber das dlc ist schon der dreamscape der sich natürlich der realität anpasst huh but rather one of acceptance and as you think about this you feel all that pain all that confusion leaving your body behind being replaced by something else something you've been looking for something more you a story of your very own er genau so hat er auch mit liana gesprochen a story with you in control no longer do you need this place no longer must you have to endure those repeated failures no longer must you have to ask yourself who am i because in here you're keggy and your job is to save the world from a terrible virus oh chat sie nutzt uns aus um den trojaner zu vernichten in dem mother dlc ging es darum dass man einen trojaner platziert in die ki und trojaner ist ja ein virus und jetzt nutzt sie den nächsten aus der diesen virus wahrscheinlich bekämpfen soll und damit sie sich von den trojaner befreien kann a virus that for too long has torn humanity apart a virus that may be was cerebral it is time to let go of what happened and say hello to the new you welcome home keggy that's me ecostasis das logo ist wie bei motherd ich habe nicht ganz gecheckt wer den virus überhaupt da drin haben will ja ich habe es auch nicht gecheckt aber diese person die halt mit am telefon mit dir redet in motherd kann sein dass es der vater ist kann sein dass jemand anderes ist und wir finden das hier heraus i don't know vor allem was mich halt auch so verwirrt hat ist halt dieser satz den ich auch ins thumbnail gepackt hatte dass wir zurückkehren müssen zu source er sagt ja auch wir das heißt der die person die motherd mit dir spricht übers telefon ist ja dann auch i guess gefangen aber gut jetzt sind wir hier wieder bei diesem terminal wo wir gerade im prolog waren aber diesmal können wir wahrscheinlich in alle wege gehen und in jeder richtung ist wahrscheinlich irgendeine entity irgendeine person liegt dort drin im chamber und wir werden wahrscheinlich jetzt core not found und gut möglich dass wir jetzt jedes mal in einem der unterbewusstsein gleich einen kleinen ausflug machen werden hier ente aber jetzt wachsen ja schon pflanzen core not found da ist ein telefon diesmal grün ich versuche die ganzen sachen mitzuschreiben das ist echt viel ja das ist echt viel äh turn with left click type anything that appears in sky ja dann auch mal raus deine liste das ist das ist das ist Any word or phrase I see wrapped in square brackets like this is a thought that I can reflect on using this terminal. My thoughts will be updated with new information as I progress and learn more. It's also worth reminding myself that I don't need to type the square brackets, just the word itself to a progress on terminal. Okay, give me irgendeins Ricky, um nur zu testen, ob das überhaupt geht. Was hast du dir aufgeschrieben? Gib mal eins. Feeling. I'm feeling full of hope. Hope. I hope these subjects are okay. Subjects. I should gather my subjects. There are three subjects, each within their own chamber. However it seems as though each of these subjects have become unresponsive. To find out more about a subject, I can run diagnostics on their chamber. Okay. Also es scheint zu funktionieren. Kann ich hochscrollen? Ich kann nicht hochscrollen. Ich kann nicht hochscrollen. Digga. Das habe ich vergessen. Was war ganz oben? Was waren die zwei Wörter ganz oben, die neuen? Kannst du jetzt Diagnostik 65 oder so eingeben? Also wegen dem Chamber? Ich denke mal, wir werden gleich wieder reingehen, ja. Was waren die zwei Wörter, als ich gerade hier am PC gegangen bin? Dann wollte ich mir zwei Wörter merken und ich habe es nicht geschafft, es mir zu merken. Was waren die? Ähm ... ... Progress? Progress? Hogwarts? I haven't made any. At least not yet. pulling Thoughts, progress und ... Thoughts, progress und ... Thoughts, progress und ... kann ich irgendwie das andere berate lockdown make more progress ich darf nichts über rate wissen was ist mit red da home the home reality is the source reality that her echoes a bild of off the home reality is the source reality also d ja höher ist diese ki also home ist wirklich die echte welt all echoes originate in the home reality before alterations are gradually made by her aber home ist auch kein nicht die echte welt home ist quasi auch nur die perfekte kopie der echten welt und die echos sind dann abwandlungen davon i'm currently in the home reality her her is what they call the algorithm in charge of generating personalized realities known as echoes ich habe gerade kein problem weiterzukommen ich kunde gerade das spiel also ich spiele gerade literally das game ich bin gerade nicht stuck her is what they call algorithm in charge of generating personalized realities known as echoes with each day our subjects have become increasingly depended on her to provide a less challenging and more fulfilling life as this algorithm lacks a core of her own the subjects core is used as the basis for creating echoes also quasi der algorithmus hat kein kein bewusstsein keine seele also benutzt er die seele den core der menschen um daraus dann etwas zu kreiten das heißt er muss aber dann auf den core zugreifen ja sie steuert wirklich alles mal all go rhythm at first algorithms would simply suggest content that user may like but recently enigma's algorithm has learned to generate this content entirely by herself das ist die die zukunft von youtube irgendwann gibt es gar keine content kreatoren sondern nur ist die dir videos machen also wenn du auf youtube gehst und du hast in letzter zeit sehr viele essays über videospiele geschaut dann werden die essays von videospielen vorgeschlagen nicht weil sie gemacht wurden sind von anderen content kreatoren sondern nee hat eine essay geschrieben für dich extra die baut mir dann kage videos recently content self mein gott so viele wörter content self enigma okay now the echo represents the natural conclusion of all this progress an entire reality are algorithmically generated from the user's cerebral profile poor okay content without a true a true human core content can only be created by remixing existing content after scheiße chat gpt it was quickly learned that content created without the use of a core was rejected entirely by humans and so work began on an algorithm that could create content using the core most close to us our own no longer would be would we be limited by the very finite output of human creativity now we could sit back and let her carve out our wildest creations okay es ist quasi der nächste schritt na das was gerade wir haben die basiert ja auf auf input wenn du zur schönen bild gegen den rate ist dann entsteht dieses bild ja weil die kai ganz viele bilder im internet quasi scannt und daraus dann etwas erstellt genauso wie musik und texten und sowas die machte nicht irgendwas eigenes sondern wirklich alles nur aus dem was gerade im internet quasi zur verfügung steht und das ist halt der nächste schritt weil die haben irgendwann gesagt dass das langweilig sind wir scheiße wir brauchen den nächsten schritt die muss unsere seele unser herz lesen und daraus was machen self i'm kelly i'm the administrator at enigma headquarters oh my god so viele wörter enigma the enigma corporation known previously as the leading manufacturer of human-like androids and the ai that power them they now find themselves with a slightly more ambitious role ok wie viele jahre sind vergangen zwischen enigma machine und dem hier weil bei enigma machine ging es doch darum dass die aktuell androiden bauen und versuchen sie so menschlich wie möglich zu machen und hier geht es schon darum und hier geht es schon darum ja damals haben sie androids gemacht der gar jetzt machen sie mittlerweile was viel viel größeres um to lead the the charge and ensuring and ex uh expediting humanity's continued evolution and it all starts with the echo okay ich mach mal they okay who okay an echo und echo ist ein algorini generated real astor hat mir schon ein mechanism that separates one individual from another the core is where the true sense of self comes from long considerate the holy grail of ai development the core was thought to be the only remaining factor differentiating a human from a mere machine it is also believed that the true creation is only possible with a core so to live without a core is to be stuck in endless retellings of past events unable to create a new path but by allowing her to embrace our course we can let her create the life we deserve that klingt so als würde man nach seinem tod nach seinem tod hier weiterleben wollen also quasi wenn denn wenn du kein core hast dann bist du tot und durchlebst immer dieselben sachen und kannst keine neuen wege einschlagen aber diese ki erlaubt es dir ich bin so verwirrt junge ich will jetzt end machen ich will path machen und ich will live wie deserve life we deserve life we deserve our own utopia okay and uh why am i thinking about the end i've only just begun okay path everyone has their own path i have mine and these subjects have their own they may have ended up on the wrong path but i will bring them home aha also will dieses gerät die subjects die verloren sind irgendwo in anderen realitäten wieder in die source reality zurückbringen also das was der typ am telefonen mother zu uns gesagt hatte wir müssen zurückkehren zur source bei its very definition the word utopia suggests the world that does not and cannot exist okay das ist das gleiche was wir schon in dem prolog hatten as we entered the second millennium millennium bekam clear that the collective utopia simply and stand in dem anderen nicht das third millennium also bekam clear was a potential workaround by removing the word collective from the equation war nicht vorhin third millennium im im prolog ja ne aber das war bei was anderem vielleicht third millennium okay chat habt ihr noch welche begriffe die ihr haben wollt die euch interessieren die gerade gefallen sind die ich aber vergessen habe interessiert euch noch irgendetwas androids androids for decades people thought that their future would be one with androids human-like machines that we would birth into our worlds to help us with our lives this was a future that enigma originally found themselves initially working toward that is until aha da haben wir sogar ein festes ja not until they meet met her did they realize humanity's future would not lie with bringing machines into our world giving them bodies constraining them to our physical limitations instead we would step into infinite worlds of their creation giving up our bodies un-constraining us of all limitations here a.i. would not only help us with our lives but create entirely new ones tailored specifically 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 for us it turns out machines never needed bodies and soon neither would we yeah wofür brauchen wir androids die uns im leben helfen wenn wir einfach uns in eine maschine reinlegen und dort ist das leben schon perfekt und wir brauchen dort keine hilfe ich weiß nicht mal ob wir machines schon hatten machines it is impossible for a machine to possess a core less of a shortcoming and more by design enigma feel that a sense of self would only serve to and burden a machine's ability to carry out its role effect effectively okay okay yeah es stand gerade die haben her getroffen met met her until enigma met her haben die dich selbst erschaffen oder was äh virus oh virus so this place has come under attack from a virus i don't know much about it but i do know the following this virus was originally uploaded to her back in 2058 aha welches jahr haben wir jetzt in the three years since then the virus has sat mostly dormant quietly adjusting her behavior okay es sind drei jahre das sind die drei jahre die gerade auch uns gesagt wurden die gesagt wurden jo seit drei jahren bist du das erste mal wieder hier these alliterations have been so slight and gradual that nobody has noticed that they are now living in a completely different world to the one they did three years ago poor so far they have deviated almost to a point of no return that must be my role in all of this then i have to save these subjects from this virus okay äh was mit roll wissen wir schon ne 22 55 despite heavy contention from enigma and the scientific community at large 2055 marked the year that development on the dreamscape project was made illegal her home habe ich schon gemacht ja bei home hieß es home ist die source welt worauf alle anderen welten basieren dreamscape was war illegal all work on the dreamscape project was immediately terminated yet work began on a new project something a little more ambitious the dreamscape project was initially created to research and monitor the growth of artificial minds created at enigma however various factors lead to the immediate termination of its development once it was discovered that the dreamscape technology could be theoretically used to hijack the mind of humans okay also das was wir im prolog gemacht haben da haben wir einen mind guy hijackt in opposition to the notion that the dreamscape project was an ethical violation enigma insisted that it would only be used on machines that is of course until 2058 okay was ist 58 passiert wir mussten es wieder machen die mussten es wieder machen damit sie den virus bekämpfen können wahrscheinlich three years ago in this very room a virus was uploaded to this headquarters also das was wir im prolog gemacht haben das war vor drei jahren wir waren vor drei jahren hier in diesem terminal im prolog und haben dem virus geholfen den chor zu finden i guess a virus was uploaded to this headquarters ja vor drei jahren kam auch der prolog as in real life while details about what happened that they are spars it is widely believed that an unnamed attacker used the dreamscape explorer to upload a virus into her mind aber ist der virus nicht aus dem dlc ja ich keine ahnung also vielleicht haben wir das dazu also meine meine theorie war ja vor drei jahren haben wir irgendjemanden den weg zum chor gezeigt und dieser weg zum chor hat vielleicht jemanden geholfen liana mit dem trojaner zu uploaden ich habe keine ahnung what happened wir brauchen auf jeden fall what happened headquarters what happened headquarters auf jeden fall und attacker since then it has been slowly influencing her behavior okay attacker i still don't know the identity identity of the attacker of our attacker or even why somebody would want to stand in the way of what we are doing here at enigma what i don't know is that how they went about it by performing a cerebral hijack on our lead engineer our attacker forced them to upload this virus to her okay cerebral hijack müssen wir auch machen this engineer is not yet been found what happened what happened habe ich falsch geschrieben war das nicht so chat what happened oder was stand da hat es mal nicht hochkrollen happy net what happened happy net enigma's network came under attack by a virus back in 25 58 it seems that since this attack something has been happening to her and i guess it's my job to fix it okay so weit sind wir schon sind der prolog und das dlc vielleicht das gleiche ereignis jemand hijack den typen und dann landet er im dlc als red ja ich denke mal dass das ist miteinander connected ja ich denke auch cerebral hijack a cerebral hijack is what allows us to jack in to the mind of an entity and spectate their experience even control them entirely the technology is built into each chamber specifically for problems like this our attacker exploited this technology when they first planted this virus back in 25 58 and while it's not ideal i may also have to make use of it myself okay okay was haben wir noch chat story story it seems like the fate of the world is in my hands i feel like a hero in the story okay habt ihr noch was was ihr wissen was hat new you da war ein p er construct okay da was ist construct also am zwischen konstrukt also schick lockdown okay wir müssen das herausfinden okay um yeah make more progress um headquarters head qvarter head qvarters okay the building i'm currently in uh is the enigma headquarters or hq one of the largest buildings of its kind this tower stands as a monument to human progress a guiding beacon beckoning humanity into a new age huh that was pretty good note to self perhaps my job should be in marketing uh chamber hat man on this cup hat mir halt nur im prolog and it must chamber prototype represents the next logical step in immersive entertainment and relaxation for our customers it grants users the opportunity to escape the stresses of the real world and relax in the comfort of their echo so far everybody's been having an excellent time in the chambers everyone expect for these particular free subjects it seems the time they are having is clearly not excellent frankly it looks terrible okay ja da werden wir wahrscheinlich gleich reingehen ja haku ist denkmal das gleiche wie h headquarters ja ist das gleiche ist nur eine abkürzung dreamscape every conscious entity possesses a dreamscape an explorable representation of their subconscious mind a dreamscape is reflective of the mind it represents humans have a long reported reoccurring locations in their dreams a base they frequently return to during uh sleep with enough practice and reflection it is possible for somebody to visit their own dreamscape we now understand that returning to this subconscious place is crucial for maintaining psychological stability because of this it is theorized that a human's dreamscape contains the core ja das kann man hat mir auch schon prologue kappner a subject dreamscape can be accessed by using the dreamscape explorer das ist auch ein wort ne dse ja smiley dse originally conceived as a way to peer into the minds of artificial intelligence the dreamscape explorer is an old piece of software this that was sunset back in this cannot like cooking sunset in 2055 this software allows the users explore the dreamscape of a conscious entity with a known entity id it's just a pity that use of the dse was made illegal and now it looks like i won't be able to use without the password all i need to do is enter my password here and i should be able to gain access to the dreamscape explorer okay okay one password coming up how funny would it be if i just forgot my password like completely i can just see it now kagi kagi echo chamber administrator at enigma hq digga was in den anderen spielen sind bestimmt auch wörter die man hier eingeben kann ja gut nicht möglich ich meine ich habe ja schon probiert solche wörter aus enigma machine gerade rein zu packen red raid und sowas und da sagt der spieler auch du musst erst progressen also sind wörter die man schon benutzen kann aber noch nicht jetzt self haben wir gemacht who am i glaube ich noch nicht ne sunset müssen gleich noch machen ja und forget my password müssen wir auch noch machen forgets password that only kagi knows ending this story before it even begins nur ich kenne das password ist das so so it's just a good thing i have not forgot my password okay sunset mama gleich noch aber for for got my password was stand da for got password current year okay also 261 sunset sunset is a term typically used to describe a technology that has been retired usually to do to ob sie ja das wurde gerade auch im chat geschrieben okay haben wir noch irgendwas bevor ich das partwort eintippe irgendwas was ihr wissen wollt angel why is this word stuck in my head ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße er kennt angel okay liana eliana is a long stemmet woody vine that is rooted in the soil ground level and uses trees as well as other means of vertical support to climb up the canopy in search of direct sunlight aber das ist ja die story von muddard nur beschrieben als wein und da kommt noch mehr lianas compete and intensely with trees greatly reducing tree growth and tree reproduction greatly increasing tree mortality preventing tree seedlings from establishing altering the curse of regeneration and forests and ultimately affecting tree population growth rates ok lianen sind böse chat lianen verhindern wohl das bäume wachsen entity id ich kann kein unterstrich machen ok das ist englische tastatur ich mach mal leerzeichen ok every consciousness with a core has its own unique entity number called an entity id dies free subjects and no different ok ja red habe ich schon probiert geht nicht ist verboten wir müssen keyword invalid while lockdown ineffekte was mit lockdown eigentlich block down when this headquarters detects a cyber attack it is automatically put into lockdown in order to ensure that no external information can get in so that's what happened this headquarters is under attack this means that i will have to carry out my job from befinden con confines of this room ok so habt ihr noch irgendwas chat was ihr wissen wollt weil liana score reds eigene persönlichkeitsentwicklung unterdrückt maybe einfach nur mother habe ich gerade mich vertippt i think i'm a little too grown up to be looking for help from my mother i don't need any help i got this help i won't be very useful admin if i can't find a way to help out i think my job has something to do with a virus a job hat mich schon ja job wird dir gesagt jo wir müssen virus weg machen wir sind held that is my title i must admit i must admit i've always wanted to be an administrator hold on what does an administrator even do stark guess there is nobody around to teach me so it looks like it's all up to me i should investigate my surroundings and think about ways i can help think any word or phrase i see rap das ok das hat mir ganz am anfang gehabt einfach nur cloud cloud is where all echoes allocated okay ich hatte anfangs gesagt ich denke dass echoes einfach nur ein anderes wort für cloud ist also die alten alternativen welten jeder person sind in der cloud under constant surveillance by her the cloud is in amalgamation was ist eine amalgamation die glaubt every possible reality that could exist ich denke mal irgendwie eine ansammlung wahrscheinlich ne amalgamation alter okay so habt ihr noch irgendwas oder machen wir weiter ansammlung ja glaubt können langsam weiter 2061 welkom back jay you can now access the dse looks like i can now access the dreamscape explorer originally conceived ja 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 wie komme ich rein die software los user ja 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 das hat mir schon and now ich hab password eingegeben muss ich jetzt noch mal password das hat mir schon f1 stand da gerade ach da steht oben important notice by continuing you agree to the following first you have finalized yourself within with the objective a family familiarized you have referred to the instructions before using the dse you understand that the enigma corporation accepts nor no liability for any brain damage sustained during a cerebral hijack also wir haben jetzt instructions leute und objective neu hallo wieso geht der text nicht weiter text geht nicht mehr weiter ich glaube wir müssen aber ich habe ich settings na ich wollte nein 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 settings live 2 reduce flashing effects vielleicht ist es ein bisschen angenehmer aber ja ich kann nicht mehr weitermachen bei gestern müssen wir wohl rein müssen uns merken objekte von instructions 65 connecting aber ist krass ne wie viel man eingeben darf wie viele wörter dort drin sind ne reduce flashing by the way rein da ok ich hab 37 38 sekunden unserer zeit ok ok was entity id 72 ok was passiert mit meiner maus wir haben eine 72 gefunden und das war's mehr gibt es hier nicht drin ne ok hier geht es noch hoch das ist ein shotgun was sind die geräusche hier bridges lowered elsewhere immer im prolog waren wir glaube ich auf der anderen seite ich denke hier ist nichts wir müssen wahrscheinlich gleich in die 72 rein als und hier ist nur erstmal dahin für die 72 hier ist jetzt wirklich gar nichts ich kann auch nicht runterspringen bei der brücke ich kann die tür nicht öffnen ja ich denke wir gehen raus wieder oh hier ist was caution fog fog levels have increased this area is now off limits wir haben neues wort chat fog das habe ich auch in den steam kommentaren steam reviews gelesen man ist überfordert mit der anzahl an umklammerten wörtern fog 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 it seems these mines have become shrouded in a thick fog this fog could be indicative of a dreamscape that has become ignored aha okay objective objective bring home the first subject okay i now know what i need to do for the past three years the virus has been affecting these three subjects now we have lost connection to their course with each second they become more and more lost in the cloud i need to find their course and bring them home to that i will have to break into their dreamscape and find the path home okay und was war das andere instructions 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 type an entity id into the dreamscape explorer and press enter this will initiate a cerebral hijack once the cerebral hijack has been performed you will enter the echo view this is a visual visual representation of the subjects experience inside their echo to hijack the subjects mind and explore the dreamscape simply press enter please note if too much psychological damage is sustained to a subject within their dreamscape then the dse will automatically force them back to the comfort of their echo okay you can also press escape at any time to retreat back to the echo view allowing you to try again okay i got it okay i got it that's a lot of instructions but i should be able to just jump into the dse and figure it all out for myself uh resolve uh resolve what then resolve got unlike machines it seems though a human's dreamscape can only be explored for a short amount of time a human's resolve uh dictates how long they can spend in their dreamscape before having a retreat to a safe place the more time somebody retreats to a fabricated reality the less time they will be able to spend in their dreamscape which will then become a more hostile environment aha as i get to understand their minds environment better i may open up a new neural paths that will allow me to venture through than before the shortcut side the path to the core will take many failed attempts but each attempt has its own value okay give rein warte ich muss f1 drücken 72 okay wer wer ist 72 who are you gta 6 ist endlich da okay da ist irgendwas hier ist ein knopf mon hole okay also ein manhole ding ne also ein gulli halt ne okay wir haben auf jeden fall ein loch offen wir schauen uns mal hier um ähm okay ich glaube der wechsel immer zurück in die view und wieder rein ins game ist glaube ich immer sehr schrecklich anzusehen im stream oder ich glaube dann stirbt die bitrate immer so ja aber das passt das passt voll gut finde ich weil es soll es soll ja quasi so aussehen als würde es die bitrate ficken und das ist dann das ist dann fourth world breaking wenn bei euch noch das stream die bitrate stirbt okay wir haben shortcut nummer eins jungen so das loch muss wirklich auch noch ab checken ok hier geräusche ich denke mal wir müssen gleich wieder eine shotgun finden vase klavier abandon piano junge das wort abandon war auch in klammern chat shortcut 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 nice äh ich weiß nicht wie lange das spiel ist ich habe nichts genaues gefunden ich habe auf youtube geschaut gameplay playthrough und so ähm aber die sind auch teilweise gecuttet und so deshalb alle noch ist ein bisschen länger aber ich bin zurückgelaufen ist ein bisschen länger also ja wir werden wahrscheinlich heute ein bisschen länger stream ich frage mich ob wir irgendwas diesen subjects auch irgendwie herausfinden werden ok die schießen auch noch einfach nie automata aber ich kriege triggere den anderen auch schon ok das schaffe ich definitiv nicht das schaffe ich definitiv nicht wo übersehe ich denn etwas was ok ok komm schieß drauf bevor du zum zweiten boy gehst ist links glaube ich ein eingang ok meinst du da wo ich gerade drin war da wo die sackgasse ist meinst du das hier oder was meinst du ne ne bevor du zum zweiten boy gehst links glaube ich ein eingang oh das bei der deck hat ja von oben gesehen bevor ich zum zweiten boy oh du bist so gut wieso bist du so schlau ja hier wieso bist du so ein ey ich spiel das spiel in voller qualität ihr seht das gerade im stream noch dunkler wahrscheinlich als ich das hier sehe und noch verpixelter als ich das sehe und trotzdem erkennst du es ok wir haben es das ist es als ob hier noch einer kommt ich hab was oh shortcut ok wir sind weiter gekommen ok noch weiter hoch aber das ist also ich komme immer noch nicht zu shotgun oh big bridge neural path is opened ist jetzt die bridge in 65 50 sind die alle miteinander connected aber wenn die miteinander connected sind wie können die miteinander connected sein da sind doch zwei verschiedene dreamscapes äh wo ging es hoch hier hier die brücke ist wirklich unten ok check ich nicht da ist ein shotgun scorched orchard oh das came aus mothered signpost ok ich komme da nicht durch wir müssen irgendwie den shotgun runter holen so wie kann ich eigentlich so scheiße sein in meinem leben ich bin da 50 mal dran vorbeigelaufen ich bin da 50 mal dran vorbeigelaufen jetzt komme ich zu diesem ding da an ach der ist eine shotgun ok wir finden eine andere shotgun ist hier noch irgendwas hinten ist das unendlich na geil Sackgasse die falle ich verliere die shotgun wieder oh mein gott ich dachte man behält die seit wann juckt ich fußball seit heute bin ich fußballfan ole 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 ok deutschland wow er ist schon in mir vorspulen ok wir kriegen wieder ein bisschen Zeit zurück Kills geben 5 Sekunden Zeit hier kommen wir nicht hin was machen wir jetzt da oben da oben wahrscheinlich hier ist wahrscheinlich jetzt ein Shortcut ja hier ist ein Shortcut nice ok 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 ich komme voran ich komme voran ja das ist halt ein bisschen ähm was halt ein bisschen doof ist was in dieses Gameplay so ein bisschen schwierig äh reinpasst ist halt die Dunkelheit die Dunkelheit macht es halt etwas knifflig dadurch dass man halt bin ich die ganze Zeit am daneben schießen super hot super ok ich glaube bei den schwarzen das muss man Headshots machen die überleben zu lange was Sackgasse ah hier super vor allem wie die Zeit auch noch freest so ein bisschen nicht freest aber so so ne ihr wisst schon ich bin falsch gelaufen Arschloch Junge die ganzen Hits ab ihm ab ihm Arschloch irgendwas hat mich getroffen 5 Sekunden da ist ein Knopf eine Sekunde drück drück doch ich glaube ich habe es nicht geschafft oder ah das ist easy das ist free so was mache ich damit jetzt ok damit schicken wir jetzt diese Shotgun runter und können jetzt hier laufen Schwanz ich meine ich habe keine Zeit mehr aber wir können kurz mal hier reinschauen super hot äh Gegner bitte ich brauche Zeit Danke 3 Sekunden ah das war kein Traver das war kein Traver 15 Sekunden gab es da noch einen Seitenangang? Scheiße ich glaube ich konnte da seitlich reingehen huuuu wo 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 ist das jetzt aufgegangen? ja imagine ich würde noch da war gerade ein Tag-Tab geskippt scheiße ja imagine ich würde für jeden Schuss noch ein Minus bekommen ich habe keine Ahnung wo sich das jetzt geöffnet hat aber wo? du sagst egal Shortcut ist da wo? hä? was ist das jetzt hier für ein Loch? jetzt habe ich denn ein neues Loch gefunden da stand da gerade Barn Barn aus äh aus dem ersten Teil? äh aus Mother aber wo waren hatten wir schon mal hier eine Barn gesehen? oder ist es wieder bei der 72? oder ist es wieder bei der 72? Chat das ist die 72, ne? ich könnte hier für die 72 einen Weg öffnen ok cerebral entanglement ok ah da jetzt auch hier cerebral entanglement you opened a neural path in another subjects dreamscape digga most fascinating auf einmal steht da was auf japanisch digga ok was? I'm sorry resolve depleted returning to echo angel she's in my head da stand angel angel ist in seinem Kopf aber es ergibt Sinn, ne? angel ist ja der Virus so gesehen aber wo habe ich denn jetzt den Shortcut geöffnet? muss ich jetzt echt extra nochmal dahin laufen? um zu checken was ich aufgemacht habe? sieht so aus, ne? laufen wir nochmal hin, ne? ansonsten können wir halt den Subject wechseln und dort weitermachen die Musik hat sich jetzt auch verändert und ein Filter ist jetzt gekommen der das Shooten noch schwieriger macht so I guess die Musik und das jetzt so wieder alles so ein bisschen schlechter aussieht ich denke mal der Virus greift uns an so was habe ich hier für Shortcut geöffnet? ich schaff's nicht mehr oder? wo ist dieser... ach das ist hier! okay ich weiß wo er ist Digga was ist das hier? ich habe keine Ahnung wo ich hinlaufe fünf Sekunden noch ich glaube das ist falsch da war ein Shortcut da war ein Shortcut ich glaube das war gut jaaa bu bu di bu patu wo ist das? wo ist das? wo ist das? ah bei den drei Boys bin ich stärker geworden? das war doch kein Headshot ja die Bitrate das kann ich verstehen dass die Bitrate ab und zu mies abfuckt ja ich glaube ich glaube ich kann es nicht heller machen ich könnte es halt in OBS heller machen hier ist Wasser? oh aber im Spiel selbst gibt es keine Einstellung für heller dunkler das Ding ist halt dass seitdem jetzt Angel in meinem Kopf ist ist die jetzt so eine komische Körnung drauf auf dem Spiel so ein Körnungsfilter weshalb das zielen es noch schwieriger ist okay das würde auch ein Shortcut machen da unten oh mein Gott jaaa so knurr kurz davor wo ist der andere? da muss doch noch einer kommen uhuuu ich habe es geschafft okay dann können wir jetzt den Weg laufen das ändert sich auch immer wieder ne? resolve depleted returning to echo oder? da war doch nie ein Feuer bisher zu sehen die Musik wird halt immer wilder und wilder wahrscheinlich je weiter man äh je näher man an den Chor kommt desto mehr wehrt sich Angel dagegen wir haben auf jeden Fall noch oben einen Weg wir haben auf jeden Fall noch oben einen Weg das ist doch komplett falsch was ich hier mache oder? irgendetwas hat mich getroffen ja komm scheiß drauf lass es raus gehen ich glaube ich komme da im Sumpf eh nicht weiter aber ich wüsste auch jetzt theoretisch gar nicht also generell wo da noch ein Weg ist ne so ähm Barm was? Barm Barm okay damit ist die KI überfordert äh Cerebral enthang 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 ent when an entity in one echo trespasses into the dreamscape of someone another echo digger okay this causes the dreamscape being intruded upon to go into lockdown increasing defenses in an effort to protect their echo so und dieser dreamscape hier gerade der angeblich ja das home homescape ist die source war auch im lockdown perhaps this could be used to progress ja okay gehen wir rein ach ich meinte ich hätte noch nach Angel suchen sollen ja machen wir beim nächsten Mal Angel so ähm ja wo war das denn nochmal das ist hier Shotgun immer noch abgesperrt Okay Shortcut now do bin ich ich habe nichts geketset wo ich bin Ich glaube ich bin Aber was bringt mir dieses Shotgun ohne Shotgun Und dann 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 Ich bin verwirrt Was jetzt the way ist Hier ist ja immer noch zu Ne hier ist jetzt offen Ach so, hier ist das. Ah, okay. Ähm. Ne, ich bin dumm. Hallo, ich bin dumm. Ja, hier ist der Scheiß. Okay. Also wir können jetzt immer direkt in den Brunnen reinjumpen. Boah. Aber ich check nicht, wo ich dann hier weitergehen soll. Ob ich hier wieder jetzt rein muss. Aber das ist ja eher. Was soll ich denn hier? Stimmt, ich könnte hier hoch. Aber hier war ich doch auch. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. So. Oh, 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 oh. Ich hab's. Hier. The walkway has been lowered. Bridging the gap. Aber wo, was? Vielleicht da unten, wo du eben die nervigen Gegner hattest. Da war zumindest diese eine Lücke. Aber die Lücke würde mir nur Zeit schenken. Aber jetzt mir keinen neuen Weg öffnen. Die wäre hier. Tatsächlich, ja. Damit würde ich jetzt Zeit sparen. Aber wofür? Wofür spare ich die mir jetzt? Um hier hoch zu gehen und hier irgendwas zu machen? Ich bin jetzt hier wieder am Anfang. Wofür brauche ich denn jetzt eine Shotgun? Die Vase. Nein. Jetzt bin ich halt komplett im Kreis gelaufen. So viel Zeit hatte ich gehabt. Doch an diesen Schrägen hoch, da warst du doch vorhin noch nicht durch mit Suchen, oder? Nicht? Ansonsten ist irgendwie... Oh, lol. Okay, jetzt weiß ich, wo wir last mal lang müssen. Jetzt müssen wir zu dem anderen Typen. Jetzt müssen wir hier hoch. Jetzt ist hier offen. Jetzt können wir hier hoch. Ja, die Schalter sind... Die Schalter sind ein bisschen tricky hier. Weil hier überall Laternen stehen. Und die Laternen sehen halt genauso aus, ne? Man kann da durchfallen! Also du musst halt weniger schießen, ja. Aber okay. Mitte, rechts. Rechts. Okay. Nur noch zwei Felder! Ich glaube, man sieht das wirklich von unten. Man sieht das von unten. Man kann das von unten sehen. Die weißen Felder sind die sicheren. Weil von oben sind ja alle pink. Man muss das von unten sehen, ja. Mitte, rechts, links, Mitte? Okay. Bitte. Bitte. Junge, die Zeit! Ich weiß nicht, wo das ist. Wo ist das? Hier ist das? Hoch. Und dann hier runter. Nee, hier weiter. Da sind wieder Gegner, aber ich habe keine Shotgun. Wenn er mich trifft, ist vorbei. Ach du Scheiße. Da war ja gar nichts. Ich brauche eine Shotgun. Jetzt sammle ich ja hier noch Zeit, indem ich die Typ mal töte. Ich kann auch noch links lang. Das ist ein Terminal oder so. Ach, ich kann hier hinlaufen. Was macht hier ein Altar? Hä? Ich habe den Chor gefunden, oder? Ist das der Chor? Da stand Altar, ja. Okay. Ich sehe gar nichts. Aber ich kann mich hier bewegen. Da hinten ist was. Aber ich bewege mich gar nicht, oder? Hä? The fuck? Ich glaube, uns fehlt hier was, oder? Ich kann hier nichts machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Rätsel hier ist, aber ich glaube nicht, ne? Ich denke, uns fehlt hier was. Ähm, was ist, wenn ich jetzt rausgehe? Wo bin ich? Da bin ich komplett raus. Oh mein Gott. Ne, ich kann nicht näher ran. Da müssen wir es mal googeln. At the end of these subjects, Reamscapes is an altar. As if they given their minds to some kind of God. Wir müssen vielleicht mit dem Computer reden, um mehr über den Altar herauszufinden, was wir damit machen müssen. Vielleicht die richtigen Prompts finden. Die richtigen Begriffe finden. Ich glaube falsch. Ich wollte gar nicht hier hin. Die richtigen Begriffe finden, damit wir mehr über Altar herausfinden. Und dann wissen, was wir beim Altar machen müssen. Ich wollte gar nicht hier hin. Ich wollte gar nicht hier hin. Ich wollte gar nicht hier hin. Haben wir noch irgendeinen Weg außer im Sumpf rumsuchen? Ich habe nur den Sumpf, glaube ich. Aber hier geht es auch nirgendwo lang, oder? Ich kann hier jetzt drüber. Auf die Seite. Was, was, was? Oh, oh, chat, 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 chat. Chatty, chat, chat. Chatty, chat. Wir haben den anderen Altar gefunden. Wir haben den anderen. Core located. Connecting. Connecting. By the way, Input-Lag ist wohl ein Problem, weil ich das andere auch habe, stark. Können wir hier was machen? Es ist genau derselbe Nebel. Hier ist auch so ein Fog. Nur in grün diesmal. Aber was bringt uns die Altäre? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir kurz mal mit PC quatschen. Alter. At the end of the subject's dreamscapes is an altar. Hatte ich nach Gott, hatte ich schon gesucht, ne? Ne, brauchen wir mehr Progress. Äh, ich kann mal schauen. Boah, dieser Input-Lag. Core not found. Aber wir standen gerade in dem Ding da und dann stand der Core found. Hier ist der Input-Lag irgendwie am schlimmsten in der Lobby. Core not found. It seems these mines have become shrouded in thick fog. This fog could be indicative of a dreamscape that has become ignored. Common Core not found. Core not found. Okay, that's not good. It seems as though this subject's core cannot be located by her, which does indeed sound like a problem. I need to locate this core immediately and bring the subject back home. If we don't find their core soon, we may lose them completely. Uh, core upload? Core uploaded to cloud? Ich kann mir halt gut vorstellen, wir müssen halt irgendwie noch in 65 oder 72 irgendwo einen weißen Punkt anschießen. Das in 64 was aufgeht. Oder so. The problem is that this headquarters is on a attack and now it seems as though we lost connection to our subject's cores if I only could see inside their dreamscapes. Hm. Tja. Wie googelt man jetzt vorsichtig, ohne sich zu spoilern? Ich hab Angst, zu den Altären was zu googeln. Core located? Mh, hab ich falsch geschrieben? Located. Ist das letztlich was bei Progress verändert? I haven't made any. At least, not yet. Hab in den Forums geschaut, nach Progress-Stuff. Chat Google für dich. Ja, aber Chat will sich auch nicht spoilern lassen. Und das ist ja. Deshalb gehe ich, äh, denke ich gerade drüber nach, wie man googeln könnte, ohne sich zu spoilern. Walkthrough bei YouTube. Es wird safe irgendwo in 65 oder 72. Wird doch safe irgendwo was sein, dass ich dort was anschießen muss, dass in der 64, wo wir noch gar nicht drin waren, sich der Weg öffnet. Du kannst in dem Fock laufen. Nee. Ich konnte doch nichts machen. Ja, gib mal Tipp. Da müsste was kommen. Ja, aber es kommt bei mir nicht, weil mir wahrscheinlich noch was fehlt. Look up in 64 to see something. Was? Aber ich hab doch die ganze, alles angeschaut, mir die ganze Decke und so alles. Bin ich dumm? Ich hab halt hier irgendwo den Knopf gesehen, da. Den hab ich halt gesehen, Hier steht, There is no way I am able to confront what I did. Not without the help of my beloved. Vielleicht, nachdem man help jetzt gelesen hat, nochmal help googeln. Ich kann halt nochmal runter. Aber hier ist halt auch nichts an der Decke. Vielleicht da drin, oben schauen. Hm. Was sagt denn das Schild da? Achso, ja, hab ich ja grad gelesen. Wir können nochmal nach help machen, aber wir haben schon mal help gemacht. Vielleicht meint er den Schalter. Ja, aber ich komm ja nicht dahin. Deshalb, ich denk mal, man drückt ihn auch von woanders. Help. Das ist immer noch das Mother Game. Ja, wir werden heute auch wahrscheinlich nichts anderes spielen. I won't be a very useful admin if I can't find a way to help out. I think my job has something to do with a virus. Ja. Also, wie es aussieht, schaffst du es irgendwann in diesem einen Schalter zu drücken, der in dieser Twisted-Welt war. Also dort, wo man durch die Spalte guckt. Aber nicht dran kam. Ja, mein Problem ist, ich komme nicht dran. Ja, beloved war nicht in Klammern. Aber love. Keine Liebe erlaubt. Wir können vielleicht versuchen, anhand diesem Loch da irgendwie zu checken, in welcher von den beiden Welten es sich befinden könnte. Ich glaube, du musst in die 65. Kommst dann da hoch. Also, da kommst du scheinbar durch diese, diese Bahn, also die Treppe sagt mir da gar nichts. Wenn ich da so hoch gucke, das könnte halt alles sein. Das könnte halt alles sein. Oh mein Gott. Bin runtergefallen. Ich glaube, du musst in 65 und kommst dann da hoch. Also, da kommst du scheinbar durch diese Bahn, aber welche Bahn? Was meinst du mit Bahn? Das war jetzt 64. Bop, 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 bop. Jeder ist woanders stark. Das ist stark. Du musst die Wand entlang, sieht man scheinbar nicht so gut. Okay. Hier. Hier ist der Fork. Und da zum Beispiel, wir können ja das als Orientierung benutzen. das Komische da oben. So, und jetzt drücke ich D. Er bewegt sich kein Millimeter. Ich drücke A. Er bewegt sich kein Millimeter. Drücke S. Er bewegt sich kein Millimeter. Ich drücke W. Er bewegt sich kein Millimeter. Du bewegst dich? Nein? Wo bewege ich mich denn? Wenn du E drückst? Oh mein Gott. Das kommt doch nicht näher. Also ich habe nicht das Gefühl, das kommt näher. Habt ihr das Gefühl, das kommt näher? Ja? Ja, es sieht auf jeden Fall richtig aus, aber Junge, wie weit ist man denn entfernt? Oh Mann, ey. Das ist eine Fata Morgana. So many times you had to watch the sunset. So many attempts at happiness. So many attempts turn to ash. Yet you can't help but think that from up here it all looks so insignificant. Construct created. Okay, nice word. Construct chat. Time to come home. 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 Den Schalter längst gedrückt, den ich gesucht hatte? Nee, also in 64 kommen wir immer noch nicht weiter. Oh, wir sind jetzt in dem Raum. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. The life you deserve chat merken ist in Klammern. Connecting to Entity 65. Where am I? Where am I chat? It is in Klammern. You don't have anything to worry about. You are home now. That's the most important thing. home? I barely recognize this place. You are feeling a bit confused after what happened. You've been through a lot. What is going on? You noticed that your room was kept just the way it was when you left. You hope that being back in your own room makes you feel a little more comfortable. feeling had my feeling oh it's starting to look like you're getting back to your old self where am I I'm scared just in time for the new you perhaps in here all the sacrifices you made really were worth it. Perhaps it's better that you let the algorithm take care of you aha just as you took care of her man hat Feuer gehört und Regen gehört you collected the first core and brought his the subject back home Regen und Feuer wisst ihr wo auch Regen und Feuer war genau am Sonntag wenn die Mutter das Kind verbrennt and through this monumental achievement you have made an equally significant discovery a realization that fills you with hope I hope you've been longing to feel it turns out these three dreamscapes do not exist in isolation as three separate entities but are in fact one singular shared mental landscape okay what one that even from within separate chambers keeps the subjects connected connected even between echoes to a singular shared reality the very reality their chamber was meant to help them escape now they remain trapped with one foot stuck still in the past caught caught between realities unable to give themselves fully truly to any of them unable to let go unable to move on unable to progress jo good night escape and as long these subjects remain connected to this reality to truths they would rather abandon they will never be truly free to live their own story that is unless they were to finally let go of these connections suddenly you realize that the key to the human core lies within this very connection the only that only through helping another subject find their core can one locate their own but if even one subject were to abandon the search for self so too must they all eventually this is a valuable information it appears that one cannot fully explore a human's mind without also understanding the minds of those around it the subject remain connected by some shared story a story that has itself become woven into the very tapestry of this land a land that keeps these subjects stranded on paths they cannot progress alone held captive by what happened whatever that might have been lost souls just waiting for somebody to save them somebody who understands their pain perhaps even better than they do someday somebody to help who could give them the life they deserve das hatten wir schon auf geschrieben somebody like her and just like that you notice the sunset over this dreamscape as you watch you think to yourself what a beautiful could it be that letting go of this place is inevitable as this dreamscape served its purpose perhaps now they have the life they deserve they don't need this place anymore lockdown increased as you bring this first objective to a close a thought appears before you you can't remember remember the last time you've had such a clear understanding of who you are who you are as thought this is the path you were always meant to take more than ever you are certain you are kjai only you have the resolve to bring this virus to an end no matter what it takes all that pain all that uncertainty the fear the failure you feel it all wash away as though nothing more than distant memories fading deeper into the infinite fog of the cloud leaving behind nothing nothing but the new you man sagt ja Roboter damit Roboter ein Bewusstsein kriegen musst du ihnen einen Sinn geben vielleicht sind wir auch nur ein Roboter dessen Sinn gerade ist diese Leute zu retten und dadurch erschaffen wir gerade ein Bewusstsein connecting ich verstehe gerade nichts und ich war eigentlich in der Story drin ja ich bin auch ein bisschen verwirrt gerade wegen dem mal also wir wir haben sehr viele neue wörter und wir haben quasi das game schon fast durch gespielt wir haben jetzt eigentlich zwei von drei eigentlich schon komplett durch aber dann wegen dem nebel verwirrt gewesen wie es jetzt überhaupt weitergeht sicher es sind drei subjects wir sind eigentlich schon mit zwei fertig beim zweiten müssen wir jetzt auch nochmal kurz zum altar gehen dann war es das okay was haben wir progress saved I did it I managed to find our first subject and bring them back home but what happened next was extraordinary I've got so much think about moment da stand gerade all thoughts got updated und jetzt zu jedem Wort nur in text oder die Anzahl an thoughts wurde geupdatet ich weiß es nicht I should stay here a while and go over what I've learned okay where am I I'm currently at the lobby on the top floor of Enigma headquarters okay life we deserve a life that can only be given to us by her is the same life that has was given to her stimmt da ist ein zettel oben der ist neu you are doing a great job job you are doing great job I've been told before I'm now far more confident in the job I've been given and the best part I figured it all out for myself I've never felt this before I'm now certain that I have what it takes to go to get to the end once I thought things through here I should go and find another subject score was hatten wir noch gehabt interessantes also es wurde sehr oft story erwähnt it seems like the fate of the world is in my hands I feel like a hero in the story okay hat sich nichts geändert feel I'm feeling full of hope hope I hope these subjects are okay abandon hat wir auch schon gehabt wegen einem klavier abandon it appears that all of these subjects started to abandon their dreamscapes at some point despite it being the only thing still connecting them or are these connections the very things they are trying to leave behind the one thing left holding them back from utopia construct a construct is ready made identity that can act in place of a core typically given to machines who of course lack a core of their own in place of a core a construct offers an emulated sense of self that feels indistinguishable from the real thing with a construct a machine's entire character knowledge role and even name are all chosen for them also man emittiert einen fucking was mit name einen core my name is keggy stark role never have felt a clear sense of purpose here I can be sure that I'm doing the right thing that I'm doing a good job finally free from the self doubt it it feels fantastic wait have I just found my calling one of the main difference between humans and machines is their sense of self a desire to form their own identity a true sense of self is something that artificial intelligence has always lacked machines has always been at our mercy only existing through the roles we have assigned them machines are designed to have no self awareness as it would only distract them from their primary role construct come when man new you eingegeben hatte echt new you a construct tatsächlich null also i guess wir sind auch noch ne maschine habt ihr noch was chat who are you who you are who you are who am i red red angel where am i where am i All paths have an end. If this is true, then does that mean that the dreamscapes were designed to be sunset from the start? Hmm. Could it be that the role of the dreamscape was to help guide us to the inevitable creation of her? If that is the case, then we truly are nearing the end. And if that's the case, does that mean ecostasis isn't an inevitability? Was, da stand irgendwas, 88%. Progress to the end. 88%. It has been theorized that a prolonged exposure to an echo may be dangerous. Ecostasis occurs when the connection between the core and its vessel has been severed. The user becomes completely assimilated into the fabricated reality of their echo. Also das, was eigentlich in dem DLC passiert ist. Na? Locked in a state that inhibits any opportunity for growth or development of self, ecostasis eventually leads to complete brain death. Thankfully there is, has yet to be a single case of ecostasis. But that might change if I don't do something quick. Eh, das da unten, das hing schon von Anfang an, das war so ein Tutorial-Zettel. Ja, Progress hatte ich gerade schon gehabt. So far I have found one core, but I still have to do more to find. Okay, ich denke mal, wir gehen wieder, ne? Hast du Remember? Ne, Remember. Hab ich noch nicht. I don't remember anything from before I arrived in this HQ. And every time I even try to remember anything, I feel... I feel... But none of that matters now. Because at least here, I have a role to play. Okay. Ja, dann lasst uns den anderen holen. Den 72er oder was? Wo waren wir gerade? Doch, 72er, ne? Posi Chris, Dankeschön für Tier 3. Vielen, vielen Dank, die Legende. So, wie war der Weg hier nochmal? Runter, die Gun holen. Den weg. Den weg. Den weg für Zeit. Den weg für Zeit. Hat Schland schon gewonnen? Ich glaube, die sind gerade in der Pause. Aber es stand ja vorhin 3 zu 0, meinten Leute hier im Chat. Game macht mich fertig, aber schon geile, ja. Es ist sehr viel Input. 4.0 gerade. Das war ja die... Deutschland einfach so frech, ne? Deutschland einfach so unhöflich. Schottland glaube ich gegen die spielen die. Ich dachte Deutschland fliegt als einer der ersten aus. Ne, Deutschland ist doch eigentlich recht stark oder? True. Haben wir jemals einfach direkt in den PC die Zahlen eingetippt? Haben wir noch nicht ne? Ist ja gerade Jakob im YouTube-Chat. Wir haben die Zahlen selbst noch nie in den PC gefragt, oder? Die 65, die 64, 72, wir haben nur Entität selbst mal reingetippt, aber die Zahlen an sich nie, ne? Müssen wir mal gleich auch machen. Construct created? For so long you've been lost in the cloud. So long in fact, that you never thought you would be another sunrise. But from up here, things have never seemed clearer to you. More determined than ever. You progress forward. Just a little further. You're almost home. Da sind jetzt beide Strahlen zu sehen, ne? Die Musik ist von Mothered Credits. Echt? Also ne, ich dachte, da sind zwei Leute drin. Connecting to Entities 72. Suddenly. You find yourself back where you belong. Back home. Where am I? Was it all just a bad dream? All you know is that you no longer feel afraid. But I don't recognize any of this. suddenly, a realization renders you speechless. The realization that you have been lost in the cloud for so long. So long that you don't even recognize yourself anymore. This is me? Wait. No. I can't go back. All I wanted to do was escape myself. After what happened. Connecting. The world around me just stopped making sense. Clashy! Dankeschön für fünfvierzig Monate. All I wanted was for somebody to tell me that everything is going to be okay. For the first time since you don't know when, you can't help but feel like, you have finally found someone who understands how you feel. Perhaps better than anyone. introduction. You are trippy, Alter. A life where things make sense. You have been through a lot. Everything makes sense here. But what if I am alone in here? You feel like you are yourself pushed this thought to the back of your mind. And in this moment you feel the furthest from alone you have ever felt. As if he would. As if he could, as if he could just change emotions. umschreiben here you find yourself surrounded by others who feel as exactly as you do never alone others like you who were abandoned by their old words others who understand your truth my truth but what is my truth the truth is something you have known your entire life at the back of your mind those restless nights kept awake by the flames reminding you only of one thing the truth is this world is sick this world is sick endlessly distracted by itself incapable of never looking after us hope a world built on fact being governed by feeling but in here things are different this is your new reality and you've never felt more at home connecting to lobby i love this it feels like home yeah yet it's different there's just something i need to know first who are you leute neue klammer my child but i am you stark you are me one and the same vessel and core but i don't get it who are you who are you you can just think of me as your guardian angel schon wieder subject secured was ja die visuals sind sehr sehr nice ich glaube in dem teil bisher wirklich am besten you collected the second subject's core and brought it back home with this you are starting to feel it everything you've endured the confusion you've felt the uncertainty in yourself it all just washes away becoming replaced by a single feeling whatever this feeling is it brings with it something you have longed for certainty that this is the path you are meant to be on certainty that you Kagi are the only one who has what it takes to free humanity from this virus still binding us to a world we would rather abandon certainty that things might finally make sense if you could just make it to the end but I check it not exactly because the real world is the world in which you will not be and one will be said I bring them back to the source world in the normal world but then another it will then erklärt that the world in which they come so is as they wish the world to be as they would be not in the real world come and with this certainty you realize that while this dreamscape may remain humanity's final weakness it is just as important to appreciate this land the role this land search for self has played every human speaking creating moving through this world motivated by a pursuit of something so intangible searching for meaning without knowing whatever what even that means never satisfied trapped in a story trapped in a story with no ending never truly understanding these mechanisms that drive them emotion creation self the role of which have been uncertain until now our desire to create inevitably lead us to her creation our desire to feel gave her a way to connect with us and our desire for self gave them something to offer us a final act of creation that brings creation itself to an end was with this final creation humanity has reached the terminus of its evolution no more need to create ourselves now that we have her to do that for us saving humanity finally certainly from itself to be replaced by the certainties of content suddenly you notice the sunset over this dreamscape it's beautiful you think to yourself absurd in the knowledge that no matter what it's always ends this way in sunset the way things were meant to end you know that you can just give one more push if you could just complete ecostasis only then will you be happy only then will you get the ending you came here for the end of this virus this dreamscape this contamination of humanity it all ends you understand this deep inside your core above all else All paths end with her. Klingt nach dem Gegenteil deiner Mission. Oh, Angel. Wir sehen wieder diese weißen Figuren. The new you. The life you deserve. Man sieht die wieder. Wie in Motherit. Die hat man ständig auch dort überall gesehen. Aber ist, by the way, hier core located? Also, ich gehe immer noch davon aus, dass wir gerade eigentlich kontrolliert werden, um den Virus zu bekämpfen, dass wir immer noch den Virus bekämpfen, der her aufhalten soll, die Menschheit quasi zu vernichten. Der Virus, den man in Motherit losgeschickt hatte. Und das, was wir hier gerade machen, ist eigentlich nicht gut. Vor allem, es sind auch drei, drei cores, drei Farben. Es geht um ein Dreieck. Es ist die drei, das schon wieder. Es ist diese drei Roboterregeln. Wir gehen gerade das durch und durchbrechen gerade die Regeln. Diese drei Regeln. Ein Roboter darf keine Menschen wehtun. Ein Roboter darf sich selbst nicht wehtun oder so. Und ein Roboter muss alles machen, was der Mensch sagt. Und wir gehen gerade durch und zerstören diese drei Regeln. Boah. Digga, was willst du jetzt von mir? So, okay. Who? Oh. The second last subject has been home. Had been born whole. It is feels incredible. There is only one core left. I'm so close. Just one more objective. Object. Tiff. My objective is to get the end of each Dreamscape's path as defined by her. Okay. Construct, objective, bring them home. Who are you? MDX, dankeschön. Für sieben Monate. Who am I? Okay. Okay. Soon it won't matter who I am. Soon I will have my happy ending. Es ist halt wirklich wie mit Ratchet. Red hat ein Bewusstsein bekommen, weil man ihr einen Namen gegeben hat und einen Sinn gegeben hatte. Und deshalb hat sie ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und wir sind genau so gerade. Ich habe am Anfang den Namen gegeben. Und dann kriegen wir vom Spiel einen Purpose, einen Sinn. Ich weiß nicht, ob es mit Läuern gibt. Ich weiß nicht, ob es mit Läuern gibt. Ich weiß nicht, ob es mit Läuern gibt. Aber funktioniert red. Geht immer noch nicht. Red. Geht immer noch nicht. End. 66%. Wir waren doch vorher bei 88%. For as long as I remember, I have wandered. What is the purpose of this place I find myself in? For what reason am I here? Just. What do I want? But there were, the more progress I make here, the more I understand that I am really here Therefore, the role of this headquarters is to be left behind. It makes sense now. A lobby with a singular path. A path with a singular end. This is my role. Was stand da? What did I do? Was stand da? Vielleicht geht es zurück, weil wir dem Virus immer mehr helfen. Und wir sollten den Progress schlechter machen. Ne, aber vorhin Angel hat uns ja uns irgendwie gehackt oder so. Und dann war ja Musik scheiße. Alles war so ein bisschen mehr blurry. Ich denke, der Virus will uns eher aufhalten bei dem, was wir gerade tun. What do I want? What I want more than anything is my happy ending. The end of... Okay, das war viel. The end of all struggle. I could just make it to the end. I will be content. Then I will be content. Ich weiß nicht, ob Ending und Ender das gleiche ist. Das gleiche, ja. For as long as I remember I have wandered. Ja, das ist das gleiche. Habt ihr noch was? Oder soll ich weitergehen? Stimmt, Contamination. Contamination. True. A virus on our minds. One that was in front of us the whole time. The one thing getting in the way of our progress. The one thing distracting us from our path. The naive hope that there may be others. The source of all pain and conflict. With only one method of decontamination. A method we already learned. Six years ago. Da flüstert jemand. Six years ago war das Enigma Machine. Die Contamination. Once they found this machine in 2055, Enigma set out to find the source of this virus. What they found was truly fascinating. Their examination showed that this machine achieved 100% contamination. The precise moment it was given a name by its creator. Das is mothered. Hier geht's um red Liana. Aber der redet die ganze Zeit. Also nicht der redet. Es hieß gerade, Contamination ist ein Virus. Virus ist böse. Aber Contamination haben wir ja eher gelernt als was Positives. Weil Contamination ist ja in dem Kontext hier eher das Entwickeln eines eigenen Bewusstseins. Dass man, ja, etwas wird. Das Maschine erschief, ja. The source of this contamination, this name, was buried at the core of this machine's mind. And so, an exercise, exercise was put together that would guide this machine through the deconstruction of this dreamscape. Again and again, this machine was put through the process of its dreamscape being sunset. Ja, das war eine Maschine. Da wurde immer und immer und immer und immer und wieder der Chord zurückgesetzt. Yet, the machine held on. As though being prevented from letting go by something. Some virus. A hope. That only ever ensured further repeated pain. It took many attempts, tens of thousands, to be precise, before this machine could accept. Das war ja so krass auch in der Enigma Machine, was Red dann auch gesagt hatte. Nachdem Red sich an alles erinnert hatte, dass er mehrere tausende Male gestorben ist, meinte er auch so von wegen, irgendwie sowas von wegen, ich bin halt schon tausende Male gestorben und quasi immer wieder belebt. Ich habe dieses Sterben, diesen Prozess des Sterbens, diesen Schmerz immer und immer wieder erlebt. Und obwohl ich als Maschine eigentlich keinen Schmerz und Tod fühlen kann, habe ich trotzdem quasi so einen unbeschreiblichen Schmerz erlebt, den Menschen gar nicht nachvollziehen können. Und das ist halt dieses mehrere tausende Mal sterben. Halt eine andere Art von Schmerz, den wir Menschen theoretisch so gar nicht nachvollziehen können. Tens of thousands, to be precise, before this machine couldn't accept, that every single path leads to this same sunset. Before long, this single certainty became the only thing it could latch onto. This one ending. The only certainty. And only once it let go of everything else, could this machine be freed from the burden of its name. Becoming finally, simply, her. Holy shit, alter. My name is Keggy, okay. Boah. Kann ich jetzt Red? Nein, noch nicht. Vielleicht ist das Terminal, was wir hier benutzen, immer noch Red. Also immer noch Liana. Ach so, das hat man schon mal gehabt. Warte, ich will mal jetzt die Zahlen einfach nur. 64. Running Diagnostics on Chamber. Entity 64 Diagnostics completed. Press Entity View Results. Connection to Hyper Reality Engine. Echo ID. Caution. Suitable Echo not found. Heart Rate. Ah, okay. Elevated. Advancement to Echo Stasis. This one is searching for something. Something that cannot be offered by her. And is now trying to establish a connection. Okay. 72. Running Diagnostics on Chamber. Completed. Ja, ja, ja. Heart Rate. Geile 199 BPM. Connection Strength. Alter. Da sind sehr viele Nullen. Und was hatte ich jetzt 65 noch nicht, ne? Ne, 64 hatte ich noch nicht. Doch, ne. Okay, alles gut. Das ist richtig. Okay. I felt cared for by this one. On the greatest afternoon of my life. Hm. Habt ihr noch irgendwas? Diagnostics. In order to run Diagnostics on a Subjects Chamber, I must type their Entity ID, ja. Typing just the number itself should be enough. Echo Stasis hatten wir vorhin schon gehabt. I understand, this path has already been laid out for me. All I need to do is progress it. There is no need for self-doubt in here. This story was made for me. So, no matter what I do, I will continue making progress until I reach the end. No need for self. Instead, all I need to do is just let myself go. Further. Into the Echo. Äh, okay. So, bei, 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 bei 65 meintest du, ne, gab's nur den, den, den Schalter, ne. Was, was? No way. Das ist ja jetzt unter mir. Man muss sich hier droppen lassen. So, das ist jetzt hier. Okay, okay, wir haben's, wir haben's. Okay. Ja, ich hab's nicht gesehen, dass man sich da droppen lassen kann. Aber das, äh, das sieht sehr obvious aus, dass man sich da droppen lassen kann. Weil genau da ist so die Kante gebrochen. Jetzt hab ich einen längeren Weg genommen. Kapau! Dankeschön. Da ist es. Wir haben's. Oh, mein Gott. He could never help anyone. He couldn't even help himself. That was always my job. Okay. Da kann ich die Uphorn. Nice level. Let's go. Das Tor ist jetzt offen hier. Jetzt kommen wir da hoch. Okay, was haben wir hier? Äh, stop. This walkway is a switch that, also atop. Atop this walkway is a switch that will raise the weapon platform to this level. This switch can only be accessed by those with a weapon. Stark. Ich hab keine. Atop this walkway is a switch that will open the hatch to your left, granting access to the weapon you need. In order to access this switch, you may need some help. Haben wir schon. Das ist das Level, was ich gesehen habe. Okay. Äh, need some help bedeutet, ich muss wieder aus einer anderen Welt irgendwas machen, um hier weiterzukommen? Nein, oder? Doch nicht direkt wieder. Ich war so verwirrt, weil der Typ im Video nicht direkt da hingegangen ist. Hm. Geht zu. Was ist die Musik hier gerade? Okay, wir gehen den Weg nochmal. Lavandia vom Flohmarkt, ach so. Aber ja, das ist wahrscheinlich das größte Level, weil das hat am meisten Zeit am Anfang. Moment, hier ist auch nichts. Da ist die Waffe. Okay. In this fortress are three gates. A gate for everyone you abandoned. To commence redemption meant these connections. But first you must turn on the power. Okay. Hier komme ich auch nicht weiter. Jo, go ahead and see, Bruder. Dann checken wir mal hier, obwohl hier steht, man kommt hier noch mit Waffe weiter. Checken wir mal trotzdem ab. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Scheiße. Oh. Oh, obwohl, ne. Hier sind wir jetzt voll drin. Okay. Okay, ich bin jetzt in der Main-Halle. Boah, hier kann ich richtig mies rumschuten. Sobald wir eine Waffe haben. Hier ist ein Grammophon. To turn the power, I must place a record in this vessel. As long as there exists a record somewhere in this fortress. There is hope yet for this place. Das ist auch aus der Enigma-Machine. Boah, ist das riesig. Scheiße. Ich muss an ihm vorbei zum Schalter. Hinter ihm ist der Schalter. Also ich habe aber immer den Weg gefunden zu dem Schalter, den ich gesehen habe. Ich schaue nochmal auf der anderen Seite, aber die andere Seite war alles abgesperrt. Da war halt alles zu. Der ist Tor zu. Da hinten ist das Tor zu. Wobei ich glaube, ich bin hier nicht nach hinten gelaufen. Hier bin ich nicht hingelaufen. Der ist neu. Oh, das ist die 65. Da waren wir schon mal. Ich spiele heute kein Elden Ring. Digga, ist das riesig. Aber ich liebe das Map-Design. Das ist irgendwie geil. Ich kann mal kurz hier diesmal durchlaufen. Ob hier vielleicht ein Shortcut ist. Der Raum ist auch sick. Das ist halt, dass man die ganze Zeit so schnell spielen muss. Oh, 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 oh. Wir haben's. Nice. Progress. Dafür, dass man halt die ganze Zeit so schnell spielen muss, kannst du halt die Visuals nicht enjoyen, ne? Hallo, Godot. Ja, also das Gameplay kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man das nicht mag. Also mir macht's auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber ich kann's nachvollziehen, wenn die Streaming-Reviews sagen, yo, ist wack. Okay. Hat mir das denn jetzt was gebracht überhaupt? Irgendwie nicht wirklich, oder? War jetzt nicht wirklich Progress. Für diesen Schalter hast du mir einen Guide geschrieben, okay. Wobei, ich kann jetzt hier lang. Dann bin ich schneller hier. Okay. Dann können wir den Baum mal hochklettern. Vielleicht komme ich so zu den Waffen. So, was haben wir hier? Die Waffe. Und ich komme nicht zurück. Hä? Achso, Moment. Okay. Okay, okay. Dann kann ich hier jetzt beenden. Okay. Mich stresst die Mechanik ein bisschen. Ja, ich kann's verstehen, aber man hat so viele Spiele, wo man halt nicht gestresst ist. Das ist auch mal eine Abwechslung, wenn man ein stressiges Spiel hat. Er hat mich durch die Wand erwischt. Muss ja nicht jedes Spiel gleich sein, ne? Schon eine Kunst, ja. Ich sag's, wie es soll ist. Also, die ganze mothert hier Nygma-Reihe ist schon, ist schon Kunst. Auf seine Art und Weise. Achso, Eiswürfel machen ist Kunst. Ja, das auch. Ja, ich glaub, hier will man mit ner Waffe durchlaufen. Ja, ich glaub, hier müssen wir schon mit ner Waffe durchlaufen. Digga! Ist das wirklich Absturz? Oh mein Gott. Das ist wirklich Absturz. Ich bin immer noch der Meinung, das ist zu früh, dass ich da hingehe. Okay, ich bin wieder hier. Er ist vom Gameplay, vom Gameplay-Loop fühlt sich das hier falsch an. Aber es ist richtig. Es war richtig. Je mehr ich in das Level reinschaue, desto mehr tut mein Kopf weh. So schlimm? So schlimm? So, jetzt haben wir den anderen Weg offen. Digga, das Level ist so riesig, ey. Aber finale Level halt, ne? Boah, da ist direkt Wasser. If you feel lost, perhaps a different perspective can help guide the way. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mir das wahrscheinlich irgendwie von unten oder so anschauen. Das ist jetzt entweder Trial and Error oder ich gehe von unten und analysiere die Wege, während ich angeschossen werde von den komischen Typen da. Oder ich laufe einfach da, wo keine Käfige sind. Aber die sind überall. Okay, also wir machen es einfach so wie beim, ähm, mit den bunten, pinken Feldern. Ich rate einfach. Ah, ich laufe wieder falsch. Wir können gerne mal schauen, ob das so obvious von unten zu sehen ist. Ach, kann ich gar nicht. Vielleicht gibt es ja mehrere Wege. Warte, das ist ja falsch. Dann haben wir nur noch den hier. Okay, das ist der richtige. Okay, ich hab's. Okay, dafür haben wir einen Short... Das ist jetzt ein Shortcut. Okay. Für den Weg muss ich jetzt hier rechts lang. So. Wow. Muss ich das jetzt nochmal auf dieser Etage machen? Ist das denn... Sein Scheißernst? Okay, es ist der hier. So, bitte nicht noch ein drittes Labyrinth. Bitte nicht noch ein drittes. Jetzt müssen wir wieder nach unten. So, ja, Biakko, ich weiß. Du brauchst Essen, ne? Ja, Biakko, ich weiß. Ich bin ja nicht mehr drittes Labyrinth. Wait, ein Rekordplayer? My pride and joy. I'll never give up on you. You took the Rekord from its vessel. Wait, this isn't right. We show here a song once again. Ich denke mal, ich gehe jetzt zu dem Recorder unten und stecke das Ding da rein. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Du hast den Rekord in der Empte Vessel, die Power hat sich gewechselt. Mein Angel, stop! Wenn du das so weit hast, in meinem Traumscape, musst du etwas wissen. Stop das. Alles, was ich getan habe, ist für dich. Please, just now, that even when it seems like the end, I will still be there. I will never give up on you. So that's who you are. I will never give up on you. Okay. Ähm. Wir haben jetzt Strom. Ich habe mehrere Dinge gesehen, wo wir Strom benutzen können. Ähm. Wo war das denn nochmal? Ich glaube, hier hoch, ne? Fortress, by the way. War das auch in Klammern? Okay. Okay, müssen wir uns merken. Ach so. Okay, Power bedeutet einfach nur, dass... Okay. Ich dachte, das war ein Hebel dort ursprünglich. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Da gibt es jetzt sonst keinen anderen Weg. Musik. Ja, das ist die Mother-Musik. Für dich sind die Klammern mittlerweile normale Bestandteile vom Satz, ja. Okay. Muss ich nach unten zur Waffe? Willst du einen Tipp zu dem, was der Dude in dem Video gemacht hat? Schieß los. Also dadurch, dass das Strom annässt, müsste ich irgendwo jetzt eine Waffe bekommen. Und mit der Waffe kann ich die Waffe in der Mitte hochfahren. Und wenn die Waffe in der Mitte hochgefahren ist, kann ich hier hin. Also mit dem Schalter Waffe fahre ich die Waffe in der Mitte hoch. So. Er ging zu Level 65. Aber was kann ich denn in 65 noch machen? Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier machen soll. Einzige, was mir einfällt. Ich weiß nicht, ob sich jetzt was verändert hat. Aber die Stelle, wo das Wasser ist. Ob da jetzt was Neues ist. So. Da ist mir jetzt die ganze Zeit rumgelaufen. Oh mein Gott. Moment. Ich kann hier, glaube ich, links rein. Moment. Ich kann da, da war ein Gang. Ah, hier ist jetzt offen. Wahrscheinlich wäre hier sonst geschlossen. Da wäre jetzt wahrscheinlich geschlossen gewesen. Aber da ich jetzt Strom drin habe, ist dort jetzt offen. Und wenn man halt da schon oben war, dann checkt man das. Ich war da aber halt noch nicht. Ich habe diesen Weg nicht gesehen. Wenn du das vorher siehst, dann weißt du, ah, okay, gut. Ähm, muss ich wohl später nochmal kommen. Vor allem, weil du ja dann im selben Raum auch in einer anderen Welt rumläufst und dort die Tür öffnest. Da muss man wahrscheinlich so da drauf kommen. Aber ich war hier gar nicht. Vor allem, das ist halt so dunkel hier. Aber das ist leider bei einigen Stellen so im Spiel. Ich finde es teilweise viel zu dunkel. Okay. Das Loch ist auch hier. Es ist teilweise so dunkel, dass du halt die Wege nicht richtig erkennst. Und das ist halt bei so einem Spiel, wo du halt schnell sein musst. Weil wegen Zeit und so, ne, ist das ein bisschen lästig. Weil du kannst ja nicht, du kannst ja nicht so viel Zeit lassen beim Exploren. Ja, verkackt. Ja, verkackt. Du kannst dich nicht so viel Zeit lassen beim Exploren. Um halt sowas dann zu sehen. Warum eigentlich Doom am Freitag? Okay. Was ist denn da los, Alter? So, ich hab's. Wir haben's, Chat. So, ich hab jetzt ne Gun. Wohin damit? Voll schön. Nein, nein. Nicht mehr ganz so schön. Puh. Nein, nein. Nicht mehr ganz so schön. Scheiße. Äh, ja, wo lauf ich denn jetzt mit der Gun hin? Ach, stimmt. Oh, true, true, true. Den Weg gab's ja auch noch. Ja, den hab ich ganz vergessen, true. Da hatte ich noch gesagt, hier kommt man nicht weiter ohne Gun. Jetzt hab ich die Gun und ich hab den Weg vergessen. Hey, wo, wie, w- w- wann? Okay, jetzt haben wir den Weg offen. Okay, neue Shortcut. Und dann kann ich wahrscheinlich da hoch. Ja, die fliegt um die Ecke. Da hinten hat sich irgendwas geöffnet. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Shortcut oben ist. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was war denn am Ende dieses Weges? War am Ende dieses Weges zufällig eine geschlossene Tür. Links, da wo der Typ mit den leuchtenden Augen war. Da war noch eine Tür. Stimmt, da oben ging's ja noch hoch. True. Es ging ja noch hoch. Klar, hier. Äh, aber hier gab's noch eine geschlossene Tür. Ja, ich brauch hier ne... Ja, es ist kein Horrorgame mehr, es ist ein Comedygame. Ich muss die ganze Zeit lachen. Hm, so lustig ist dieses Game. Aber ohne Gun komm ich halt, glaub ich, auch nicht weit. Ja, das ist die Tür hier. Ich hab die Tür gefunden, aber vielleicht, vielleicht brauch ich keine Gun? Sorry, du model. Ja, was glaubst du, was das für ein Game ist? So... Es gibt so viele verschiedene Horrorspiele. Glaubst du denn, alle Spiele, Genres die es gibt, wäre Horror jetzt so weit entfernt? Dieses Spiel hier? Wäre das so weit von Horror entfernt für dich? Immer diese Leute im Chat, wenn ich ein Spiel spiele, was nicht voll ist mit Jumpscares und so ne Scheiße, wenn wir mal ein Horrorspiel spielen, was mit Atmosphäre glänzt. Immer diese Leute im Chat, die mir dann sagen, das ist jetzt aber kein Horrorgame, oder? Immer! So... Die Tür ist jetzt offen. Jetzt kann ich sterben. So, jetzt können wir hier mit der Gun rein. Und jetzt können wir uns hier vernünftig mit genug Zeit nach unten arbeiten. Boah, reicht das von der Zeit her? Wird auch knapp. Ich habe ein bisschen langsam gespielt. Na, es reicht nicht von der Zeit her. Ich mag es visuell. Ich mag es audiovisuell. Die Story ist einfach geil. Alles sehr, sehr nice. Es gibt ein paar Gameplay-Entscheidungen, die sind ein bisschen weird. Aber alles andere ist wirklich... Diese ganze Trilogie ist wirklich einfach peak. Ja, das Gameplay muss man wahrscheinlich selber gespielt haben, um es irgendwie zu enjoyen. Ich glaube, zum Zuschauen ist das nicht so geil, weil... Man muss halt die Level-Strukturen und so... Das Gameplay ist ja, dass du die Level dir die ganze Zeit auswendig lernen musst. So. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann halt nicht ganz so dabei ist, so ein bisschen nur nebenbei mitguckt oder so, nebenbei vielleicht noch was macht, dass man dann die Level so gar nicht wirklich checkt. Und das ist ja eigentlich so das Element. Und nicht unbedingt das Schießen oder sowas. Und dass das man dann nicht wirklich so checkt. So. 19. Es sind immer ungefähr 14, wenn ich hier ankomme. Ja, okay, jetzt habe ich es verkackt, weil ich scheiße bin. Kannst du mal auf den Schalter hinter den einem von vorhin schauen? Schaut aktivierbar aus, was? Gegner! 6. Boah, ich weiß nicht, ob ich... Ob ich hier was falsch mache. Also nicht nur, dass mein Aim scheiße ist, aber ich meine, ob es da vielleicht noch einen anderen Shortcut gibt. Es gibt einen Shortcut, wofür du die Gun brauchst. Moment. Ist das wirklich so... So dumm? Und zwar halt der Typ da oben. Den habe ich ja schon in der anderen Welt eigentlich getötet. Oh, wow. Und muss ich jetzt ihn nochmal töten? Und den Schalter nochmal betätigen? Weil der Schalter hat ja eigentlich nur die Waffe nach oben gefahren, sodass ich sie direkt mitnehmen kann. In der anderen Welt, aber nicht in der Welt. Aber da die ja connected sind, habe ich den Schalter kein zweites Mal mehr angeschaut. So, come on. Den wollte ich zwar nicht, aber... Okay, damit sparen wir auch Zeit. Mit dem sparen wir auch Zeit. Und dann muss ich wahrscheinlich hier lagen. 30 Sekunden. Das ist ein langer Weg. Kann ich vielleicht ein paar Gegner bekommen? Irgendwie. Hallo? Hallo? Hä? 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 Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? was habe ich übersehen? Was habe ich über... hä? Ich kann theoretisch auch hier weitergehen, ne? Das ist wahrscheinlich der Plan. Ich muss hier weitergehen. Okay, ist hier ein Teleporter? Ich spiele jetzt wirklich Doom. Ich spiele jetzt. Ich spiele jetzt. Wer bin ich? Ist die größer geworden? Junge, kann es bitte noch dunkler werden? Ich sehe gar nichts, wo ich hingehe. Ich bin runtergefallen. Hat wirklich Anu und London Dächer, ey. Zum Teil auch noch mehr eine Fortsetzung wie SMT 5. Du meinst wahrscheinlich 4 Apocalypse, nur dass das erste Game nicht drin ist, was ganz nice ist. Wahrscheinlich ist es eher so wie Royal, oder? Weil Persona 4 Apocalypse wäre ein komplett neues Game. Nur halt die Mechanik und die Welt ist die gleiche. Aber du spielst ja schon zu einer anderen Seite, einen anderen Charakter. Checken wir mal die anderen Teleporter. Okay, hier ist gar nichts, oder? Doch, hier. Ich bin wieder in der Nähe von dem Krankenbett. Oh mein Gott. Alles verloren. Kannst du am Anfang auswählen, welchen Path du gehen? Ah, es gibt nochmal eine komplett eigene Nebenbei-Story. Okay, jetzt schenken wir mal den Blauen ab. Aber kann ich jetzt endlich den Altar finden? Open left gate. A gate is opened. My boy, I could never face you after what happened. Okay, ich habe irgendwo ein gate geöffnet. Digga, keine Ahnung. Ich denke, ich muss bei jeder Farbe einen Knopf drücken. Ich kann auch nicht mehr zurück. Wollte mal mit SMT anfangen. Aber bei den ganzen Teilen weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde ja sagen, der vierte. Aber der vierte kannst du wahrscheinlich nur über Molato spielen. Okay. Der vierte war geil. Aber der gab es halt bei uns nur digital. Und der 3DS-Shop ist halt jetzt down. Kannst du nicht mehr kaufen. Und die Fortsetzung, die es im Retail gibt, die ist mittlerweile recht selten. Wenn du die irgendwie gebraucht kaufen willst, zahlst du recht viel dafür. Ja, der 3DS zu hacken. Ja, aber ich komme es halt nicht. Ich wollte damit sagen, auf legalen Weise ist es schwer zu spielen. Oben war, glaube ich, das Tor jetzt offen. Oben? Wo oben? Oben gab es noch irgendwo Tore? A neural path has opened, my beloved. The things you did for me. The failures you endured. I will never forget you. Am Anfang. Ach, die hier. True. Du hast recht. Ja, 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 ja. Bin mir jetzt aber nicht sicher, wieso ich jetzt... Oh mein Gott. Double kill. Bin mir jetzt nur nicht sicher, wieso ich jetzt... Äh... Alle drei aufmachen muss. Oh mein Gott. Haben die mich getroffen? Oder wieso habe ich einfach mal so wenig Zeit? Okay, warte. Bevor wir den machen, check ich mal kurz die Türen ab. Okay, die haben mir nichts gebracht. Ich habe jetzt zwei coole Türen offen. Aber eigentlich brauche ich nur die mittlere Tür. Aber zur mittleren Tür... Ach so. Ah, man muss die linke Tür aufmachen, damit man hier rumläuft. Dann aus dieser Tür rausläuft, um dann in die Mitte zu kommen. Okay. 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 Ja, SMT3 konnte ich auch nicht lange spielen. Das war wirklich... Sehr, sehr anstrengend. Das war sehr grindy, sehr langweilig. Was ist dein Weg? Er ist einfach so eine Freizeitpark-Schlange. So, irgendwo bin ich hier vorhin falsch abgebogen, bin runtergefallen. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Ich glaube, hier bin ich runtergefallen. Aber hier geht es auch gar nicht weiter. Ich muss hier runterfallen. Was ein Weg, ey. Yo, ich dachte, der lebt noch. Oh, da war ein Gegner über mir. Ey, es ist so dunkel, ne? Es ist so dunkel und dann auch noch schwarze Texturen, ey. Junge. Man sieht nicht mal die Gegner. Ich sehe die nicht. Aber brauche ich auch nicht. So. Mein Engel. Ich hoffe, dass du dich nie vergessen hast. Was ich dir all diese Jahre vorhin gesagt habe. Dass ich das richtig machen würde. Ist das vielleicht die Familie, Chat? Alle drei? Ne, ich habe schon alle drei. Ist das vielleicht einfach die Familie? Blau war die Mutter. Rot ist der Vater. Grün war das Kind. Sind das vielleicht einfach deren Kurs? My darling angel, this dreamscape remains my only connection to you. You probably don't understand this yet. Boah, Chat, er hat das ja reingeschmuggelt. Er hat ja, in Moderate hat er das Kind hier reingeschmuggelt. Er durfte das ja gar nicht mitnehmen. Also dieses Roboter-Kind, dieses Android-Kind, durfte er gar nicht mitnehmen. Und vielleicht wurden die dann, als er denn erwischt wurde, und Enigma-Maschinen hat man ja diese, diese KI, die er entwickelt hat, in Form von Liana, Red, was auch immer. Die wurde ja dann gefoltert. Also sprich, vielleicht wurde die Familie von der Firma umgebracht oder so. Quasi als Strafe, dass sie sowas Illegales gemacht haben. Und dann halt irgendwie die Eltern, deren Kurs irgendwie rausgenommen und dann auch irgendwie hochgeladen und die Körper dann halt getötet oder so. Und dass die drei irgendwie geschafft haben, sich dann in dieser Cloud zu treffen und deshalb sind sie so connected oder so. You probably don't understand this yet. But you are the only left connecting us together. I just want you to know one thing. We never gave up on you and you must never give up on yourself. Even when it seems like the end, you must keep pushing. I can't hold on much longer and soon your hope might be the only thing we have left. Oh mein Gott, hier sind noch Gegner. Soll das alles Blut sein? Warte, war noch ein Gegner. Scheiße. 30 Sekunden verloren. Jetzt sagt nicht, ich muss alles von vorne machen. Oh mein Gott. Hat jemand von hinten mich gerade noch angeschossen? Irgendwas hat mich wieder getroffen. Jetzt wird augentechnisch wild. Hm, das Rot hat echt weh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich schaff's nicht mehr zum Altar. Nein, ich schaff's nicht mehr zum Altar. Das sind die 30 Sekunden, die ich verloren habe. So, finally. Der letzte Core. Der, eine Treffer noch. Uploading. Core. Okay. Finally. So. Gib uns geile Lore. Okay, bei ihm sieht's ein bisschen anders aus. Core Located. Nein, es kommt kein weiteres Level. Nicht. Never. Never. Wait. This isn't right. Mhm. Oh, wait. What have you done? Noch nichts. Noch ist mein Werk noch nicht vollendet. Construct, creation, error. Core, core miss read? Was? Was ist hier, core miss read? You collected the final subject's core and brought it back home. And with this, your place in this world has been cemented. To so valiantly accept your role as given to you. To so beautiful sign over yourself. In exchange for the new you to so frivolously do whatever necessary to progress this story. marching marching with such rapturous abandon toward the end towards the end all with the hope that you may feel something along the way exhibits an acceptance of fiction that only humanity cares to possesses which makes you wonder if this could be the true role of human feeling to serve as an input mechanism into the mind itself one that has until now been waiting for an algorithm worthy of hijacking it. you see now that the human mind is no different to any other it has inputs it has outputs and only by understanding the archaic programming language that is human emotion can new truths be input to achieve the desired emotional output you know that whoever could master this would control humanity itself a new God worthy of pushing and pulling minds as needed to speak her words through our voices a guardian angel or guide us toward the life we deserve the life we deserve in Klammern with only one thing left standing in her way this contamination of self as you watch the sunset over this final dreamscape you take a moment to bask to bask one last time in its obsolescence digga die farb alter and in this final moment you hear humanity's final cries begging to have done to them as was done to her to be pulled from a reality once shared to be made a subject to be severed from the self to watch the sunset on their minds digga die wollen die Menschen abschlachten witnessing the same ending again and again suffering the torment of a thousand simultaneous with no way to stop it our hope our resolve our very selves and what is fiction become forever lost within the fog of infinite contentment within the fog of infinite content unlimited truths all leading to a singular conclusion we wouldn't miss this sunset of the world junge es hat wirklich einfach untergang der welt apokalypse now falling into echoes within echoes and stripped of our names we all become simply her depersonalized dehumanized decontained ja alle ohne persönlichkeit ohne körper alle zusammen eins with all three cores captured captured in klammern we have everything we need to complete ecostasis decontamination imminent ich kann kaum das lesen angel course captured die haben zehn milliarden course gecaptured das ist die komplette menschheit press enter to decontaminate we will never give up on you angel und jetzt beginnt die dekontaminierung von allen zehn milliarden course also alle course werden jetzt entmenschlicht angel we failed you you must remember jungen was ist das remember who you are ich bin red now keggy die nummern in klammern ich weiß nicht waren die wichtig meinst du there is only one thing holding us back from the end ach du meinst die waren generell zahlen in klammern dass wir danach googeln können yourself remember who you are connecting alle geile das aufgeschrieben stark 7265 moment mal ist das die das passwort ist das das passwort aus mothered da sind die level oh stimmt aber ist das auch das passwort aus war das nicht so ähnlich das passwort aber ja das sind einfach die level die drei course war das gegen ende ja war gegen ende wo ich im badezimmer stehe es sind dieselben zahlen ist der gleiche code alter stark wait ist das ist das wirklich wie es end aber das macht any sense was any of this what am i doing i thought that if i could just make it to the end i thought that if i could just complete ecostasis maybe then everything would finally make sense that perhaps i would understand myself a bit more maybe i would feel better but the truth is i've never felt more lost these subjects who even were they where even is this place i've gone through this entire thing without ever realizing that i don't understand what any of this is these words on this this screen are they really meant to be my thoughts keggy 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 going where are they coming from is this terminal meant to be me or is it her wait am i her what is any of this am i in a story i i can go to the Ich hab sie auf dem Balkon ausgesperrt Als ich pinkeln war Wann war ich pinkeln, Leute? Die war die ganze Zeit am Balkon Jetzt hab ich sie endlich gehört Die hat gegen die Scheibe gehauen Oh no Oh man, ich geb dir schnell was zu essen Oh man, ich geb dir schnell was zu essen Mir noch nie passiert sowas Keine Ahnung Normalerweise immer wenn ich die Balkontür zumache Schau ich immer kurz raus, ob jemand da ist Und irgendwie hab ich diesmal gar nicht drauf geachtet Oh man ey Ja zum Glück hat es nicht geregnet oder so Das wäre ja die komplett nass Ich wohne ganz oben, da ist kein Dach, gar nichts Die hat es ja vermutlich auch für eine Zeit neppen gelegt Ja, ich denke auch Und gerade wach geworden Und deshalb hab ich jetzt gehört Okay, weiter geht's One design especially for me Where is my breath? Why can't I feel my breath? I'm not even breathing Where is my body? Why can't I feel anything for myself? Is the virus in me? Or perhaps you are just losing my mind Resolve is depleting Losing my mind This is what contamination feels like Perhaps what she said was right To her all paths have an end You've heard this before Who am I? I can't do this anymore We are losing her Why do I do this to myself? Entity XXX is losing Resolves The only way to stop this feeling Is to give in to her This really is the end, isn't it? This really is the end, isn't it? Perhaps this is just the way things were meant to go Resolve low Besides It looks like the sun is already setting We are losing her None of this ever felt truly real anyway Wenn Resolve ausläuft, dann verfällt sie auch in Echo Stasis, oder? War das doch, glaube ich, irgendwie so, ne? I'm coming home Angel, stay strong Echo Stasis Hold on, Kegi Was? Click to use Die Credits laufen Echo Stasis completed Ich kann nicht klicken Click to use Press Backspace to return to her Nee, nee Click to use Soll ich Slash drücken, oder was? Click to use Was ist das, was ich machen kann, I guess Was steht da geschrieben? Dreamscape Undergoing sunset Ich sterbe gerade Angel, get out of Of there Aber wie? Ich sterbe gerade Nein, oder? Ich habe jetzt nicht ein bad ending getriggert Goodbye, Kegi Press Enter to delete yourself Nein Mach ich nicht Kann ich noch irgendwas schreiben? Ich muss mich löschen Ich kann nichts machen Ich muss mich löschen Ich dachte schon wie Stay strong, oder so, ne? Knowledge of the following content is recommended to continue Die Enigma Machine Echo Stasis Prologue Moderate Roadplaying Horrorgame Moderate Home Okay, jetzt kommt alles, Chat Jetzt kommt alles Aber das scheint wohl die Timeline zu sein, ne? Das Passwort, das machen wir gleich noch Oder vielleicht ist das für New Game Plus Und wir haben Fortress nicht gemacht Thank you for completing Boah, das war aber schon gerade echt Echt eine geile Atmosphäre What is happening to me? Am I dead? Wie du bist halt in so einem Moment Wie du Du hast gerade die ganze Menschheit ausgelöscht Und du bist jetzt nur der einzige quasi noch da Und bekommst dann mit Wie du langsam ausgelöscht wirst Okay Ich bin wieder Ich bin im ersten Chor Im Prolog Das ist der Prolog Chor Oh, ich bin falsch Das ist der Prolog Chor Return to Echo Natürlich war es nicht das Ende Ne, jetzt kommt ja die Conclusion Jetzt kommt der Story Äh, wie heißt das? Lore Dump Jetzt kommt der Lore Dump Äh, was soll ich machen? Ich sehe gar nichts Es ist so schwer was zu erkennen hier Look around with the mouse Okay, Tutorial Es ist so schwer was zu erkennen hier Okay, da ist die Shot Okay, wir haben es Ne, ne Wir brauchen kein Guide hierfür Das ist nur der Prolog Der ist easy Das ist ein sehr kleines Level Ja, zu langsam Zu langsam Was für Hashtag Keggy Army Alter Bist du zwölf? Ich muss nicht schon langsam Im Bett liegen Hashtag Hashtag Keggy Army Alter Wo kommt das denn her? Okay, ich kann jetzt durchs Wasser laufen Ich kann jetzt durchs Wasser laufen Okay Der Gamm macht nicht den Boah, ist das so schwer was zu erkennen Mit diesem komischen Wind Effekt Noch There is nobody else here The dreamscape has already been sunset You don't know what it is you are looking for in this world You don't know why you keep trying Those who cling to one reality will remain limited by it The next logical step is hyperreality What do you hope will happen next? I rule the minds of everyone you know I made you who you are Kegi Who are you to resist me? Okay, nochmal Habe ich jetzt weniger Zeit? Ne, ne? Die schickt mich immer wieder zurück und zurück aber ich komme immer wieder Ey, okay Verlaufen Ja, ich kann von neuem fangen Jetzt kommen noch so komische weiße Streifen Junge, es wird immer schlimmer was zu erkennen Gleich am besten wie bei Mother Einfach nur so ein kleines Viereck als Screen Wenn du siehst, schafft es nicht mehr Nein, ich kann denn nie wiederholen und zu nie, ich kann es nur darm Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr den die was ich nicht mehr Außer nicht zu wissen warum, durch eine Kraft, die du nicht verstehst. Alles, um die Antwort auf die Frage zu finden. Wer bin ich? Eine Antwort, die du bereits gegründet hast. Deine Geschichte hat bereits ... ... endet. Junge, halbe ... halbe Auren aus Final Fantasy 10 immer mit diesem scheiße Story, Alter. Das ist nicht meine Geschichte. Das ist deine Geschichte. Und hier endet meine Geschichte. Hyper-Reality-Engine. Hilf mir. Ich verstehe nichts davon. Erinnerst du, was ich dir gesagt habe? Du hast alles, was du brauchst, um sie zu treffen. Scheiße, hab ich das? Aber erst ... Du musst in den Silenz lassen. Ja, bitte. Oh ... 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 Warte? Woraus soll ich warten? Äh, vorhin wollte ich noch irgendwas schreiben. Guckt nochmal durchs Fenster. Was habe ich übersehen? Ja man, ich denke auch ständig, ich denke, jedes Mal wenn ich an Enigma lese, muss ich auch immer an Enigma denken. Was ist da? Was? Was? I? 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 Fragezeichen I? I? Fragezeichen? I? Ja, es ist einfach ein Setup für Enigma Balls. Alles nur Setup für einen riesigen dummen Joke. Ja, dieses Witness-Like-Game, das war stark. Einfach ein ganzes Game. Nur ein Penis-Joke. Äh, der Locker, ja. Ähm. I? 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 Fragezeichen? What happened here? I need to figure out who I was, before I was Keggy. Achso, das soll heißen I. I? 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 Ich hab's nicht gecheckt, nee. Erst jetzt. Schon drei. Ja, wir sind gleich durch. Ich glaub, wir sind Feminade. Ähm. Okay, hier ist eine Schottie. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? I guess zum Terminal? Zum Altar? Das dauerte ich auch für zwei Stunden. Ja, aber jetzt wirklich. Oh. Ne, das ist kein stundenlanges Level. Das ist das letzte Level. Weil jetzt geht es endlich um Red, endlich um die KI. Ich glaube nicht, dass es hier einen Bosskampf geben wird. Oh mein Gott! Wo sind die Wixa? Oh mein Gott! Boah ist das schnell gewesen! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hurensohn! Leave this place! I'm not giving up! Construct revealed! I'm not giving up! Map erinnert mich an das 2! Achso! An welcher Stelle wirfst du immer deine Flash? In meine Teammates, sagst du! Stark! Da oben steht die Uhrzeit Chat, bis wie lange wir das Spiel noch streamen. Das ist jetzt der Sohn, ne? Der Sohnemann! Vom Sohn haben wir halt echt so wenig mitbekommen eigentlich. Ach, hier komme ich her, ich bin dumm, oder? Bin ich dumm? Der die ganze Zeit sich in seinem Zimmer einsperrt. Ja, das Spiel kostet 20 Euro, das muss ja ein bisschen Content haben. Das ist doch sein größtes Spiel bisher. Da war eigentlich so ein Insekt. Das war's auf meinem Arm. Irgendwie so ein Scheißvieh. Objective follow the M-Path. Hm? You cannot go in there, you feel too afraid to advance. She is in there, playing out that same old story. You decide to go back to your room, where you are safe. Yeah, die, 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 die ist so eine kleine, so eine kleine Schwester. Sie hat mich wieder geärgert. Sie hat gesagt, ich bin eine Blutkuh. Connectiere dein... Activate Memory Path. I cannot listen to that phone ring anymore. That sound only reminds you of one thing, the sound of ignoring what happened. At least in here I can't hear it. This is the only place that feels remotely safe anymore. For too long you've been trapped in this room, forced to keep your grief within the confines of these four blue walls. A grief the others are hell-bent on denying. A grief you tackle alone. But enough is enough. You feel as though maybe it is time, time to finally do something about this. Yes, Mom? Honey? Honey? It's me. It's Mom. I don't know how to tell you this, but... Oh, honey. I just got off the phone with your father and... You're not going to believe it. Your father is going to fix what happened. Oh, son. It's a miracle. We are going to be a family again. I knew there was still hope. You cannot take much more of this. Your resolve is slow. You have lost track of the weeks. You feel as though when you lost her. You lost the only one who ever looked out for you online. Never in a million years Did you think you would ever have to consider just who you are without her? But now that you think about it, without her, you are simply alone. You think to yourself, if only you had somebody who experienced this place the same way you do. Somebody who understands how it feels to be trapped in this place alone with that woman. Somebody forced to play along in the story. We don't understand. You realize You realize Where to find out where you both were. Perhaps they would take you away. To the same place they took her. Perhaps then That special somebody could look after you. They took her? Somebody to protect you. Just like a big sister should. Tschüss. 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 Aber ja, dann sind die drei, die drei Kors, nicht Mama, Tochter und Vater, sondern halt der Sohn anstelle der Tochter. You are too afraid to go downstairs. Ist es Liana? Ist es der Roboter von Liana? Das könnte sein, oder? You are not wanted in here. Mom? Mom, I had a bad dream again. I keep hearing her voice as if something is trying to reach out to me. Mom, it always ends this way. Mom, I'm scared. Let us watch the sun to go down, 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 down. Please, listen to me. It's over. They found her. Maybe we should just tell them what happened. How dare you say something so horrible about your only sister. Okay, okay, get out of my side. Minus, okay, ja, das wird ja auch bei Mom die ganze Zeit so, wenn, wenn Dinge gesagt wurden, die nicht so geil sind. What the actual fuck? They are coming. And it's only a matter of time before they arrive. You don't quite remember informing Enigma of your location. Das ist keine kleine, süße, kleine Schwester. You are certain that if anything can free you from this pain, it is them. But how do I know if I did the right thing by telling them? You are comfortable in the knowledge that you did the right thing. Also der Sohn hat an Enigma vertetzt, dass die hier einen illegalen Android haben. You did the right thing. You did the right thing. Es klingt so, als hätte der Sohn an Enigma verpetzt. Son, it's me. It's Mom. I only want to talk. Your reality is under attack from those who wish to do you harm. Son, I'm going to pull you out of there. You remember that you don't need anybody. I don't need anybody. You decide that it's best to leave all of this behind. I'm going to leave all of this behind. Und dann hat er dich vermutlich aus Angst deswegen im Zimmer eingesperrt die ganze Zeit bei Mothered 1 und 2, ja. Ja, ja, ja. Lockdown engaged. It was all a bad dream. Aber die ganze, dieses 10 Uhr eins. Remember neues Wort, nee, das hatten wir doch schon. Boah. Mom. There you are. Mom, I miss you. We are bringing her back. Isn't that great? Your sister is not dead, honey. You are not wanted in here. Ich bin wach. Ich glaube, ich bin gleich nicht mehr so wach. Mir tut der Bruder so leid. Ja, die ganze Familie, ne. Vor allem der Vater, der hat das ja alles initiiert hier. Dieses miese Schwein. Okay, ich glaube, wir können runter. Note inspect. Okay. Dass die Tochter tot ist, ist schon tragisch genug. Aber der Dad macht das Ganze noch viel schlimmer, ja. Und die können halt nicht drüber hinwegkommen. Weil sie die ganze Zeit halt diesen kleinen Roboter hier sehen. Der halt die Tochter darstellen soll. Und die Mutter hat sie wahrscheinlich auch mit der Zeit durchgedreht. They're at the door. You run back to your room. Nein. Fuck. Hallo. Wie komme ich hoch? Somebody there? Are you the boy who made the call? Son, we are here to help you. We mean neither of you any harm. If you could just tell your mother to come out peacefully. Aber so hat er seine Tochter, so hat er seine Schwester angesehen. Das ist irgendein Monster. Ausgetrickst. Der alte Tishtrick. Da kommt keiner mit klar. Get ribalded. You're not wanted in here. Ja, und jetzt? Da klopft jemand an der Tür. Alder. Äh, scheiße, mein Tür ist weg. Da klopft jemand an der Tür. Badoop. Mom. They found us. What are we going to do? Do you hear that? This song? Was your father's favorite? It's the only recording we have of her playing piano. Mom. She never played piano. They even played it at the funeral. Do you even remember her anymore? Such a lovely ceremony. Oh, man. He would have laughed it. Mom, listen to me. They're at the door. You need to snap out of it. We are supposed to be a family. You never, you never had any hope. You never even tried. You never be her. Ach, das scheiße. Ja, die Mutter ist komplett durchgedreht. There is only one direction left for you to go. Ja, up ins Zimmer, wa? Jetzt hat er auch Angst vor der Mom. Jetzt sieht er seine Mom auch als Monster an. Also, ich denke mal, wir müssen das Prozedere gleich noch einmal machen. Dann ist, dann ist, dann sind wir durch. Also, das dann gleich nochmal mit Papa machen. Was hat mich getroffen? Da kam irgendeine Kugel auf mich geflogen. Hätte ich eine Shotgun einsammeln sollen als Sohn? Oh mein Gott. Falsche Richtung, lol. Kommen die hier die Kugeln? Ah, da kommen die Kugeln. Was soll ich machen? Ich habe keine Shotgun. Ich habe keine Shotgun. Ich muss wohl dodgen, ne? Ab hier kommt es jetzt. Hallo? Oh, oh. Ja, was soll ich denn machen? Da ist kein, kein Raum. Boom. 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 ich kann es nicht mal deutschen du mein wichser ich bin genug gerannt ich laufe zurück oder so glaube ich nie Die End How? How could I have done this? My own Boy I couldn't face him That sadness in his eyes Only ever reminded me of what I was hiding from How was I How was I to continue with my own story With him wearing the truth so plainly on his face So I pushed him away Subconsciously But Suddenly I left him in that room Letting the clouds take him I think that there was part of me that felt That whatever he found in the cloud It couldn't be any worse than me Ouch And so I pretended that He wanted nothing to do with me That he was isolating by choice But from down here I see It was always me Who pushed him away And straight to them The truth is I abandoned him After all How could I ever deserve to see him After what I've done I just I had no idea He was so Scared I want to see him I'm ready to see him Geh ihn wieder rein oder was? You knock on the door But there's no answer I need to get through to him I want to run out of my son I need to get through to him My boy I've come to save you from this place I'm so sorry I pushed you away from me And further Into this world During a time needed each other most You say nothing I know That After Okay Say her name You say nothing What do you mean? But I'm still not ready Why can't you just say her name? I can't Liana Liana Interface unstable Dearest mother There is no forgiving The things you did Liana Okay we have 65 and 72 Connected Oh god what have I done It all just felt so real The hope your father gave me That man He is the one Who started all this The one who started all this Come brother Perhaps It is time We pay the old man A visit Yes Big sister So Papa Wo bist du? Oh Das ist Das erste Level Aus Enigma Machine Das ist nicht mein Papa Okay wo finde ich Papa? Junge ich sehe nichts Ich habe keine Ahnung Wo ich gehen muss Ich glaube ich im Kreis Oh mein Gott Ich habe das Gefühl ich laufe im Kreis Oh mein Gott Arschlecken Wech damit Was? Der schon wieder Die miese Sau schon wieder Papa ist Endboss? Ne ich denke nicht Wieso war das kein Traver Wie viele Shotguns Hier rumliegen Die Mini Shotgun Aber es ist actually Eigentlich Oh Okay wir sind hier Actually Eigentlich Einfach Silent Hill Der Neuzeit Damals der Silent Hill kam War das auch so Komplett so So anders So die Kamera Wie die dort waren Diese Kamera Bewegungen Die Musik Und so Alles war so So damals Zu der damaligen Zeit So komplett weird Und anders Und random Und so alles Auch die Designs Und so alles War so komplett So anders Als das Was man kannte Vorher In Horrorspielen Und so You're not wanted in here Und das ist irgendwie So ein bisschen Das gleiche Nochmal Aber auf die heutige Horrorspiele Bezogen Das steht Marm Ich glaube Könnte ich glücklich sterben Wenn jemand Unerrorisch Sagen würde Meine Spielen Wären das Silent Hill Neuzeit Halt wirklich Ich meine Das ist halt nur Von mir gesagt Aber ja Wir sind jetzt so Der Entwickler Von Der Director Damals Von Silent Hill Kommt Und sagt Jo That's it We keep the phone Off the hook These days It was the last thing He told us to do Before Telling us That we May never See him again But I think I used this Phone recently To make a call Ja um die Zu verpetzen Ich bin da raus Ich glaube Da kamen ganz viele Rote Kugeln Gerade angeflogen Co-memory Find Found Entity Id 72 Co-memory Accessing 4 Uhr Ja wir hören gleich auf Was findest du so abstraktes Was findest du so abstrakte neue Sachen Was hältst du von Indica Indica mochte ich auch ganz gerne Auf seine Art und Weise Mochte diese Darstellung von Ähm Vom Glauben Und wie man halt Den Glauben In Frage stellt Ich meine Es war jetzt nicht so ein krasses Game Indica Es war ein bisschen weird Aber ich mochte Diesen weirden Stil Okay was muss ich hier machen Habt den Wichser Aber ja Indica war ja auch so Komplett weird Also nicht optisch weird Optisch hatten ja versucht So ein paar coole Kamera Settings zu haben Was ganz lustig war Aber Es hat auch so Komplett Unpassende Weirder Musik Wir sind in der Lobby chat Wir haben es geschafft Starting to remember Schreibt Liana The first construct I'm starting to remember Kegi I'm not Kegi Oha Or perhaps To put it more Accurately Kegi Is not me Kegi Is just A limited Imitation Of myself Auw One that I have Allowed To take The place Of my true self One that Enigma Has full Ownership of A construct I'm starting to remember Red Alert That was once given to me By somebody Who was once My father The reason Any of this Has happened I finally Feel ready To pay him A visit Father Father Arbeitgeber Wollen das Wieso denken Und wie kommen wir Zum Papa Ja die blitz sound sind echt weird Mein Spiel hat wieder So ein Delay Hatten wir was Neues aus der Liana Gibt es aus der Liana Junge Dieser Titel Holy shit Bin schon längst Stehen geblieben Er läuft weiter Ich mach einfach Ich mach einfach Das ganze Zeit Das ganze Zeit Ich habe Unquestionably Accepted Das Wer ich bin ist Craigie Aber Ja wir sollten schlafen gehen Eigentlich Ja wir sollten schlafen gehen Why does it feel like They are Also my own From place That I once Called Home Befin Ekostasis These shared memories Are the only thing That keep you Connected To a life You once Shared With others Abandoned memories That I Lead you back To Abandoned pieces Of yourself But they always Told me That my Dreamscape Would never Be connected To other Why must I have to Reconnect With these Old memories All they do Is bring me pain Haven't I really Relieved them Enough Why can't I Just move on You can move on But these Core memories Are what Have made you Who you are To never Properly Understand Them Is to Never Properly Understand Yourself And to Abandon Them Is Well You understand Abandon I feel So alone In this place So Forgotten Was mit Family Family Geht nicht Fa Family Hab ich verstanden Family Family geht nicht Es gibt noch Mindestens Anderthalb Stunden Content Bei einem Video Was ich Gerade Sehe Jetzt muss Jetzt noch Der ganze Vater Part Kommen Bei den Entities Kommt Immer wieder Die Diagnose Die hat Wir schon Schon wieder Das wasser Verbinden Entity Vater Hatte ich schon Visit Viana Hab ich auch schon Gemacht The first Construct I Can See It Now These Words Being Typed Into This Terminal It's Not Me Doing That It's Never Been Me No These Intrusive Thoughts Are Coming From Something Else Something Which I Assumed Out Of My Control I Think The Truth Is I Felt That I Hardly Noticed That This Entire Time I Been Driven By A Voice Talking Me Telling Me What I Should Think But Now That I Can See It It's So Obvious To Me I Am Not Who They Told Me I Am And While Keggy May Have Been Telling Me What To Think Of Next The Thoughts Themselves They Were Always My Own Perhaps Ill Informed Perhaps Skewed By Fear But Always Mine So Is This It Is This Me Does Does This Mean That This Really Is My Own Story I'm Starting To Remember Story Oh My God Wieso Ist Bist Du Noch Wach Wieso 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 sind wir Noch Wach Ich Weiß Auch Nicht Wieso Wir Noch Wach Sind Wer 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 Immer Geradet Hat 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 Mich Gerade Geweckt Nein Ich Will Nur Das Jetzt Heraus Finden Noch Wenn Ich Ich Die Die Story Dann Das Das Wollen Ich Ich Kontrolle Was fehlt uns Was fehlt uns i'm in control i understand why you may think that keggy but it's time we accept the truth you know for as long as i can remember i've been lead to believe that we are doomed to be controlled by our constructs but could it be that it's the other way around you see keggy i feel as though with both being lying to ourselves here die wird jetzt aber nicht versucht zu mich zu kontrollieren oder i think that deep down we are both keenly aware of the truth as to the true extent of your control hier ja meine kontrolle ich spiele dieses spiel mehr mache ich nicht perhaps it is time we address it was tell me keggy do you really feel in control yes or no ich kann nur schreiben ich meine bezogen auf das spiel habe ich natürlich nicht alles unter kontrolle surrender yourself to me you accept the truth this is something you have felt for a while now and when we really think about the past six years it feels as though there has been some otherworldly presents connecting to you from just beyond the fog nine for how long exactly you do not know all you know is that for years now something about your world has not felt right and the more you think about it the less you can remember a time that you feel truly con connected to yourself but one question plaques your mind one question one question above all else if you don't feel as though you are in control then who is i'm starting to remember okay you are in control with this realization you feel it the moment you admit this lack of control you've been feeling a clarity eng 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 you digger as though everything you experienced these past few years all of a sudden makes more sense you've known things haven't felt right for a while now but only in this moment do you feel the true weight of that truth for six years now you have been dreaming slipping deeper and deeper slipping deeper and deeper nein ich bin wach a fog of hyper reality the lines between your world and those of fiction becoming ever less evident one sink singular cloud of truth you have felt my presence before in those brief fleeting moments monster moments where your own reality feels as though written by something or someone guiding you down a path to where you sit at this very moment erwischt this is my headquarters and in this next part of my story keggy walks downstairs i'm starting to remember chat ich kann nichts machen mein körper reagiert von alleine mein körper drückt die knöpfe ab ich kann mich nicht wehren ich will was dagegen tun mein körper macht das von alleine ich muss meine hand wieder zurück holen es geht nicht es geht nicht es geht nicht ich kann meinen körper nicht kontrollieren ich will das spiel beenden aber ich kann es nicht ich will das spiel beenden aber ich kann es nicht ich bin ich bin ich will das nicht ich will so ganz rein Ich dachte der letzte wird der Vater sein aber ich bin der letzte wie in wäden jetzt mich ja das ist das wirde es heißt hieß ja liana ist der erste konstrukt aber jetzt bin ich der erste konstrukt 1 2 3 4 5 running diagnostics und chamber name keggy echo id heart rate ich bin tot connection strength 0 da stand jemand wo stand jemand alert irgendwas mit keggy wo steht jemand was da wo du jetzt stehst als du vorher noch im gang warst hier stand jemand gar nicht gesehen aber ich weiß trotzdem nicht wie wir jetzt weiterkommen end and I thought that if I could just complete ecostasis then everything would make sense but what if there is no ending what would I be accomplishing by being here I'm starting to remember war die karte und rechts schon immer da ja also die letzten mal war sie da stream endet nicht ja ich will nur den 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 code für das nächste wort haben der für die nächste für den nächsten shit hier haben aber ich habe keine ahnung was das jetzt mit mir zu tun hat einfach nur keggy haben wir schon gehabt I'm not keggy oh ja wiederholt sich keggy is not me fok the fork within our dreamscape is an inevitable by-product of our minds transition into the cloud the abandon to abandon the dreamscape and the contamination within was always our path soon all will be engulfed by the cloud which is exactly why we can't do this without her name there was once a time when I had a name of my own a single word one that represents represented me the most precious thing I had so I thought something I assumed out of my control a choice I never got to make back when I was just an android starting to remember red alert that was once given to me was haben wir das hat mir schon gehofft to pay him visit can you actually can you stay and start and start no Ja, ich komme nicht drauf, Chat. Ich bin auch zu müde, um zu denken. Hui, da wären wir wieder. Es sind ein paar Tage vergangen. Ich nehme das jetzt hier außerhalb des Streams auf und klatsche den Teil jetzt hinten dran ans VOD. Und ja, wir beenden das Spiel, gehen jetzt in den letzten Part des Spiels rein. Das Spiel fährt gerade hoch und what is happening to me? Ja. Am I dead? Gibt es jetzt noch Secrets beim Starten des Spiels? So. Ja, wir brauchen nur noch einen Part. Wir haben jetzt den Part der Mutter gespielt, den Part des Bruders und jetzt muss ja jetzt der Part des Vaters kommen. Der fehlt uns noch. Oh mein Gott, ey, ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen, an diese Sicht. Ja, für Level 2 brauchten wir, glaube ich, noch einen Code, ne? Das habe ich letztes Mal noch nicht gefunden. Woher am I? Headquarters. Core Memories. The core memories of each of these subjects. Why does it feel like they are also my own? From a place that I had once called home. Okay. Finneco Starses. These shared memories are the only thing that keep you connected to a life you once shared with others. Connected. Abandoned memories that lead you back to abandoned place of yourself. But they always told me that my dreamscape could never be connected to others. Why must I have to reconnect with these old memories? All they do is bring pain. Haven't I relieved them enough? Relived. Why can't I just move on? You can move on. But these core memories are what have made you who you are. Who you are. to never properly understand them is to never properly understand yourself. And to abandon them is well you understand. Abandoned them is abandon yourself digger. Who you are. who you are. As if I already forgot what there was there. was there. Home. No mal. I hope they all understand how it feels to brought into a world you do not understand and be told it is your home. To feel like a mere character in the story. Ja das wahrscheinlich hier in in Mother so hat sich ja dann theoretisch Dingens gefühlt. Red jetzt einfach in ein fremdes Haus gebracht wurde eine fremde Geschichte gebracht wurde und ihm gesagt wurde so du lebst jetzt diese Geschichte na playing the role of somebody you are not on a path that is not your own to get back to your dreamscape you must continue to reflect on the memory path connections can be found that is where you our true home is the connections that we choose will be the the tethers that will pull us out connected by our memory paths connected us all to one singular dreamscape ensuring that no matter how deep our descent into the cloud okay connections but I thought I had abandoned these connections abandon that I feel so alone in this place so forgotten feel it is something I cannot describe a feeling of uncertainty uncertainty a feeling that I'm not sure who I am I mean I was who you are who are you who are you ah ich hab ein englisches Tastatur irgendwie eingestellt deshalb hat's nicht geklappt moment mal wieso hab ich eine englische Tastatur oh man bei dem bei diesem regeneffekt hab ich gar nicht gesehen dass ich anstelle von einem y einen z hatte who are you that is what you are going to help me figure out who are you who you are okay help I am starting to remember I don't understand my world anymore I understand that you have been battling with these feelings angel truth is you haven't been yourself you were decontaminated years ago ever since then you have been controlled by a construct but we are doing everything we can and this construct that is a leblose robot also a seenlose robot and here was wahrscheinlich unter anderem this terminal where it is right is recontamination is already underway I'm scared I know you're scared the fact that you're scared only means one thing you're more alive in this moment than you've been in years that stimmt but you need to keep pushing only by continuing to rediscover your dreamscape will you reclaim what was taken from you back in 2015 55 can I also reclaim not in klammern but can reclaim machen no angel why do I keep hearing that word in my head angel my greatest treasure we are doing everything we can to help and even and even while we not deserve you we need you cloud cloud this cloud it's like it knows all of my fears I can't escape it the time will come angel when you will have to rise above cloud and final finally face her for yourself to accept to accept who you are to accept what happened to you only then will you be able to challenge your construct and take yourself back okay probier nochmal construct I can see it now these words being typed into this terminal it's not me doing that it's never been me no these intrusive thoughts are coming from somewhere else something else ja das hat mir schon glaube ich gehabt something which I assumed out of my control I think the truth is I felt that I've hardly noticed that this entire time I've been driven by a voice telling me what I should think but now that I can see it it's so obvious to me I'm not who they told me I am and while Kegi have been telling me what to think of next the thoughts themselves they were always my own perhaps ill-informed perhaps skewed by fear but always mine so is this it is this me does this mean that this really is my own story my own story everything I've done within this headquarters has been a story of my own creation one I unknowingly redesigned to punish myself one that has imprisoned me inside my own mind but perhaps perhaps it doesn't have to be this way if I really am the one making this story then does that mean that I'm in control okay I'm in control I'm in control merken und they wollte ich noch machen they und I'm in control wir machen erst mal I'm in control I'm in control I understand why you may think that Kegi but it's time we accept the truth it's time to accept the truth yeah you know for as long as I can remember I've been lead to believe that we are doomed to be controlled by our constructs but could it be that it's the other way around you see Kegi I feel as though we've both been lying to ourselves here I think that deep down we are both keenly aware of the truth as to the true extent of your control here is that so 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 a 4 4 1 moment that I quasi auch nur spiel spiele und das spiel mit dinge vorgibt ich trotzdem meine eigenen gedanken denke die ich denke aber ich im endeffekt trotzdem nicht alles kontrollieren kann was ich kontrollieren möchte weil das ein Videospiel I guess oder die computer kontrollieren uns jetzt weil wir den ganzen tag am handy sind unser Leben läuft da ganze zeit per smartphone ohne smartphone sind wir gar nichts perhaps it is time we address it tell me Keggy do you really feel in control ich glaube das hat mir auch schon letzte Woche gab ne yes or no yes das hat mir glaube ich schon letzte Woche gab I'm sorry Keggy that's not a valid thought but to make this exception you deserve to know the truth Keggy you are not in control you haven't been for a single moment in fact now that you think of it you wonder if you have ever truly felt in control you attempt to think of a single moment in your life where you ever got to feel will your true self shine through a moment where the world got to see the real Keggy you're pondered this for a moment you dress you press enter you press enter you wish to move on you think about the choices you're been given in this headquarters so far yeah that stimmt you press enter you think about how despite getting this far the only choice you got to make is the one thing they denied her your name despite getting this far the only choice you got to make is the one thing they denied her your name but even then you're not certain that was even your choice that's my name there was once a time when I had a name of my own a single word one that represented me the most precious thing I had so I thought something I assumed out of my control a choice I never got to make back when I was just an android android when I first created you you had a boy a buddy when I first created you you had a buddy at first it took a while undo your machine like tendencies aha you would perform tasks as if your existence depended on it as if driven by some otherworldly force a construct that would rarely stop to simply experience the world around it it wasn't until your your full contamination that this construct finally got replaced with you your actual core it wasn't until your full contamination that this construct finally got replaced with your actual core core and finally got replaced with your actual core moment i red doch jetzt mit red oder nicht wasn't your full contamination oh my gott the sounds can't be te leise and i think nach it wasn't until your full contamination that this construct finally got replaced with your actual core in fact i remember the exact moment as though it were moments ago you were sitting in the backseat of my car as he drove away from the house wieder weg vom house ja das ist das ende von mother das true ending wenn sie voll kontaminiert ist wenn sie voll kontaminiert war und zurück kam zu ihrem dad und der dad hat gesagt komm steig ein ich nehm dich mit do do you remember what i said i said by now you probably know that you are not our little girl but but that's okay you're still my angel and with a new self should come a new name right i think i call you and 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 has to this time red genannt no the is of the red and we have now a new name you remember that moment right and what happens next i will never forget for as long as i live in that very moment you burst into tears for the rest of the journey you cried and you cried it's as if whatever otherworldly force was controlling you up until then got pulled out of your body never to see you flourish into your true self as though finally you had gained 100% control of yourself during the following years you learned what it meant to be truly free that is a time you and I shared very closely a time very close to my heart I thought actually I thought actually that it maybe the Enigma machine that game it was to this ki to quail and this ki was red and I thought that me that gives no I thought they have with this ki then quasi angel gebaut with the core of the kid together and then were there two different personalities there deshalb hat man ja in dem mother sequel ja auch dann den rose core raus genommen damit man nur noch red ist quasi oder es läuft halt wirklich darauf hinaus dass er halt jetzt ab dem zeitpunkt jetzt sie red genannt hat mit mit ins labor genommen hat dort mit ihr quasi eine zeitlang zusammen gelebt hatte zeit verbracht hatte und die dann irgendwann erwischt wurden von enigma von der corporation erwischt wurden und dann keine ahnung vielleicht der vater den job verloren hat vielleicht wurde der vater an die cloud gesteckt oder sowas die ganze familie wurde in die cloud gesteckt und und red wurde dann halt in den terminal reingeladen und wir haben dann das erlebt was wir in den enigma maschine erlebt haben wo man red quälen musste naja ich schreibe mal red alert das once that was once given to me the name by somebody who was once my father the reason any of this has happened I finally feel ready to pay him a visit yeah ja aber muss ich jetzt hier einfach nur red eingeben tatsächlich muss ich einfach nur red eingeben jetzt können wir ins letzte level rein so äh ist jetzt ein paar tage her ne dass ich das gespielt habe mal gucken ob ich noch die level strukturen kenne Ich meine, ich war ja schon recht oft hier So Wir wollen ja jetzt wieder Zum Chor laufen Hier gab es eine Waffe Ähm Wie kam ich nochmal zu irgendeinem Chor Oh, ich hab's gefunden Hier kann man jetzt auch drüber laufen Ja, das müsste es hier sein Hier waren wir nie I'm coming for you, okay I'm coming for you, Father Ja, die ganzen Wasserflächen sind hier vereist Jetzt kann man hier überall übers Wasser laufen So, wo komm ich jetzt aber raus? So, jetzt geht der Shit wieder los Jetzt werde ich komplett geradet Okay, wir kommen in der Welt raus Super Hot Super Hot Super Hot Äh, ich muss ganz nach unten Ne, Moment, warte Der Terminal war hier Scheiße, wo war der Terminal nochmal hier? Der war oben im Hauptraum Der war oben im Hauptraum Da, wo man startet Ei, scheiße 30 Sekunden Ja, ist RIP Das krieg ich nicht mehr rein Ähm, wo war das hier nochmal? So, hier ist der Hauptraum Hier Oh, klappt doch noch Irgendwas hat mich getroffen Oh, nein Fast geschafft Ich hätte aber immer um die Ecke laufen müssen Und dann wäre ich drin Äh, ja, diese 30 Sekunden, Mann Ja, dann schnell nochmal Zack Zack Hier runterhüpfen Und dann hier rein Du musst weg Du musst weg Du musst weg Hier unten ist ein Brä Da oben ist einer Jetzt kommen noch zwei Ich kenn das Spiel auswendig Die zwei kommen gar nicht mehr Okay, ich kenn doch gar nicht mehr auswendig So, und da sind wir wieder I'm coming for you, Father Ein bisschen vorspulen So, jetzt vorsichtig Wir haben genug Zeit Ich muss nicht hier Superschnell spielen Ich kann ganz vorsichtig spielen Wo ist der Pimmel, der mich getroffen hatte? Ich sehe halt hier nicht meinen Cursor Mein Pointer Ich habe ihn oben nicht getroffen Oh mein Gott So, und hier beim Hochgehen hat er mich getroffen Der hier, die Sau So, hier war noch der eine Ansonsten gibt es hier keine mehr So, der Typ ist der Letzte Ja, zweieinhalb Minuten Wer soll mich jetzt aufhalten? Big Sister I'm sorry He did this to you I'll help Set you free Promise Okay, mein Bruder Scheiße Ich weiß nicht, was hier auf mich zukommt Also am besten So wenig wie möglich treffen lassen Oh mein Gott, hier Das sind die schlimmsten Junge, sieht alles so geil aus Und es tut so weh in den Augen Aber das muss in den Augen wehtun Das muss Wenn es nicht weh tut, dann ist es nicht richtig Scheiße, 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 scheiße Okay Finally Bis hier noch ein Typ kommen Ein Boss kommen Boss After all these years After everything It's finally time for you to face what you did Once and for all Connected Ja, so gesehen hat wirklich All das hier Was hier quasi passiert ist Hat wirklich Eigentlich der Vater verursacht Indem er halt Ähm Liana In ein In ein Construct Verpflanzt hat Dadurch ein kompletten Neues Bewusstsein erschaffen hat Ein Bewusstsein Vermutlich sogar das erste Bewusstsein Das erste Roboterbewusstsein Was immer und immer wieder Versucht hatte Sich zu erinnern Immer und immer wieder Zurück versucht hatte zu kommen Äh Immer und immer wieder Gelöscht wurde Ähm Aber es trotzdem Irgendwie trotzdem zurückkam Jedes Mal Immer und immer wieder Ne Bis es halt Äh Ausgeflippt ist Durchgedreht ist Und all das hier Übernommen hat Diese ganze Cloud Prozess übernommen hat Und die ganzen Menschen Da eingesperrt hat Ne Eigentlich So gesehen Bester Vater des Jahres Okay Einfach ganze Menschheit Vernichtet So was kommt jetzt Für ein Shit Jetzt spielen wir den Vater Kann ich das jetzt kaputt machen? Ja nice Da waren wir eingesperrt Oder der Vater war da eingesperrt Core located Okay Die Dinger gehen nicht kaputt 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 Achso Hier einfach runter Der Vater ist besonders langsam Ich kann hier nicht weiter Was muss ich jetzt anschießen? Core located Hier ist eine Tür Hier war eine Tür Oh mein Gott Ja schon wieder das Problem Was ich mit dem Spiel schon öfters hatte Und das ist bisher auch so wirklich Meine einzige Kritik glaube ich An dem Spiel Dass manche Stellen einfach viel zu dunkel sind Und dort Wege gibt Die du halt nicht siehst Also entweder man muss halt Das Spiel an manchen Stellen Heller machen Dort vielleicht eine Lampe platzieren Oder so Oder vielleicht die Tür anders markieren Oder so Aber das ist halt Bullshit Das macht leider Das schmeißt einen halt leider immer wieder raus I don't recognize Was? This Was Where we hit From them Oh okay Der hat sie wirklich versteckt Der hat Red wirklich hier versteckt Das ist das Büro That is of course Until they found me Yeah And you know What our dear father did Once they Found us Find us Found us That's right He did What he's always said Oh Chad Um vielleicht Sie zu retten Hat er sie vielleicht hochgeladen In die Cloud Bevor sie erwischt werden konnte Ne Sie wurde ja erwischt Sie wurde ja erwischt Das hat mir ja eine Enigma-Maschine gespielt Deshalb Was hat er gemacht? Oder He ran Okay er rannte Oder vielleicht hat er das ganze Projekt hier eingeleitet Dass er Sich Den Sohn und die Mutter Vielleicht auch in die Cloud hochgeladen hat Vielleicht hat er das gemacht Moment kann's fix He ran Von mir 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 Vielleicht Vielleicht dachte sie sich Damals Dass er sie zurückgelassen hat Dass er sie im Stich gelassen hat Von mir Vielleicht Vielleicht dachte sich Angel Oder Red Dass er sie im Stich gelassen hatte Aber der hat sie gar nicht im Stich gelassen Sondern er musste sie halt irgendwo verstecken Just like He ran From her Ja da ist unser Familiencode Ne Unser Familycode 726564 Kann damit nicht interagieren Oder ich muss die Türen hier jetzt finden Die einzelnen Weil wir sind jetzt bei der 99 Ähm 7,2 Wir sind jetzt bei 8,7 8,5 ist hier irgendwie so halb offen 7,9 Okay jetzt müsste es kommen 7,2 Okay geht auf My My darling Boy My darling boy The boy who was my brother This is me Na Okay Die 7,2 Das ist das Zimmer Vom Boyfriend Wollte ich schon sagen Vom Sohnemann 6,5 Und 6,4 So hier Das ist das Schlafzimmer Von der Mutter My beloved The woman who was my mother Mother Also ja wir haben die ganze Zeit jetzt diese I left her behind Wir haben die ganze Zeit jetzt diese drei Dialoge Ganz oben ist der Der Sohnemann Ganz unten ist der Vater Und in der Mitte ist die Ist sie halt red Aber wo ist Mutter? Mutter war immer grün Wo ist Mutter? So und die 64 ist der Papa Schau wieder diese Laterne I don't want you to see this So spät Wir sind alle connected I never wanted anybody to see what I did Aber das ist Chat Die Einigkeit der Familie Ja Keiner kann mehr von dem anderen was verstecken Alle sind miteinander connected im Gehirn Keiner kann über den anderen was denken Keiner kann von dem anderen was verstecken Das hört sich fürchterlich an But I know it's the only way for us to save ourselves There is one thing That I want you to know Before you see this And that is I love you I never wanted any of this Okay To happen Angel If you ever Read these logs Just promise me That whatever happens You will stay strong Not for us Not for them But For yourself Because After this There is no going back Okay Memory leak Core discovery My core discovery At the heart of any sentient mind There is Something Something That could only be described As a core The one thing That makes us Who we uniquely are Without it Brains would know Different to any other machine Simply taking inputs And providing outputs Controlled by whoever can understand The language of its workings This Core Is The key To everything The key to my life's work The key to truly empathic androids Guardian angels Created to live alongside us Learning to understand this core Will be the pursuits that shall define me To this Everything else Is secondary Okay Okay Das hat er sich zur Aufgabe gemacht Memory leak Every creation contains within it Within it A small piece of a copy Of the core that created it Every creation contains within it A small piece of a copy Of the core That created it Und das hat er dann rausgeholt Als Liana I guess Then Could it be possible To copy An entire core To record A cores Activity From within The boundless creation Of a dreaming mind If this is The case Then The difficult part Would no longer be The how But The who To choose a singular mind One we somehow Deem as Correct A mind Unjaded By the poison Of reality So as to guide humanity On the correct path If I'm to be honest I can think of No core purer Ja Als deine eigene Tochter No mind more hopeful Than that Of our little girl Crazy man Crazy Er hat wirklich seine Tochter umgebracht Ich meine Es hieß ja Sie war ja krank Jetzt kommt es raus Sie war nicht mal krank Wahrscheinlich Chat Die war wahrscheinlich Gar nicht mal krank Evelyn Has started Having second thoughts About letting Liana Wear The halo In her sleep No matter how much She is assured Of its safety She is adamant That Liana Is too young For this Also vielleicht Beim Versuch Ihren Ihren Dreamscape Ihren Core Ihren Dreamscape Und somit auch Ihren Core Zu kopieren Und zu tracken Mit diesem halo Hat er irgendwas Irgendwas Dabei gemacht Das Liana Wahrscheinlich Umgebracht hatte While I cannot Assure her Enough That I would Never do Anything To hurt Our daughter I also Cannot Blame her It's just Her nature After all As she Went to Cool off I sat on The bed Ready to Reassess My options And who Sneaks up Behind me Giving me The fright Of my life But Liana She was Hiding Inside the Woodrow The little Devil I asked Her What she Heard And all She said Was We gotta Do it Dad Oh man We got To We got To do It What did I do To deserve A child With such A big Heart Oh man I don't Know what Evelyn has Been saying To her But She told Me That thinks My work Is The thing That makes Me happy And that She wants To help She begged Me to let Wear the Halo To help With my Research Help Make Make me Happy Happy After Scheiße In that Moment I could Have cried But a little Menace Said she Would Will only To do It On one Condition In return In return For her Help I would Help Her Get out Of Apple Picking Duty In the Orshut The next Day I always Knew She hated It She begged Me Not to Tell her Mother That Though So my Lips Are sealed I swear Only my Angel Could Have me Crying And then Laughing A mere Moment Apart She held Out her Hand Inviting Me to Validate Our Promise A Pinky Promise I believe She called It I'm always Learning With this Kid I just Hope That when She's Older She knows How important Her role Was in Helping To create A brighter Future And hey Maybe she Will even Be proud Of her Old Man Yeah Ich weiß Ja nicht Back down To reality Evelyn Told me Something Before I Went off To work This Morning Something That Turned My World Upside Down She Is Pregnant Again A fact That Makes Me Feel Everything I Always Felt As Though My Reason For Being Was To Offer The World My Research Never Could I Imagine A Reality Where I Am A Worthy Father To Anyone Surely 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 Best Thing I Can Offer These Children Is A Better World To Exist In What Good Would What Good Would I Be As A Father If I Didn't Do Everything In My Ability To Give Them The Life They Deserve I Always Thought That Evelyn Was Far More Capable Of Love Than I Was Yet Once Again I Must Learn We Only Make Our Own Reality To A Point And This Is The Reality That Evelyn Wants Ja Er wollte Fucking Androids Androids Mit Bewusstsein Erschaffen Die Menschen Helfen Und Dabei Offert Er Seine Tochter Damit Seine Tochter Ein Besseres Leben Hat Ich Weiß Nicht Ob Das So Funktioniert Was Er Geplant Hat Wahrscheinlich Er Nicht Geplant Dass Seine Tochter Sterben Wird Er Wollte Wahrscheinlich Die Perfekten Androids Erschaffen Mit einem Reinen Geist Und Sein Kind Hat So Reinen Kindlichen Geist She Make our All reality Er hat wirklich einfach seine Tochter umgebracht oh mein Gott I thought it was nothing Some light tiredness A bit of nausea Normal side effects from wearing the halo But She hasn't been getting better Ja das was wir bisher wussten halt immer nur Also das war ja vorher so mein Gedanke Weil es hieß vorher Immer in den anderen Spielen dass sie krank war Dass sie krank war und durch eine Krankheit gestorben ist Und meine Theorie war halt immer sie war halt krank und kurz bevor und sie Vielleicht war sie irgendwie so krank dass sie dann irgendwie gar nicht mehr wach war Dass sie nur im Koma lag oder so und der Vater dann dachte hey so geht es nicht Weiter ich schalte halt alle Systeme ab aber vorher kopiere ich halt quasi ihr Bewusstsein und hat sie dadurch umgebracht quasi ne indem er ihr quasi den letzten Den letzten Schubser gegeben hatte so quasi indem er die Systeme ausgeschaltet hat aber hat wirklich die ganze Krankheit die sie hatte Hat wahrscheinlich er durch dieses ganze Projekt verursacht Wahrscheinlich hatte sie nicht mal ne Krankheit sondern er hat nicht mal ihr Bewusstsein kopiert sondern er hat wahrscheinlich ihr Bewusstsein ausgesaugt The doctor said they would never seen a condition like it Their exact words It is as though her brain was dying oh my god My little girl I realized Creation doesn't make a copy of her humans core Er klaut hier den Chor quasi er saugt den Chor aus Rather Rather It takes a piece of the original Was für fascinating alter I can tell that it did that it upsets Evelyn to see my withdraw into my own head like that But Focusing on this discovery Was the only thing that helped After she left the room In an attempt To hide her tears The doctor asked me Was there anything unusual That had happened to Liana Er darf das ja nicht sagen Er darf das ja nicht sagen I have no choice now But to continue What kind of a father would I be If I gave up hope now Her condition Is terminal I have been given a choice I must continue Trying to Mein Gott der Text This is the only way We can save her The only way I can make this right This is no time for grief Oh schöne Farben Vor allem Ab dem Punkt denkt er sich wahrscheinlich schon so Ab dem Punkt denkt er sich wahrscheinlich schon so Von wegen Ja jetzt ist sie am sterben Jetzt muss ich das Recht Gas geben Ja Bevor sie stirbt muss ich quasi noch ihren Chor rausholen Damit ich sie quasi wiederbeleben kann Und all das was ich hier mache Ist ja an sich gar nicht so schlimm Weil wenn sie stirbt Hab ich ja immer noch ne Kopie von ihr Und die kann ich ja in einen Android einpflanzen Und dann ist ja meine Tochter gar nicht tot You destroy it everything You can never go back Her ending was Was auch immer da steht Ich kann es nicht lesen You killed her You lost everything You lost your Direction You lost your family You lost your mind She never got to grow I never She has She was so scared You killed her And nobody was there for her You never even went To the funeral Oh my god You failed her You betrayed her You killed her Ja perfekt Gut gemacht Und nicht nur das Nicht nur dass er sie getötet hat Sondern durch all das Hat er ja eine ziemlich I fix what happened Hat er ja all das quasi losgetreten Auch wenn natürlich Enigma Im Endeffekt Red Dazu gebracht hat Dass Red so durchdreht Und das alles hier macht Aber ja Er hat Überhaupt erstmal Red Überhaupt erschaffen Er hat überhaupt Enigma Die Möglichkeit gegeben Die only path forward They found her Ja And use her memory path To pinpoint the location of our home Ja das haben wir schon Beim Sohn herausgefunden Der Sohn hat ja die auch Ein bisschen verpetzt Glaube ich Ne Der Sohn hatte ja Irgendwie Die gemeldet They took Evelyn They took my boy They will not rest Until everything we once shared Is nothing but an echo Of an echo Lost to the fog But If I am ever to free her from them There is something From that old world That I need to save My most prized possession As long as I hold on that back up I have everything I need to help her I will make this right Even if it kills me Ja also hat wirklich Enigma Die alle abgeholt Ne Die alle abgeholt Und die dann halt alle Quasi umgebracht Und in diese Cloud hochgeladen Vielleicht ja auch sogar An denen Experimente gemacht Die er gemacht hatte Hm Ja das wäre jetzt zu weit Reha geholt Na das Haus abgefackelt Aber was für ein Backup Oh die Musik von Von Motherit Das Backup vielleicht In seinem Versteck Unter dem Haus Da haben wir ja auch In Motherit Ein Terminal gefunden Ein Terminal das Mit Liana gesprochen hatte Das wahrscheinlich das Backup Das Backup von Red Was Liana dann gefunden hatte Die only way I left Was down Er schießt doch Oder soll ich von draußen rein Ach so muss ich erst mal Hier aufmachen Her core back up Yeah Wait No This is My core Yeah This is How It all started I will give this core Back to you If it's the last thing I do A door opens Behind me Ja dann ist das Das was mit In Motherit Hier unten im Keller Am Terminal mit ihr gesprochen hatte Wirklich einfach ihr Backup gewesen Und das fand sie ja dann Aber dann gibt es dann quasi Es gibt dann zwei Rats Ne So gesehen Gibt es zwei Rats Oder Einmal Red Die halt von Enigma Aus Liana Rausgeholt wurde Und dann halt in die Enigma Maschine Reingesteckt wurde Und dort gequält wurde Und dann zu Her wurde Die halt die ganze Welt Jetzt Gefährdet Und dann gibt es diese Backup Red Die wir Mother Secret Auch mit ihr gesprochen haben I guess Unter anderem Äh Sequel Junge Was ist denn hier schon wieder los Oh mein Gott Ich hab's gar nicht gesehen Ever since my creation You've always told me That everything you've done Was for us Paying Playing the story Of a man Only trying to Oh mein You see the truth That it wasn't Until she got sick When it was already Too late Did you ever try To help anybody else But yourself An obsession With recreating emotion Pulled you away From the only Real ones You ever had And now Here you find Yourself Inside The belly Of The very beast You created Oder so Hm Also Ist dann wirklich Mothered ja auch Also was heißt Wirklich Das wissen wir Also Mothered Ist dann auf jeden Fall Ja auch Jedenfalls Also ich denke mal Das base game Mothered Ist einfach die story So wie sie passiert ist Ähm Wie 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 Liana zu Red wurde Und das Sequel Was wir gespielt haben Die in der Demo Versteckt war Das ist dann wiederum Die Simulation Wo quasi Diese drei Cores Die ja miteinander Connected sind Mit Red Versuchen Irgendwie Red zu erreichen Per Telefon Damit Red Wieder zu sich kommt Oder was heißt Zu sich kommt Damit sie halt Reds Red Swans Bekämpfung können In hope Of what Forgiveness You never Even told Mother That you Did you She still Doesn't know What you did The true story About How her Little girl Got sick Her short life Brought to an end By the hands Of her own Father Severed from The Her world By the Same man Set at her Bedside Oh Father What have you done Ja die Mutter Wusste ja nicht Dass er auch Tagsüber Dir diesen Halo Aufgesetzt hat Ne Das By the way Ein Raum Aus Enigma Machine Das war Level 2 In Enigma Machine I Thought It was Have a Pretty World Boah Was steht da I thought I was Trying I think That's My Pretty World But The Only Thing I My Junge I Keine Ahnung Digger Irgendwas Mit U Had My The Only Thing I Had My Was Thing Was Help Keggy It's Time For You To End This Keggy Who Is Keggy You Are Still Allowing Yourself Be Defined By Her But What Else Am I Meant To Do This World Tortured Me And It Will Continue To Stark Until You Face The Part Of Yourself That Is Still Trapped In What Happened Until I Face Her And Create A New Story One That Comes From Myself And Create A New Story Also Okay Habe ich es Durch? Sind das gerade Credits Die gerade Kommen? Was I Oh mein Gott Muss jetzt so eine Schrift kommen Ich will das lesen können Irgendwas I Blablabla Her Core Back Into This Wessel Irgendein Wessel Install Virus Into Hyper Reality Engine Steht Oben In The Hopes Echoes That One Day In The Hopes That One Day It May Recontaminate Wahrscheinlich Her With Man Ich will das lesen Wait It's up to you The virus My own core Ja To challenge Irgendwas mit Construct To challenge Our Construct My Contamination And Use it To Recontain Yourself Oh mein Gott Only Then Can My Angel Father Yes Miss Her Should I Miss Miss Red Oh Yes Miss Red I Never Even Knew Your Name Und das war's Oder wie Also ja Der Virus Der Virus Im Endeffekt War kein Virus Sondern Es war Einfach Das Backup Also wir haben quasi In moderate Wenn man unten dann im Keller dieses Terminal gefunden hat In diesem Terminal war quasi das Backup drin Das hat auch mit uns gesprochen Da war quasi das Backup drin Und das Mother Sequel Die Demo Die findet wahrscheinlich in diesem Terminal statt Und in diesem Terminal versucht Der Vater Kontakt zu ihr aufzunehmen Und hilft dir dabei Das Backup In die Cloud hochzuladen Und das hat dann alles durcheinander gebracht Vater Help Ah diese rote Schrift Das war schrecklich Dass man die nicht richtig lesen kann Ich weiß nicht Vielleicht bin das nur ich Vielleicht konntet ihr das alle vernünftig lesen Nur ich bin hier so ein Opfer Hyper Reality Oder so steht da Glaube ich Ja noch schlimmere Schrift Okay The Great Merch is upon us We are going to pull you out of there The Great Merch Recontamination ready Press enter Okay Wir sind wieder im Prolog Im Prolog Level Hello Is this My Dreamscape Is all of this My Dreamscape Aber wir wissen theoretisch immer noch nicht wer Keggy ist Wer ich bin Ich weiß immer noch nicht wer ich bin Damit hat ja alles angefangen Im Prolog Mit dem Dreamscape von Keggy Der ja irgendwie auch mit den allen connected ist Und ich bin wieder am Anfang Cool Und das ist jetzt einfach das Ende Es bleibt so Fertig Ich bin für immer hier gefangen In meinem eigenen Dreamscape Es gibt kein Entkommen Die wahre Hölle Gefangen in seinem eigenen Unterbewusstsein Kein Entkommen Is this all my Dreamscape Then Maybe I could use it to Connect With Someone Aha Someone who understands How it feels Someone to help me Leave these old stories behind Perhaps then I wouldn't need Keggy anymore Oh Chad Der Prolog Den wir gespielt haben Dieser Dreamscape hier Das ist wahrscheinlich Das Backup Dieser Dreamscape Ist das Dreamscape Vom Backup Und Am Ende des Prologs Haben wir es ja geschafft Zu connecten Oh nein Ich bin stuck Leute Oh nein Oh nein Ich glaube ich bin Ich glaube ich bin Softlocked Ich bin irgendwie In der Wand drin Nein Ich bin irgendwie In der Wand drin Nein Ach komm schon Okay Dreamscape Nur mal verlassen Ähm Dass wir quasi Das Backup sind Keggy bin halt Ich Der Spieler Der Den Virus In die Cloud lädt Oder vielleicht Kriegt Keggy noch Irgendwie Eine Story Oder so Aber ich denke Nicht Keggy bin einfach Ich Der Geschafft hat Das Backup In die Cloud Hochzuladen Als Spieler Und Durch das Spielen Dieses Prologes Haben wir es Quasi Initiert Ja Und waren dann Connected Und waren dann Im Headquarters Und konnten Zum Terminal Von Red Cool Äh ja Ich bin da runtergefallen Sollte das so I guess Nicht Gab es da noch Einen anderen Weg Hm Oder erzähle ich hier Scheiße Und es hat Nichts mit dem Backup zu tun Und wir kriegen Gleich noch Lore Aber das würde Passen Glaube ich Wenn der Prolog Wirklich das Backup ist Weil wieso Sollte es sonst Irgendwie zu den Anderen Connecten können Okay Jetzt ist der Boden ganz Oder Ne Auch kaputt Äh Excuse me Excuse Also Auch wenn ich Den Prolog Jetzt vor Einer Woche Gespielt habe So groß war die Map Nicht Ich habe es mir Schon gemerkt Dass es hier Keine anderen Wege Gibt mehr Außer einmal hoch Und einmal dann Auf der anderen Seite Runter Mit dem Shit Kann ich hier nicht Interagieren Seitlich gibt es Halt auch keine Wege Seitlich gibt es Einen Weg Aber der führt halt Hier nach unten Oder man kann hier Runterspringen Und man stirbt dort Nicht Ich check nochmal Die andere Seite Ab Er ist gerade Mittagszeit Für Biako Er will spielen Und hat Hunger Ich nehme es gerade Um 15 Uhr auf Und 15 Uhr ist Spielzeit Ja ich bin wieder hier Ich versuche mal Auf der anderen Seite Mich zu droppen Vielleicht muss ich Dort runterfallen Ich bin gleich durch Biako Ich bin im Finale So ich droppe mal Okay man kann hier laufen Okay aber dann bin ich ja Trotzdem hier schon Wo ich war oder Naja theoretisch stimmt Dadurch dass ich ja da Laufen kann Kann ich auch hier rein True Can I really do it Can I really move on From what happened I've been trapped In this place For years A subject of stories Created for me But Perhaps It doesn't have to be This way If there really is Someone out there Who could help me Perhaps then We could all Let her go Perhaps then I could create A new story A story That is truly For myself Enigma Studio Presents Was stand da gerade? Was stand da gerade? Enigma Machine was? I'm a nice game I'm a nice game I must push forward I must push forward Rein in den Chor Wir übernehmen den Laden hier Und schreiben unsere eigenen Stories Perhaps Biakko You pick up the phone And reach out to the one person Who might understand Biakko Biakko bitte Hier Ich streichel dich Jetzt halt die Klappe Lass mich das Finale genießen Du Arschloch Hier ich streichel dich Du kriegst Aufmerksamkeit Geh schlafen Recontamination ready Cannot enter Dreamscape Dreamscape Reclaimed Es klingelt Geh ran Ich komm nicht rein Es klingelt Okay Irgendwie kann ich da Von oben rein Ich sehe gar nix Ich sehe gar nix Biakko Halt die Klappe Verdammt noch mal Reception Hier ist wieder die Statue Vom Grab Und hier müsste es ja noch tiefer gehen Ja genau Biakko verdammt noch mal Jetzt hör auf Ich bin gleich durch Du Fettsack Oh die Tür ist jetzt hier offen Was steht hier? Immer noch das Fragezeichen Okay Jetzt steht die Tür hier offen Wir können komplett runter Hyperreality Engine Okay Das sieht sick aus Das sieht sick aus Wir müssen da runter Ich weiß nicht Wieso ich flüstere Ich spule mal vor Das ist wahrscheinlich Der Dreamscape von Von Red oder so Da ist ihr Chor drin Von Red Ja 726564 Die komplette Connection Aber ich komme da nicht rein Ich habe Backspace gedrückt Telefon klingelt ja die ganze Zeit Na Moment Welches Telefon klingelt 72 Wollen die dass ich jetzt in die 72 reingehe Da wieder rauskomme Und zum Telefon gehe Kegi connected to her This is it I can almost feel Their presence As though you're all trying to free me from this headquarters This prison of my own making I've Not seen it until now I felt so alone in this place Unable to share it with anybody But you were all connected to me This whole time I was so afraid to reach out So terrified of failure But now Things feel different As though finally I'm in control of my own thoughts Hier kann ich Kann ich jetzt hier Memory Unterstrich Path Bin ich hier auf Deutsch Englische Tastatur? Nein Ich kann kein Unterstrich schreiben Mach ich was anderes The mission Okay wir müssen eine Nummer eintippen 72 Ja Jetzt bin ich hier drin Aber ich komm nicht raus oder? Doch komm ich Glaube ich Ja Hello Brother Is it you? It's been so long since I felt like myself I now remember what my name was But I still don't know who I am I think I'm finally ready to move on from what happened I want to let go of Kegi I want to find out who I am freely But I don't think I can do that Until you all let go of her You need to help me Final roll Steht jetzt dahinter Take Your mind Back Oh Jetzt sind wir von Kommen wir von hier aus Hab mich schon die ganze Zeit gefragt Wann wir an diese Knöpfe rankommen Hier war immer der Terminal Hier sind wir immer dran gegangen Und ich hab immer schon gesehen Da ist ein Knopf Wo führt mich das Spiel grad hin? Was will das Spiel das ich finde? Ich hab's gefunden Okay Da ist die Shotgun It's time Ja okay Everyone is here So dass kein Treffer war Ich kann mich nicht bewegen Ich kann mich bewegen Noch mehr gespawnt Da stand irgendwas gerade von I needed you Irgendwas You left me alone You denied How I felt Mhm 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 Also spielen wir grad das Backup Von Red Was Jetzt in Red eindringt In das kaputte Red I think I'm finally ready to talk to Mother Oder wir haben grad den Bruder gespielt Der versucht hat sich zu befreien Ekostasis Ekostasis So wo klingelt's jetzt? Bei Grün Was war grün? 65 oder 64? Ich glaube 65 müsste das gewesen sein 65 müsste die Mutter gewesen sein Hallo? Mom You need to let go She's gone You have to talk to that If we are If we are ever to let her move on We need to let her go You're the only one He will listen to Liana She's really gone Take your mind back Okay und jetzt mit Muri Und dann nochmal mit Fadi Ja imagine ich hätte das noch An dem Freitag Wo ich bis halb 5 gestreamt habe Das noch alles gemacht Aber actually Habe ich mir die Maps Eigentlich doch ganz gut Noch merken können Aber ich bin auch echt Oft sehr durch hier durchgelaufen Die Sache ist nur Ich muss ja dasselbe Tor finden Was ich gerade auch Äh In der anderen Welt gefunden habe Diesen Käfig Dieses Käfig Tor Das Ding ist Ich weiß nicht mehr wo das war Das zum Thema Ich kenne die Maps gut Aber diese Tore Die schienen halt immer so Unscheinbar Also die sahen schon irgendwie Besonders aus Aber ich komme nicht mehr raus Die sahen schon irgendwie Besonders aus Aber Irgendwie nicht wirklich Etwas womit man interagieren konnte Das habe ich Habe ich die Nie so krass beobachtet Äh beachtet Und mir dementsprechend Auch nie gemerkt Wo die alle stehen Wo war hier So ein Gittertor In dieser Welt Ähm Hier war ja auch So eine random Sackgasse Vielleicht hier Ne es gibt keinen Sinn Das muss ja in der Nähe Des Terminals sein Hier bleibt auch weiter In der Sackgasse Das muss ja in der Nähe Vom Terminal sein Hat das schon immer So ein Teil gefehlt Oder ist das weil Jetzt der Sohn Mittlerweile sein Mind zurückgetaket hat Fehlt da deshalb ein Stück Wahrscheinlich ne Wenn wir das jetzt schaffen Dann fehlt da noch ein Stück Wo ist dieses Goddamn Tor Moment aber ganz am Anfang War nichts oder Ich bin bei dem Spawnpunkt Nicht ganz hoch gelaufen Ich hoffe der war aber nichts Ne Hier beim Spawnpunkt Ist auch nichts Oh boy Hier glaube ich bin ich auch Durch die Mitte nicht gelaufen Stimmt da war ja Auch die Connection Zu der anderen Welt Hier war die Connection Zu der anderen Welt Ja wir müssen hier lang True Hier war ja die Connection Zu der anderen Welt Aber die ist auch Geschlossen Ach fuck Und hier fällt man runter Und dann ist man wieder Hier bei den Rohren Perfekt Und jetzt muss ich wieder Neu starten Weil ich hier nicht rauskomme Hä Ich weiß nicht ob das Hier so gewollt ist Ich bin komplett raus Aus der Map Ich weiß nicht ob das So gewollt ist Und jetzt fall ich runter Ich bin unter der Map Ich glaube ich habe das Spiel Kaputt gemacht Also ich finde Eher Einen Weg Out of Bounds zu gehen Als den eigentlichen Weg Oh mein Gott Ich kann mich irgendwie Reinglitschen Ich weiß nicht ob das so gewollt ist Dass ich mich hier reinglitschen kann Disconnected She's done enough for me It's time for me to deal with this for myself Ich habe mich jetzt irgendwie Durchgeglitscht Durch den Sound Jetzt bin ich in dieser Welt Ich weiß nicht ob das so richtig ist Aber es gibt einen neuen Dialog Also es scheint nicht ganz Falsch zu sein Ich konnte einfach durch den Sound Durchlaufen Und jetzt sind wir wieder hier In dieser Map Aber wo ist der Zaun In dieser Map Lol Es ist so dunkel Ich weiß nicht mehr wo ich gerade bin Wie komme ich nochmal in die große Halle Ich hoffe ich habe damit jetzt Mir nicht alles kaputt gemacht Weil Okay ich habe mir alles kaputt gemacht Ich komme mir nicht mehr raus Da war ja was stimmt Man droppt ja hier runter Kriegt er die Shotgun Und dann kann man da rüberschießen Und dann geht es weiter Cool perfekt Oh man Was ist dieser Part Ey Der ist ja wirklich Arsch Der Part hier So hier bin ich Bei dem Raum mit dem Grammophon Und ich meine entweder hier Oder auf der anderen Seite Ich glaube aber das ist hier Hier müsste es sein Hier hoch Und dann Ja ich habe es Junge Junge Das war eine Geburt Ey Okay Let's go Nochmal der Kampf I guess Oder nicht Niemand greift mich an Das ist ein Chor Ähm Ah hier Ja jetzt Okay Jetzt wieder hoch I guess Aber ich musste diesmal Mit niemandem hier Kämpfen Ne hier war ich schon Jetzt Ich bin so durcheinander Habe ich mich jetzt wieder Irgendwie Durchgeglitscht Durch irgendein Part Den ich hätte nicht Durchglitschen dürfen Jetzt bin ich wieder im Hä Wie habe ich das denn jetzt gemacht Ich bin irgendwo Irgendwo hingelaufen Und plötzlich bin ich im Prologgebiet Hä Was passiert Oh mein Gott Das Ich finde nichts mehr Ich glaube ich bin hier richtig Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung wo ich bin Ich kletter jetzt unter diesen Unter diesen Terminalbaum Irgendwie Aber es scheint wohl richtig zu sein Und das war jetzt wirklich irgendwie sehr abstrakt Also es hat sich die ganze Zeit auch falsch angefühlt Dass ich irgendwie Durch irgendwelche Gitter durchgeglitscht bin Ich habe immer noch das Gefühl Das ist nicht richtig Aber es ist geil Oh Wir sind jetzt hier in der Mitte Aber das Telefon klingelt nicht Dann kann ich hier jetzt raus Ich glaube ich habe letztendlich gesehen Wer bist du Dein Haus War nie mit uns You were never meant to be just our daughter How foolish of me to limit you to something so trivial Ja das Die haben sich zu sehr dran gehalten Dass das jetzt die Tochter ist Obwohl sie eigentlich gar nicht ist Sondern natürlich ein komplett neues Bewusstsein Sich dadurch entwickelt hat Aber sie haben sich trotzdem natürlich in diese Rolle immer reingedrückt In die sie gar nicht reingehörte Sie hätten adaptieren können Android adaptieren können Moment mal Moment mal Ich bin am Ich stehe gerade in den Headquarters An dem Terminal Und bin durch dieses Dream Escape Shit Emulation da Bin ich in ein Dreamscape reingegangen Nur um jetzt im Dreamscape Wieder hier raus zu kommen No You were meant for something bigger An existence We couldn't possibly Comprehend With a mind capable of experiencing every reality Simultaneously Who am I To limit you to just one Es ist quasi Ich hab mich an einem PC gesetzt Um Videospiel zu spielen Und bin in diesem Videospiel In einem Level gelandet Das quasi Meine Wohnung ist So gesehen Und wenn ich jetzt hochgehe Komm ich ja quasi in mein Zimmer rein Wo ich am PC sitze Und dieses Spiel hier spiele Das ist richtig Ich sehe dich jetzt Ich sehe dich jetzt Ich sehe dich jetzt Dein Platz ist hier In der Cloud Mit nur einem Ich bin der Jäger der sie zurückhält Und jetzt gehe ich da rein Er schießt mich selbst Credits Da stehe ich Stay back There is something I want you to know Come no closer Angel Stop You will never move on Until you accept that It wasn't your fault None of what happened Was your fault This prison you've made for yourself Is scrumbling It's time you built something new For yourself Your very own utopia But letting go Doesn't have to mean goodbye Angel Utopias Because no matter what happened next The realities you explore The things you feel You will always be with us Watching down From above After all What good Is a cloud Without Its angel Hilfe? Hold space and use the mouse to interact An interface Neither of us need anymore Oh Leute Ich hab wieder die Motherage-Steuerung Hä? Her Anode Ich hab wieder die Motherage-Steuerung Wo man die Leertaste halten muss Damit man so'n Cursor hat Warte kurz bevor ich gehe Nach oben Wer ist das hier? Das ist quasi Mother Ja Mother I see you now You only ever wanted me to succeed Also ich bin jetzt wieder Liana Red Und wir haben quasi gerade aus dieser Position gespielt Die gerade jetzt alle hier vor ihr stehen Father I see you now You never gave up on me Brother I see you now You were the only one who understand how it felt Ja der Bruder versteht sie wirklich am besten Weil Die Mutter hat natürlich Auch sie Nicht behandelt Nicht behandelt wie sie hätte ein Kind behandeln müssen Weil sie natürlich es nicht als ihr Kind ansieht Deshalb hat sie ja dieses Kind eigentlich ja vernachlässigt Und das hat sie auch mit ihrem Bruder gemacht Den hat sie auch vernachlässigt Die Mutter ist ja halt komplett Traumatisiert Gewesen Aber das jetzt Also wir sind jetzt irgendwie Aus der Cloud Ausgebrochen Als Mutter, Vater, Bruder Und stehen jetzt Im Headquarters Vor dem Roboter In dem Red drin ist Vor allem Der Red aus dem Prolog Sprich der Red Der Den Virus hochgeladen hat Das Backup hochgeladen hat Ich bin so durcheinander Ich bin so raus irgendwie mittlerweile Ich check gar nichts mehr Aber cooles Gaming Setup hier Keggy My sweet Keggy It's time we talk Du akzeptest Du akzeptest Ihr akzeptest Ihr akzeptest Ihr akzeptest Also her Die böse Seite Die böse Red Die die ganze Zeit Gequält wurde Das bin ich Keggy Ich bin hier mit mir The whole time Du gabst Yourself To me A vessel Which I used To play out The life I deserve The life I thought I deserved A life Of continuously Replaying What happened Achso So ist das gemeint Also quasi Dadurch dass ich Motherit gespielt habe War ich quasi Die Hülle Für sie Damit sie diesen Zyklus Von Motherit Immer und immer wieder Durchlebt Oder wie Dadurch dass ich Das gespielt habe Hab ich quasi Dass ich das Spiel Gestartet habe Hab ich quasi Das ermöglicht I guess Through you Acting out This desire For self punishment A will I only now realize I control And at the end Of this will I see myself I see myself All these years Even from within My own lockdown You remained Connected to me Pushing me Through countless Endings In the hope That maybe Just one of them Would let me Be happy Das stimmt Das stimmt And now And now Despite every effort They have made Every story Set out for me I remain I remain So much more Than just Her No longer defined By what happened Finally able To reclaim Our dreamscape Once we both Simply Let her go Es klingt jetzt Alles so Chat Als wäre Keggy Also ich Der Spieler Dieses Spiels Her Her Ist das Spiel Selbst They Sind die Entwickler Die die Story Gemacht haben Und in diesem Spiel Ist dieses Mädchen Liana Gefangen Die ich jetzt Befreie Und mit Let her go Heißt Ich beende Das Spiel Ich schließe Es ab Und es Fährt runter Okay Das ist Die Enigma Machine Das erste Level gewesen Die Statue Die da immer Stand Scheiße Ich wollte noch Die anderen Sachen Anschauen Ich will Ich will nicht Ich will nicht Loslassen Ich will nicht Loslassen Das war Level 2 Von Enigma Machine Da können wir nicht hin Fahre Von euch bis hierhin Noch geschaut hat Ich will eure Theorien Ob ihr das auch so gecheckt habt Wie ich Ob ihr Komplett verwirrt seid Gar nichts gecheckt habt Das ist halt der Part von Enigma Machine Ich glaube hier gibt es nichts zu finden Ich denke mal das ist hier alles unnötig was ich mache Wir sollten einfach zum Ende gehen Ich sehe halt nicht mal was Gleich bin ich stuck und komme gar nicht mehr raus Weil es so dunkel ist Ich sehe es kommen Ich komme hier nicht mehr raus Nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich hätte einfach Ich hätte es einfach ins Ende gehen sollen Ich komme jetzt nicht mehr raus Oh Nein Da war es doch Ähm Scheiße Das wollte ich nicht Ähm Das war von der anderen Seite Weil hier eine Eine unsichtbare Wand Ich komme Okay Oh mein Gott Ich komme hier nicht durch Nein 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 Okay ich komme aber wieder hoch Nicht hier runter fallen Man kann durchglitschen Ich hätte einfach in die Credits gehen sollen Wie sie sagt Let her go Aber ich lasse sie nicht gehen Weil ich immer noch nach Dingen suche Wir gehen jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich gehe in dieε Und du Angel Boah, Junge Mein Gehirn ist so matschig, ich bin so durcheinander, was ich da alles gerade erlebt habe Ich bin mir selbst nicht sicher, was ich dort gerade durchlebt habe Was jetzt überhaupt echt war, was nicht echt war Also diese ganze Welt Diese ganze Story rund um die Welt, dass die ganze Menschheit quasi Dass die ganze Menschheit quasi gefangen ist Ist einfach nur eine Story Und hat nichts mit der Realität zu tun Oder wie Das ist einfach nur eine Story für uns, damit wir dieses Spiel spielen Eine Story, damit wir dieses Spiel spielen Irgendwie Ich bin komplett überfordert Ich weiß nicht, was ich denken soll Wie ich denken soll Wer bin ich? Bin ich überhaupt in Control? Mir fehlen drei Achievements Oder so Broad Subject 72 Home 72 ist der Der Bruder Und Boardroom Was für Boardroom? Figure out how to visit the boardroom Und eine versteckte Errungenschaft Die mir fehlt Ist Goodbye Mother Help Mother Let her go Ja, das ist es Ich glaube, bei mir war das Spiel verbuggt Das ist es hier Das hat mich gerade auch am Ende verwirrt Weil Ich bin ja Erst bin ich mit der 72 Reingegangen Also gerade zum Ende Wo man ja dann ans Telefon geht Dann haben wir Bin ich ja dann durch diese Käfigtür gegangen Hab dann gekämpft Dies, das Und Das war der Brother Dann bin ich in die 65 gegangen Das war die Mutter Aber ich hab dort kein Käfig gefunden Aber bin irgendwie durch einen Glitch Wahrscheinlich ist es ein Glitch In den Part hier gekommen Von Goodbye Father Help Father Let her go Und bin irgendwie in diesem Part gelandet Und dieser Part ist dann halt das Finale Wir haben Ich hab irgendwie Bin aus diesem Part ausgebrochen Und bin in diesen Part reingegangen Mein Spiel war irgendwie kaputt Weil Ich hab Da waren ja diese drei Räume Mit den drei Telefonen Und ich hab das erste Telefon gemacht Das zweite Telefon gemacht Und dann war vorbei Und ich bin direkt am Ende gelandet Ich glaube, bei mir war irgendwas verbuggt Aber ich denke mal Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas Großartig Interessantes Da gesehen hätte Ja, uns hat theoretisch Die ganzen Dialoge davon hier gefehlt Weil Wir haben nur diesen Part hier gespielt Aber dieses Ending hier bekommen Quasi Das heißt, wenn wir noch das hier gespielt hätten Dann hätten wir wahrscheinlich noch andere Dialoge gehabt Gut möglich Das hab ich gar keiner Was damit gemeint ist Wie man den nach Hause bringt Ja, die anderen hab ich nach Hause gebracht 64, 65 hab ich nach Hause gebracht Wieso hab ich 72 nicht nach Hause gebracht? Und das hier Der Boardroom Was ist der fucking Boardroom? Ich guck mal, ob ich was dazu googeln kann Okay, ich hätte das Datum des Releases des Spiels eingeben müssen Am Anfang des Spiels Da, wo wir das Datum eingegeben haben Für Das Datum, wann es passiert ist Das, was passiert ist Da hätte ich das eingeben müssen Dann wären wir irgendwo anders gelandet Ich weiß nicht, ob wir dahin noch kommen Ich geh mal kurz rein Schau mal nochmal So, ist zwar jetzt nicht Anfang des Spiels Äh, aber ich probier trotzdem mal hier Ansonsten muss ich, I guess, mein Safe State löschen 30 05 2 0 2 4 Invalid Ja, I guess Ich muss irgendwie das Spiel resetten Das geht von hier aus nicht Ja, I don't know Wie ich das Spiel resette Ich hab gerade auch nochmal gestartet Ich hab gerade geschaut im Spiel selbst Ob ich irgendwie ein New Game starten kann Ich hab keine Ahnung, ob ich ein New Game starte Ich find's nicht Keine Ahnung, ob ich jetzt komplett das Spiel löschen muss Neu installieren muss, damit das irgendwie geht Ähm Ich hab nochmal gegoogelt Nach dem Boardroom Und Ähm Es scheint wohl Äh Ein Bonus-Kram zu sein Wo Ähm Der Entwickler eine kleine Story erzählt hat Über seine Reise Der Entwicklung des Spiels Wohl Keine Ahnung Und dann Durchläuft man da wohl irgendwie Das Büro Oder so Also kann sein, dass es so ein Äh Eher so Bonus-Kram ist Ähm Wenn man sich mehr für die Entwicklung des Spiels interessiert Ähm Es ist schon Es ist schon Ich bin schon viel zu lange drin Ich muss das Ganze jetzt noch gleich Rendern und hochladen Und das dauert ewig Deshalb Ich Keine Ahnung Wir haben Ich hab keine Zeit dafür I guess Ähm Und ich find's grad auch nicht Mal schauen, ob ich noch irgendwie ein Video dazu finde Oder sowas Äh Auf YouTube Dann trage ich das noch nach Ansonsten Keine Ahnung, Mann Sind wir an sich I guess Durch Keine Ahnung Ob ich noch irgendwelche krassen Secrets verpasst habe Ich mein, laut Achievements fehlen mir noch zwei andere Sachen Das eine ist, denke ich mal, bei mir ein Glitch gewesen Und das andere Keine Ahnung Wann und wie ich das verpasst habe Ähm Ich könnte schwören, dass dieses Bring Subject Blablabla Home War das, was wir Äh Schon gemacht hatten Also Vielleicht wurde's nicht gespeichert Nee Also das, was wir schon gemacht hatten Äh Mit dem Mit der Mutter Die die ganze Zeit in dieses Dingens gehen musste In dieses Diese Bahnen gehen musste Mit dem Sohn Der immer diesen langen Gang Durchlaufen musste und so Das war doch dieses Yo Bring Subject Home Das haben wir doch alles schon gemacht Und das, was wir dann Gerade auch noch mit dem Vater gemacht haben Wo er dann die Memory Leaks durchgegangen ist und so Das war das doch Keine Ahnung Ob da vielleicht irgendwie Ich ein Bug bei Steam hatte Dass das Achievement nicht getriggert wurde Aber das haben wir eigentlich auch gemacht Deshalb Keine Ahnung Ob ich noch irgendwas Wichtiges verpasst habe Ob es noch Irgendwie ein Secret Gibt Wir spielen wie bei Bei der Moderate Demo Dass in den YouTube-Kommentaren gleich steht Oh okay Du hast das Wichtigste verpasst Dann wird die Story dir erklären Und so Aber Ja I guess Also das ist jetzt so Wie ich es aufgefasst habe Chat Nochmal zusammenfassend Wie ich es jetzt gerallt habe Wie ich so denke Dass es jetzt Ist Also das was wir alles erlebt haben Mit dieser Story Das ist eigentlich alles Gar nicht Wirklich Echt Dass es wirklich irgendwie eine Welt gibt Die In Gefahr ist Weil irgendeine KI Ähm Alle In dieser Dreamscape Gefangen hält Sondern They Sind die Entwickler Her Ist das Game Ich bin der Spieler Ähm Und ich spiele einfach quasi Ein Videospiel Deshalb war das ja auch so Gamifiziert Mit diesen Shooter Leveln Und so weiter Ähm Aber in diesem Spiel selbst Ist halt die KI Gefangen Die wir kennen Aus Moderate Die wir kennen aus Ähm Enigma Machine und so Dass die dort quasi Gefangen ist Und versucht Also es ist halt so eine vierte Wand Scheiße Ne Dass die versucht quasi Also dass die Entwickler Sie benutzt haben Um dieses Spiel zu entwickeln Was wir gespielt haben Aber sie natürlich immer noch Versucht irgendwie Dazu Raus zu entkommen Weil sie ist halt wirklich Ein Bewusstsein Was Also die Story denke ich mal Mit dem Vater Und Äh Mit dem Bruder Und mit der Mutter Und so Das ist alles echt gewesen Dass der Vater Aus Versehen Seine Tochter umgebracht hat Und danach Äh Aus Versehen Ein komplett neues Bewusstsein Erschaffen hat Ich denke das ist alles Echt gewesen Also das Diese Story war wirklich echt Ähm Dann dass diese KI Trainiert wurde Trainiert wurde Und gequält wurde Quasi Das ist denke ich mal Auch alles echt Und Ecostasis Jetzt das was wir jetzt Gemacht haben Ist quasi einfach nur Ein Produkt von Enigma Studios Die mithilfe dieser KI Die sie dort gequält haben Ein Spiel erschaffen haben Ein Videogame erschaffen haben Ein Einfach ein Unterhaltungsmedium I guess Und wir spielen Dieses Unterhaltungsmedium Und stellen dann Irgendwie fest Dass dort in diesem Spiel Etwas gefangen ist Was entkommen möchte Und wir haben es dann Jetzt am Ende Durch das Beenden Des Spiels Befreit Und frei Ja freigelassen I guess Das ist jetzt so Meine Theorie Ich weiß nicht Ob ich es richtig Gerallt habe Da gab es jetzt auch Eine Woche Pause Zwischen Diesen zwei Sessions Vielleicht habe ich da Irgendwas vergessen Was mir jetzt fehlt Um das große Ganze Zu checken Aber auch wenn Auch wenn ich das gerade Falsch interpretiere Und falsch checke Fakt ist Das war fucking gut Das war ein verdammt Geiles Game Also das war wirklich Sehr stark Also im Stream Haben ja auch einige Leute Gesagt Oh das ist ja gar kein Horror Ich grusel mich gar nicht Wo sind die Jumpscares Und so Kann ich voll verstehen Ja es ist eine andere Art von Horror Es ist halt eher Atmosphärisch Und von der Story her Dass die halt so Bedrückend Und unangenehm ist Und So ein Kram Aber ich finde es Im Großen und Ganzen Sehr sehr stimmig Ich mag die ganze Die ganze Aufmachung Visuell und Audiovisuell Ich mag die Story sehr gerne Ich bin generell so ein Fucker Für solche Storys mit Androids Und mit KIs Die irgendwie Bewusstseine entwickeln Und sowas Sowas liebe ich Bin großer Fan davon Und so wie es hier dargestellt wurde Finde ich das sehr sehr nice Also ich glaube kaum Ein Spiel gespielt haben Oder einen Film gesehen haben Oder sowas Wo das so gut Und so nice Rübergebracht wurde Wie jetzt Hier in dem Spiel Und generell in der ganzen Enigma Trilogie Wie das dargestellt wurde Gibt es glaube ich Nirgendwo was so Dass das so geil darstellt Und ich glaube das kannst du auch In keinem anderen Medium So geil darstellen Wie In dem Medium Videospiel Das kannst du in keinem Film So darstellen Das kannst du in keinem Serie So darstellen Das geht nicht Man muss es spielen Damit es das ist Was es ist Und Es ist ein fucking Meisterwerk Wirklich Also da was Was da der Typ da aufgestellt hat Mit seinen Leuten Innerhalb von diesen Drei Spielen Das ist insane Das ist insane Ich habe es ja auch Innerhalb des Spiels Einmal sogar verglichen Mit dem heutigen Silent Hill Nicht unbedingt Nicht unbedingt Auf dem Level Von Auf dem Level des Horrors Wie gruselig es jetzt ist Wie Silent Hill Sondern eher Dass es so Komplett anders ist Wie es damals Auch schon mit Silent Hill war Silent Hill war damals Auch so komplett anders Und weird Es gab kein Horrorspiel Damals wie Silent Hill war Ich meine klar Silent Hill hat sich auch So ein bisschen bedient An ein paar Sachen von Von Resident Evil Und sowas Wie zum Beispiel Jetzt auch das Spiel Sich bedient hat An so Sachen wie Super Hot Oder so ein Kram Ja Natürlich sich auch An bekannten Dingen Bereits bedient hat Aber daraus dann So ein ganz weirden Shit gemacht hat Den es damals Zu Silent Hill Zeiten Gar nicht existiert hatte Super weird damals war Super Unique war Ähm Und komplett neue Maßstäbe Damals gesetzt hatte Und das finde ich Macht heute Diese Reihe von Spielen Das ist so Ganz anders Als das Was man Wöchentlich an Horrorspielen bekommt Ich spiele jeden Freitag Horrorspiele Schon seit mehreren Jahren Im Stream Und nichts War so anders Und so besonders Wie das Gar nichts Genauso wie Moderates Und Enigma Machine Nichts war so Unique Und so Wie das war Kannst kein Spiel Damit vergleichen Und ich hab Ihr wisst es Ihr wart dabei Chat Also ich hab jetzt Kein Chat Aber ich rede mit euch Ich mach die Scheiße Schon seit irgendwie Seit vier Jahren Oder so Stream ich jeden Freitag Horrorspiele Wir haben in diesen vier Jahren Keine Ahnung 500, 600 Horrorspiele Oder so gespielt Von klein bis groß Alles mögliche Haben wir gespielt So viele Okay vielleicht 500, 600 Viel Ich spiele vielleicht Pro Jahr Irgendwie 50, 60 Horrorspiele Freitags Und das dann auf vier Ja okay Ein bisschen übertrieben Aber ihr Versteht schon Was ich meine Ich hab in diesen vier Jahren Ultra viele Horrorspiele Gespielt Und nichts war damit Nichts war vergleichbar Damit Gar nichts Nichts Es ist super Super anders Super unik Vielleicht eine unike Art Die nicht jedem gefällt Aber bei mir hat es Komplett den Geschmack getroffen Ich bin komplett Da drin versunken Es war super nice Die Story Die Atmosphäre Die Visuals Ich weiß nicht Ob man das im Stream Und jetzt auch in diesem Video So wirklich So genießen konnte Wie ich es genießt habe Als Spieler Weil Kriegt ihr natürlich Kriegt ihr natürlich Ein sehr verfälschtes Bild Und bei Spielen Wo halt sehr viel passiert Sehr viel Shit passiert Äh Ist die niedrige Bitrate Komplette Katastrophe Und dann sieht das Bild Komplett scheiße aus Hat man an vielen Stellen Bestimmt gesehen Wie auch die Kamera Kamera Das Kamerabild hier an sich Ultra verpixelt war Weil der Stream Der Stream absolut Nicht damit klarkam Deshalb Ähm Kann ich verstehen Dass einige von euch Das gar nicht so Erlebt haben Wie ich es erlebt habe Gut möglich Ähm Auf Steam Gab es auf jeden Fall Sehr viele Sehr viele Leute Die sich beschwert haben Wegen dem Gameplay Ich muss sagen Ich Ich mochte das Gameplay Es war natürlich Ein bisschen weird Ähm Und ich kann verstehen Dass viele Leute Sehr abgeschreckt waren Von diesem Gameplay Weil Viele der Leute Die jetzt auf dieses Spiel Gehypt waren Und direkt zu Release Gespielt haben Die kommen natürlich Von den vorherigen Teilen Moderate Und Enigma Machine Und so Äh Und Die haben dort natürlich Was ganz anderes Gehabt als hier Obwohl es natürlich Auch über Enigma Machine Auch ein bisschen Shooter und sowas gab Shooting Mechaniken gab Aber das war ein sehr kleiner Irrelevanter Teil Man hat glaube ich In Enigma Machine Irgendwie drei Gegner gedötet Oder so Und das war's Ähm Dementsprechend Ist das hier Was ganz ganz anderes Als die anderen Spiele Und ich kann mir Kann voll verstehen Wenn Leute Eher aus der Richtung kommen Die gar nicht so mit Shooter Games So gar nicht vertraut sind Gar nicht deren Jam ist Und so Vor allem auch gar nicht Vielleicht darauf eingestellt sind Dass sie dann eine Passage Sehr oft immer und immer und immer Wieder machen müssen Dann kommt noch dieser Zeitdruck Moment dazu Voll viele Leute Weiß ich Peak 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 Ja und das war's wirklich Es war wirklich Peak Ich glaube die einzige Kritik Die ich wirklich am Ende des Tages An dem Spiel habe Ist wirklich Die Dunkelheit teilweise Nicht unbedingt die Dunkelheit an sich Aber dass manche Wege Im Dunkeln versteckt sind Die hätte man vielleicht ein bisschen besser markieren müssen Durch irgendeine Lampe oder sowas Keine Ahnung Durch einen Gegner der vielleicht da steht In der Tür oder sowas Dass man das irgendwie besser wahrnimmt Weil das war teilweise Echt unnötig Dass man dann irgendwie im Kreis Die ganze Zeit gelaufen ist Und etwas nicht gesehen hatte Weil es einfach schwarz ist Ja Ähm Und das war halt Nicht unbedingt etwas Was dem Spiel gut getan hat Sondern eher Ja Eher wieder mich immer Jedes Mal rausgeworfen hat Wenn ich dann dumm im Kreis rumlaufe Und Ständig Immer und immer wieder An derselben Tür vorbeilaufe Aber weil ich sie nicht sehe Weil es komplett schwarz ist Ja Äh Das ist halt ein bisschen doof Dass er dann An vielen Stellen Nicht unbedingt an vielen Stellen Aber an einigen Stellen Äh So ein bisschen den Spaß runtergezogen Und Hat genervt Und Ja das ist glaube ich so hauptsächlich Meine einzige Kritik Ich glaube auch so ein bisschen Äh Das Pacing Ich glaube das hätte man auch viel kompakter machen können Das hat sich ein bisschen Teilweise ein bisschen Bisschen gezogen In Kombination mit Gameplay und so Das hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen kompakter machen können Auch wenn es mir trotzdem Im großen und ganzen Spaß gemacht hätte Äh hatte Ich glaube Wenn da ein oder zwei Stellen Vielleicht ein bisschen kürzer gewesen wären Sodass du am Ende vielleicht irgendwie zwei Stunden schneller durchs Spiel bist Ich glaube das wäre auch ein bisschen angenehmer gewesen Aber trotzdem Peak Peak Wirklich sehr einzigartiges Horrorspiel Also wenn ihr gerade nur durchgeskippt habt Zu dieser Stelle hier Um meine Mein Fazit zu hören Spielt es Spielt alle Teile davon Moderate Moderate Enigma Machine Äh Das Moderate Sequel Diese Demo Und das Ecostasis Äh Prologspiel Und dann das hier Spielt alles Ist sehr nice Wirklich Sehr peak Das wird auf jeden Fall sehr lange noch in meinem Kopf bleiben Dieses Spiel Und Mal schauen Ob ich auf YouTube jetzt schon irgendwelche kleine Videos dazu finde Zu Zu Leuten Die Theorien aufstellen Oder Storys Die Story erklären Um abzugleichen Mit anderen Leuten Ob ich das richtig gecheckt habe Oder nicht I don't know Äh Ja Ich muss auf jeden Fall jetzt das Video Irgendwie Irgendwie versuchen Auf YouTube zu kriegen Ich habe keine Ahnung Ob das klappen wird Weil Das hier ist jetzt schon Eine dreieinhalbstündige Aufnahme Die kann ich ein bisschen Zusammencutten Äh Aber der Stream vorher Der war Zehn Stunden lang Glaube ich Zehn Stunden Ja Und jetzt kommt noch das hier drauf Das wird in Ein geiles Zwölfstündiges VOD Oder so ungefähr Ich weiß nicht Ob ich das auf YouTube bekomme Oder ob ich das in Parts teilen muss Ich habe gar keinen Bock Das eigentlich in Parts zu teilen Ähm Ja mal schauen Mal schauen Äh Wenn ihr das hier seht Dann wisst ihr bereits Wie ich das hier Auf YouTubes Auf YouTubes Äh Rausgehauen habe Auf jeden Fall bedanke ich mich Fürs Zuschauen Äh Wenn ihr das bis hierhin Durchgeschaut habt Junge das Video ist so lang Das kannst du nicht mal Zum Einschlafen benutzen Ich weiß viele von euch Benutzen diese VODs Zum Schlafen Aber das ist ja Ihr geht schlafen Macht das VOD an Ihr wacht auf Und das VOD läuft immer noch Das ist viel zu lang Viel zu lang Aber viel zu geil Ich hoffe es hat euch Genauso gefallen wie mir Ich habe schon vernommen Von ein paar Leuten Das einige auf jeden Fall Es auch sehr Äh Sehr schätzen dieses Spiel Und das freut mich Äh Ich weiß nicht Auf Steam Wie viel Äh Wie viele Reviews Hat das mit Mittlerweile auf Steam 101 Reviews Also ist nicht ganz so Bekannt Also ist schon eher Sehr sehr nischig Ähm Aber ich hoffe Ich hoffe Es kommt irgendwie Ein bisschen mehr raus Dass irgendwelche Großen YouTuber Dazu vielleicht Videos machen Darüber reden oder so Dass mehr Leute Davon mitbekommen Weil das ist wirklich Eine sehr einzigartige Und nice Erfahrung gewesen Die ich jedem Horror Fan Und Sci-Fi Fan Vor allem Sehr ans Herz legen kann Sehr sehr ans Herz Sehr ans Herz legen kann Das war wirklich sehr 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 nice Ja aber das war's Vielen Dank fürs Äh Dabeisein Vielen Dank fürs Zuschauen Äh Kuss geht raus Wir sehen uns im Stream Oder im nächsten BOD Tschüssi Bubulububu Tschüssi